Ja, und damit Happy Halloween und herzlich Willkommen zu SOMA! Ein weiteres Horrorspiel und das letzte für das Jahr 2024, zumindest für den Spooktober. Mal sehen, was danach noch kommt. Ja, wir werden heute das ganze Spiel durchspielen. Ich weiß nicht, ob es für mich der ganze Tag sein wird, weil ich weiß nicht, ob ich heute genug Zeit haben werde. Aber es wird auf jeden Fall das gesamte Spiel in einem Video zu sehen sein. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Und wir starten direkt rein in SOMA. New Game, Game Mode. Machen wir mal safe oder normal? Normal, denke ich mal. Monsters are dangerous and can kill you. You need to think and sleep. Können wir eigentlich auf das Spiel auch auf Deutsch stellen? Gibt es das auf Deutsch? Ich glaube anscheinend nicht. Wobei, da schaue ich nochmal schnell bei Steven nach. So, jetzt haben wir das Spiel auch auf Deutsch. Jetzt starten wir mal rein hier in den normalen Spielmodus. Monsters sind gefährlich und tödlich. Du musst schleichen und dein Gehirn einsetzen, um zu überleben. So wurde das Spiel entworfen. Spiel starten. Ich bin gespannt. Ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass es ein sehr, sehr beliebtes Horrorspiel ist und wohl auch ein sehr gutes. Tschüss. Und ich lasse mich einfach mal überraschen, ob das auch wirklich stimmt. Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört daran zu glauben. Philip K. Dick. Bist du okay, Simon? Ich denke, du schweigst. Oh, das ist nichts. Ich werde direkt angesprochen. Ich werde direkt angesprochen. Yay! Hier, mach das. Nein, das ist für später, für den Schaden. Es ist grün. Es war aber auch rot. Achso, die Ampel ist grün. What is happening? Okay, guten Morgen. Ja, ist ja gut hier. Was ist denn los? Ja, das ist mir. Mein Name ist David Munchy. Wir sprachen vorhin. Der Brain Scan. Ich erinnere mich. Sind Sie okay? Ja, ja. Ein schlechter Traum. Sind wir noch heute? Ja, das ist, warum ich kenne. Ich wollte dich zu erinnern, dass du das Tracer-Fluid trinkst, die ich dir sende. Das wird mir helfen, eine bessere Bildung der Schaden zu erzeugen. Nichts worrychein, ich habe es irgendwo. Okay, gut. Ich sehe dich in ein paar Stunden. Okay, ich sehe dich bald. Okay, in welchem Jahr spielt das? Gehirnscans mit Tracer-Fluid? Ist das wirklich so? Ich habe davon noch nie gehört. Ich weiß nur, dass man in so ein EKG gesteckt wird oder sonst was irgendwie gescannt wird, aber ich weiß nicht. Aber who knows? Aber dass der Arzt sogar noch anruft, um uns zu informieren, dass wir Sachen nehmen sollen, ist sehr nett. Hallo? Hey Simon, es ist Jesse. Arbeitst du dieses Wochenende oder was? Ich wusste, dass du etwas gemacht hast, was du gemacht hast. War es dieses Wochenende oder nächstes? Anyhow, shoot mir einfach eine E-Mail oder etwas. Okay. Oh, ich vermiss, du meinst es. Ende der Messungen. Ich schwöre, dieser Mann hat die Erinnerung eines Goldfischen. Ich habe sogar eine E-Mail geschickt, um ihn zu erinnern, nicht wahr? Dennoch zugänglichsten Abhandlungen über die Anatomie des menschlichen Gehirns, dessen Funktionen und unsere Wahrnehmung des Bewusstseins. Finden Sie heraus, wie Ihr Gehirn von seinem Körper abhängt, warum es nicht mit einem Computer gleichzusetzen ist und eine Vielzahl anderer interessanter Fakten, die Ihren Kopf zum Rotieren bringen werden. Diese Ausgabe beinhaltet außerdem zwei neue Kapitel über die Entwicklung des Gehirns und wie diese unser Verhalten in verschiedenen Lebenabschnitten beeinflussen. Ich bin ja schon der Meinung, dass das Gehirn mit dem Computer gleichzusetzen ist, aber das Gehirn ist halt ein wesentlich funktionsfähiger Computer als alles, was wir bisher, ja, erreicht haben. Weil wenn man sich mal überlegt, 2 plus 2 ist gleich 4, ist genauso Mathe wie irgendetwas, was in Algebra passiert, aber die beiden sind natürlich auch nicht gleichzusetzen in der Hinsicht, aber trotzdem ist beides Mathe. Und genauso sehe ich, dass ein Gehirn ein Computer ist. Ja, 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 ich bin doch hier mich nur am Unterhalten, ganz ruhig. Erhol dich schnell wieder, in Liebe, Mama. Racer Fluid? Nicht Racer Fluid, aber kann ich eigentlich, wir können uns hier alles angucken. Aber ich glaube, so viel will ich jetzt auch. Was steht denn hier? Junge Frau kommt bei Unfall im Stadtzentrum ums Leben. Freitag, 10. April. Okay, der Fahrer, äh, der Fahrerin des SUVs zufolge handelte es sich um einen nicht zu vermeidenden Unfall. Ihr Name wurde nicht von der Polizei veröffentlicht. Aber da steht auch was von uns. Da steht, da steht auch unser Name drin. Von ihren Kindern abgelenkt fuhr gestern eine PKW-Fahrerin bei Rot über die Kreuzung von Bloor Street und Spadina Road und rammte ein anderes Fahrzeug seitlich. Die Mutter und ihre Kinder, die im robusten SUV unterwegs waren, überstanden den Unfall mit leichten Verletzungen. Der Unfallgegner hingegen hatte nicht so viel Glück. Als das SUV die Beifahrerseite traf, erlebte die 23-jährige Ashley Hall lebensgefährliche Verletzungen und erstickte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte am Blut ihrer Lunge. Ihr Lebensgefährte und Fahrer des Wagens, der 26-jährige Simon Jarrett, überlebte den Unfall mit wahrscheinlich bleibenden Hirnschäden. Okay, das ist also der Grund, warum wir uns da jetzt alles angucken müssen. Alles klar. Was haben wir hier? Cinema Variety. Interesting. Wir sind ein Kinofan. Was haben wir? Was ist das? Ein Etui. Nee! Erst mal ein bisschen Unordnung machen. Hier ist aber noch... Ach du Kacke. Äh. Wie wär's, wenn du die mal richtig rumhältst? Dann kann man die vielleicht auch lesen. What I get it, warum du die auch nicht lesen solltest. Was haben wir hier noch? Ich hätte gerne das, weil das ist anscheinend das einzig Interessante hier. Nicht? Ich kann mir nur die beiden angucken und nicht das, was dazwischen leuchtet. Okay, dann halt nicht. Na ja, gut. Ähm. Nee. Kaffeebecher und wir haben hier eine Notiz. Oktober. Konfrontation? I don't know. Was steht da? Können wir es uns irgendwie angucken? Anscheinend nicht. Können echt alles in die Hand nehmen. Ja gut, was haben wir denn hier so? Neurographsitzung. Ich wollte Ihnen abermals für Ihre Teilnahme an unserem Forschungsprojekt danken. Der Scan wird in den Pace Laboratories in Toronto durchgeführt werden. Aber da wir selbst Gäste sind, ist unser Zugang ein bisschen unvorhersehbar. Ich werde versuchen, eine Scan-Session für Samstag anzusetzen. Sobald es bestätigt ist, werde ich mich wieder bei Ihnen melden. Mit freundlichen Grüßen, David Munchy. Neues Rezept. Lieber Herr Jared, es freut mich zu hören, dass Ihre Kopfschmerzen nun weniger häufig auftreten. Ihre jüngsten Testergebnisse zeigen, dass sich Ihr Gehirn langsam erholt. Wie es sich aber an die Schäden anpassen wird, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Blutungen werden mindestens noch für die kommenden Monate anhalten und Sie werden uns einige Male im Krankenhaus besuchen müssen, um das Blut aus dem Hohlraum abzuleiten. Wir wollen verhindern, dass durch das Blut Druck aufgebaut wird. Da sich exzessiver Stress tödlich auswirken kann, habe ich Ihnen Razzosin gegen Ihre Albträume verschrieben. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und nehmen Sie das Präparat entsprechend ein. Lesen Sie die Packungsbeilage und bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Apotheker. Versuchen Sie, sich gut zu erholen. Wir sehen uns dann nächste Woche. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Aaron Peake. Samstag, wir haben es nicht gesendet. Jesse... Oh, ich vergesst, den Senden. Ja, dann kommen Senden wie ihm die. Better late than never. Da du es wahrscheinlich vergessen hast, möchte ich dich hiermit daran erinnern, dass ich morgen diesen Arzttermin habe, also nicht zur Arbeit kommen werde. Das bedeutet auch, dass du dafür sorgen musst, dass du den Laden auch tatsächlich rechtzeitig aufschließt. Bitte pack auch die Kisten hinter dem Tresen aus, da sie sich langsam aber sicher in eine Arbeitsplatzgefahr entwickeln. Tendenziell verkaufen sich Bücher auch viel besser, wenn sie in Regale gestellt werden, wo sie die Leute sehen können. Viel Glück, du wirst es brauchen, Simon. Ich frage mich hier zwischendurch immer bei dem Text, ob ich ein Leseproblem habe, aber nein, es sind einfach viele Probleme bei der Übersetzung, wie... Naja, es sind halt einige Fehler hier drin. Ähm... Wie komme ich hier raus? Okay. Ich würde gerne wieder aufstehen. Noom. Hallo? Okay, Rechtsklick einfach. Ähm... Wo ist denn das Zeug, was ich brauche? Das hier irgendwo hin... Irgendwo hier mein Zeug hingelagert. Was ist das? Foto von der Kreuzung wahrscheinlich. Wir sind sehr besessen von dem Unfall, kann das sein? Was zur Hölle? Okay, entweder sind wir ein Fotograf oder es war unsere Freundin. Aber wenn ja, haben wir einen ziemlich schlechten Geschmack für Fotografie und Motivfindung. Es sind nämlich sehr... Ganz ehrlich, wer macht so ein Foto, druckt es dann aus und hängt es sich auf? Ich meine, klar, wenn man jetzt so modern, künstlerisch unterwegs ist und so sagt, ja, das ist ein ganz normaler Alltagstisch, der nicht verfälscht ist oder sonst was. Aber ja. Hier sind auch nur Anziehsachen. Das ist wahrscheinlich in allen Regalen hier. Warum kann man alles aufmachen? Das ist ein bisschen nervig. Hier einen Löffel kann man auch durch die Gegend werfen. Das ist so, was kann man nicht in die Hand nehmen. Dieses Apartment verwandelt sich schon langsam in meinen Wohnraum, weil hier auch alles rumliegt. Aber egal. Ich sollte mal aufräumen. Oder ich passe das Spiel einfach mal im echten Lebensraum an. Man weiß es halt nicht. Ist das das hier, was wir brauchen? Auch nicht. Ist das ein Schwangerschaftstest? Was ist das? Sind irgendwelche Utensilien zum Nagel... ...um seine Nägel zu pflegen. Was haben wir hier? Robin McConnell, hückt. Ja, ich glaube, das ist unrelevant. Nee, wir haben es nicht mitgenommen. Wo zur Hölle haben wir denn das Ding hingetan? Voll, Fast Food. Fast Food ist nicht gesund, Leute. Man kann es mal essen. Vor allen Dingen, wenn man an einem Tag nicht viel Zeit hatte. Aber es sollte auf jeden Fall nicht regelmäßig konsumiert werden. Was bei ihm hier wahrscheinlich der Fall ist. Wenn man so den Mülleimer anguckt. Ja, keine Ahnung. Ich kann hier nichts erkennen. Aber hier sind auch sehr viele Pizzakartons. Also ja. Das ist Simon Jarrett. Was ist das denn? Flüsse? Flüsse sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Aber wir benötigen auch noch... Ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Kasten ist keine Aufhängung. Aber auf der anderen Seite ist... ...das ist wahrscheinlich auch hier oben eigentlich. Naja. Da ist irgendwas Unsichtbares. Das ist einfach ein Glas. Wenn jetzt hier irgendwer hinkommt, denkt er, ich wäre ausgeraubt worden. Das ist praktisch. Dann kann ich nämlich der Versicherung sagen, ich wäre beklaut worden und kriege Schadensersatz. Für meine ganzen teuren Gerätschaften, die jetzt nicht mehr da sind. Und auch nie da waren. Aber das muss die Versicherung ja nicht wissen. Nein, das ist keine Anleitung zum Versicherungsbetrug. Das ist einfach nur eine Tatsache, was hier gerade vor sich geht. Wie viel Chaos können wir anstiften? Hitze! Ja, meinst du? Das hier sieht doch gar nicht so schlecht aus eigentlich. Ist zwar auch nur abgepackt, aber naja. Und wir haben hier... Ist das Salat oder ist das einfach nur Fleisch? Das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr im Kühlschrank drin. Wozu hell ist mein Zeug? Ist es das? Ich muss doch mein Zeug nehmen. Eine Statue, ja. Die wird zwar schon nicht sein. Was geht hier vorne ab? Was tut ihr da, Dosen? Die haben ein Eigenleben entwickelt. Ich habe ein Perpetuum mobile entwickelt. Anscheinend. Wir können unser Strom... Den gesamten Strom für die Welt können wir jetzt hiervon abzapfen. Wir müssen die beiden Dinger nur irgendwie... Never mind. Das hat sich erledigt. Wenn man nur einmal eine gute Idee hat, dann wird sie einem direkt wieder genommen. Massive Recoil. Ja, noch mehr Filme. Ich weiß nicht, ob die irgendwie storyrelevant sind. Was ist das? Wahrscheinlich irgendwas, was ich durch die Gegend geworfen habe. Oh, Licht. Ich glaube, das Licht sollte lieber ausbleiben. Ich hoffe, es ist eine gute Idee. Zu- und abgezogen. Es ist da noch drin. Es geht leider nicht. Es passt anscheinend nicht in den Abfluss. Sehr schade. Ansonsten hätte ich als nächstes probiert, mein Medikament wegzuspülen. Aber ich kann es auch gar nicht annehmen. Ah! Die ganze Flasche? Wie viel ist denn da drin? Ich hätte mal gefragt, wie viel man davon trinken soll, weil... Also, sehr, äh... Kupferhaltig? Ja, das kann ja gut sein, weil... Gehirn mit Kupfer ist ja... Ich wollte nicht schauern, ich wollte es nur anmachen. Darf ich nicht? Nicht? Darf ich das nicht anmachen? Schade. Keine Wasserverschwendung. Kann ich das hier denn wenigstens anmachen? Oh ja, sehr gut. Toilettenpapier... Ach, du Kacke! Typ, spring sofort aus diesem Fenster. Er hat das Toilettenpapier falschrum. Kann ich irgendwie das Fenster aufmachen und rausspringen, bitte? Ja. Ich weiß schon, warum deine Wohnung so wie so ein Schlachtfeld aussieht, ey. Das ist absolut katastrophal. So, wir wollen auch noch Strom verschwenden. Mikrowelle, können wir die anmachen? Nicht. Können wir den Ofen anmachen? Auch nicht. Ja gut, dann wollen wir jetzt, wo wir gehen, überall Lichter anmachen. Äh. Können wir hier auch? Nein, du sollst... Ich wollte nur Licht anmachen. Ich wollte nur alles möglichst verschwenderisch gestalten. Staubsauger brauchen wir nicht. Staubsauger kommt in die Toilette. So. Und abziehen. Gut. Wunderschön hier. Mal sehen, ob, wenn wir wieder kommen, aufgeräumt ist. Wenn ja, dann haben wir sogar genug Geld, um uns eine Putzfrau zu leisten. Und die Putzfrau ist jetzt auf jeden Fall unterbezahlt. Hi! Hier sieht es genauso aus wie bei mir zu Hause. Ein bisschen ordentlicher sogar. Ja, wie kann ich an mein Handy gehen? Hallo? Ich mag das nicht, in der Öffentlichkeit zu telefonieren, aber naja. Das ist Ashley's job. Ja, also... Ich weiß. Lass es nicht. Ich mache sie keine Fähigkeiten, um zu verlassen zu lassen. Ich glaube, sie kommt zurück. Ja, gut, gut. Ich hoffe, dass sie eine Chance finden, um die ganze... ... die, die, die... Die, die... Die, die? Du bist der schlimmste Support. Was soll ich sagen? Ich sehe dich später, Jesse. Börst du den Ort, während ich weg bin. Muss ich hier raus? Wo muss ich raus? Müssen wir jetzt wirklich die ganze Zeit warten, bis wir da sind? Nee, okay, gut. Wo sind wir denn hier? Das ist aber kein Krankenhaus. Erstmal überall Licht anmachen. Können wir hier auch Überordnung machen? Busy ist ein anderes Statement. Es ist ja nicht mal aufgeräumt. Erstmal gucken, was hier jetzt so abgeht. Jetzt scan! Erstmal die Privatsphäre von Leuten missbilligen. Paul, wo bist du? Wir haben noch ein paar Stunden. Ich habe Simon Jarrett erwischt. Lass uns das durchziehen. Ich habe dein Notebook an der Rezeption gesehen. Bist du schon hier? Ruf mich baldmöglichst an. Mach dein Zeug bereit. Von David Monchi. Hi Paul. Habe mit Pace über die Laborzeit diese Woche gesprochen. Ich konnte den Scanner für morgen früh und nochmal für Freitag buchen. Ich weiß, dass man... Das macht zwar nicht viel her, aber sie haben gesagt, dass wir den leer stehenden Rezeptionsbereich als eine Art Büro benutzen können. Dadurch können wir an ihren Computern Simulationen laufen lassen. Außerdem könnten wir dann schnell ins Labor gehen und den Scanner benutzen, wenn sich plötzlich ein Zeitfenster im Benutzungsplan auftut. Ich dachte, wir könnten morgen ein paar Tests laufen lassen. Wir könnten uns gegenseitig scannen, um die Ausrüstung kennenzulernen. Angeblich soll es recht einfach sein. Hoffentlich wird Dr. Aaron Peake am Freitag jemanden rüberschicken. Einer ihrer Patienten hatte kürzlich einen Autounfall. Klingt interessant. David. Wir sind ausgesperrt. Im Laborbelegungsplan gab es heute ein freies Zeitfenster. Leider hat uns niemand über die Änderung des Zeitzugangscodes informiert. Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte Professor Wei dazu, für unser Projekt zu bürgen. Dann bekam ich endlich so einen Oberboss der Rechtsabteilung von PACE an den Hörer, der unsere Labornutzungsberechtigung erneuern konnte. Den Code darf ich nicht in E-Mails oder Textmeldungen weiterleiten, werde aber eine Notiz oder sowas hinterlassen, falls wir ihn vergessen. Okay. Notiz? Ich meine, das ist wahrscheinlich genau so eine problematische Gartenschutzlücke wie über E-Mail, aber ja. Wir müssen erstmal eine Notiz finden. Vor allem, wenn der Laptop da einfach rumliegt. Irgendwas an der Decke? Wo sind hier denn Notizen? Vielleicht hier in irgendeiner der Schublade? Weg mit dem Skalpell. Das Gehirn kann sich selbst teilen. Das Gehirn verfügt über verblüffende, transformative Fähigkeiten, eine Formbarkeit, die ihm die Kompensation und sogar die Heilung von Verletzungen ermöglicht. Diese Worte stammen von Paul Berg, einem Doktorand der Neurowissenschaften der York-Universität von Toronto. Diese Fähigkeiten sind es, die Berg und sein Kollege David Munchy, seines Zeichens Student der Computerwissenschaft, anzuregen hoffen. Es geht darum, dem Gehirn beizubringen, das Richtige zu tun. Wir hoffen dies mit einfachen Komponenten wie Übungen, Therapie und leichten Medikamenten zu erreichen. Munchy und Berg suchen dabei aber nicht nach einem Wundermittel, sondern nach der optimalen Behandlung für jeden einzelnen Patienten. Sie beginnen mit der Aufzeichnung von etwas, das man einen Nakajima-Neurographen nennt. Es ist wie ein richtungsweisendes Bild, sagt Munchy. Aber anstatt eines statischen Gehirnscans kann uns der Neurograph sagen, in welche Richtung ihr Gehirn unterwegs ist. Versuch und Irrtum. Dabei handelt es sich nicht um eine weitreichende Vorhersage, sondern nur um Millisekunden. Aber mit der richtigen Computerartware können Berg und Munchy jede Art von Medikament verabreichen, ohne dabei zu riskieren, das tatsächliche Gehirn zu schädigen. Wir könnten versuchen, ihrem Gehirn eine Überdosis Schmerzmittel zu verabreichen, während der Körper einen Marathon läuft, fiel Berg als Beispiel an. Es ist nur ein Computermodell. Wir sind in der Lage, sie eine Millionen Mal falsch zu behandeln, nur um die richtige Methode zu finden. Und wenn sie schließlich die optimale Behandlung finden, wenden sie sie auf den tatsächlichen Patienten an. Ihr Forschungsprojekt steckt zwar noch in den Anfangsstudien-Stadien, hat aber schon die Aufmerksamkeit der PACE Laboratories auf sich gezogen, die ihnen hinsichtlich Ausrüstung und Arbeitsbereichen unter die Arme greifen wollen. Wir haben großes Glück, solche Unterstützung zu erhalten, sagt Berg. Jetzt müssen wir nur noch das Rampenlicht verlassen und das Konzept auch umsetzen. Nett. Und einen USB-Stick, den wir, wenn wir den, haben wir hier einen USB-Slot an dem Computer? Gehst du da irgendwie rein oder hier oben am Laptop? Kannst du den da reinstecken? Nicht? Okay, dann nicht. Dann ist es schön, dass der da ist, wenn der keine Bewandtnis hat. Aber naja. Jesus. Wir müssen überall Unordnung hinterlassen. Können wir das hier nicht umkippen? Schmeiß den oben. Geht doch. Was haben wir hier oben drin? Ist hier die Notiz? Was zur Hölle ist das? Stifter. Aber die Geräuschkulisse ist das nicht. Ist hier die Notiz drin? Page 56. Barograf Nakajima. Moment Death Tweak for Right Length. 2501, da ist es. Okay, sehr schön. Können wir uns hier auch Wasser nehmen? Es wird aber nicht leere. Naja. 2501. Wir brechen ein. Hello? Ich bin da. Hello? Okay. Wer weiß, vielleicht sind wir ja auch schon längst in der Simulation. Ich möchte hier den Feuerschlauch. Best Aid Kit darf ich auch nicht haben. Na super. Ist alles abgeschlossen. Was ist denn, wenn hier ein Notfall wäre? Die Tür ist wahrscheinlich auch abgeschlossen. Nee, die Tür ist nicht abgeschlossen. Okay. Hello? Was zur Hölle ist das für eine Nadel? Muss hier so lang sein? Los, alles weg damit. Jetzt ist sie eh nicht mehr steril. Aber ich glaube, das war sie vorher auch nicht, wenn sie da einfach so rum lag. Können wir hier irgendwas machen? Hier laufen irgendwelche Sachen durch. Wunderbar. Niemand weiß, was abgeht. Ich nehme diesen Stuhl hier mit. Und mache wahrscheinlich Licht an. Wir müssen Strom verbrauchen. Bohrmaschine? Soll ich irgendwas bohren? Aber da ist kein Aufsatz drauf. Naja. Hello! Fragst du dich gar nicht, wie ich hier reingekommen bin? Ja. Kann ich ihn abwerfen? Erstmal ausprobieren. Anscheinend nicht. Was kann ich hier sonst noch für Unordnungen machen? Nicht sehr viel. Die Maus ist das einzige, was ich in die Hand nehmen kann. Das ist ja furchtbar. Nein! Ich muss gucken, ob ich hier noch so Licht aus und... Kann ich die hier auch ausschalten? Anscheinend nicht. Nein. Bitte nicht nichts. Kommt, lass uns das machen. Bitte nicht nichts. Kommt, lass uns das machen. Ich fasse alles an, was ich anfassen kann. Ja, ist ja in Ordnung. Setzen wir uns halt hin. Lassen wir unser Gehirn scannen in dieser sehr merkwürdigen Einrichtung hier. Die überhaupt nicht nach einem Krankenhaus aussieht. Wer weiß, wo ich hier hin geraten bin, ey. Das ist alles sehr unseriös. Da werden einfach Zettel mit irgendwelchen Sicherheitscodes liegen gelassen. Was war das? Warum hören wir uns so elektronisch an? Ich glaube, wir haben nicht nur die Indianer dran gedacht, aber naja. Und jetzt sind wir in einer Simulation. Also spätestens jetzt. Hallo? Mr. Munchi? Ich weiß nicht, was er denkt, was wir für eine Behandlung hier brauchen, aber... Vielleicht ist er auch einfach nur ein Sadist. Das ist nicht lustig. Oh, Alter. Ich glaube, wir brauchen eine Brille. Woher ist dieses Ort? Wie kam ich hier? Ich weiß wirklich nicht, wie uns das bei unserer Gehirnschädigung helfen soll. Ich weiß nicht, warum wir das überhaupt als Test durchführen, aber vielleicht... will der ja auch was ganz anderes erreichen und wollte einfach nur unser Einverständnis. Servicekonsole zum Zugriff. Omnitool einführen. Ja, ich glaube, das Omnitool, was ich besitze, ist nicht das, was ich... Was man hier einführen sollte. Ähm... Ja. Wir kommen hier aber auch nicht raus. Das heißt, wir müssen dieses Omnitool finden anscheinend. Das ist schon wieder so viel Mist. Das ist alles falsch. Das ist nicht das, was ich suche. Aber auf der anderen Seite, der Ort ist so heruntergekommen, da macht das auch nicht wirklich Spaß, ihn in Ordnung zu treiben. Naja. Omnitool. Wo finden wir ein Omnitool? Automatisiert. Terminal Freischaltung über Servicekonsole. Wir haben ein... Ist das ein Freierlöscher? Ehh... 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 Holy Shit, es funktioniert! Ehh... Da habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Jetzt haben wir uns erstmal überall aufge... Blitzt, aber naja... Ein Wunsch, alles in Ordnung zu bringen und zu zerstören, hat uns sogar mal echt weitergeholfen. Guck mal hier, Feuerlöscher. Ehh... Ehh... Und leere Dosen. Ich weiß nicht, in der Küche hier haben wir glaube ich nichts zu suchen. Aber wenn wir irgendwas brauchen, dann finden wir es hier auf jeden Fall. Das Badezimmer können wir auch benutzen, das ist schon mal sehr gut. Darum müssen wir uns auch gerne Gedanken machen. Hello? Aber wie zieht man diese Toilette ab? Eine sehr interessante Klobrille. Hello? Klimaanlage haben wir auch, um Luft brauchen wir uns auch keine Gedanken machen. Will ich mal hoffen? Oh Gott. Was zur Hölle passiert? How? What did you do? Was hast du überhaupt gemacht? Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Das war glaube ich nicht so gut. Aber naja. Hier war doch bestimmt irgendwas eingesperrt. Roboter? Was... Was geht auf unsere Sicht ab? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Aber ich habe das Gefühl, dass gleich Ärger auf uns zukommen wird. Hey, du. Kannst du sprechen? Kannst du sprechen wie die anderen? Redest du gerade mit mir? Oder redet gerade irgendwer anders zum Roboter? Ja. Du willst etwas Strukturgel? Ja. 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 Das ist so weirr. Das macht keinen Sinn. Ich werde dich jetzt aufhören. Okay? Ja. Du bist als Hölle. Also ich werde dich aufhören. Ja. Okay. Du bist ausgeschaltet, oder? Die Frage ist, ob auch alle anderen ausgeschaltet sind. Warum geht hier direkt die... Hello? Ja, Q oder E, das habe ich schon herausgefunden. What the fuck? Hello? Jemand hier? Ich glaube, da ist irgendwas drin. Können wir das hier irgendwie zumachen? Ich habe einen Feuerlöscher. Ich warne euch. Okay. Nevermind. Ich glaube, ein Feuerlöscher beeindruckt euch nicht so sehr. Okay. Ich erzeuge weniger Geräusche, wenn ich mich duckere. Ja. Das hat man mir schon gedacht dem... Aber in dem Fall... Sollte man sich wahrscheinlich eher verstecken. Hello? Hallo? Ich weiß nicht, wo ich hier bin oder wo ich hin will, aber... Nein, das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Was auch immer dahinter ist, ist sehr stark und kann wahrscheinlich auch mit dem Ding da durchbrechen. Wir lassen das einfach da dran hängen. Wir gucken uns erstmal weiter oben. Wir gucken uns erstmal weiter oben. Ein bisschen Strom. Was ist das denn? Ist das ein... Frischgewichtsschild? Es scheint. Es scheint ein... Sehr merkwürdiges Frischgewichtsschild. Aber naja. Was haben wir denn hier? MIT... Omnitool schwenken. Oder mit Omnitool schwenken. Okay. Ich dachte, das wäre Englisch. Deswegen... Naja. Ich wette, hier kriege ich... Ah, shit! Ja. Und dafür brauche ich nicht mal nahe rangehen. Ja gut, dann gehen wir wohl hier durch. Was wahrscheinlich ein Fehler sein wird, weil wir jetzt das Monster rauslassen. Aber was tut man nicht alles für ein bestes Omnitool als das, was man schon in der Hose hat? Hello? Ich wollte nur mal sagen, ich bin auf deiner Seite. Hey, das ist Omnitool. Auf Tab haben wir Inventar. Das ist wunderschön. Ich nehme einen Stuhl mit. Als Sicherheit. Als Sicherheit, wovor fragt ihr? Das weiß ich selber noch nicht. Zum Beispiel davor. Möchtest du einen Stuhl haben? Möchtest du einen Stuhl haben? Ich weiß nicht. Man fühlt sich einfach sicherer mit einem Stuhl. Man kann sich überall hinsetzen und ausruhen. Zugriff verweigert. Aber warum? Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir mal zurück. Und gehen dahin, wo wir ganz am Anfang waren, weil da konnten wir auch irgendwas mit dem Omnitool machen. Und wahrscheinlich werden wir in der Zwischenzeit von Monstern getötet. Wenn der Stuhl sie nicht aufhält. Wenn der Stuhl sie nicht aufhält. Wir haben Lichter. Da ist das, sie können die in der Dunkelheit nicht sehen. Da ist die Küche und das Badezimmer. Da ist noch eine abgeschlossene Tür, die wir wahrscheinlich zulassen sollten. Achso, ne, da sind wir rausgekommen. Ja, dann lassen wir sie doch auch einfach zu. Wir können ja durchs Fenster gehen. So, dann gucken wir mal. Omnitool einführen. Führ's mal da ein. Wahrscheinlich hier. Können wir uns jetzt mehr Zugriff verschaffen? Systemstatus. Wären Zugriff abgelehnt. Server offline. Hauptstromversorgung ausgesetzt. Programm unzuverlässig. Verweigert. Notfallsysteme 13 Tage verbleibend. Ja, da haben wir noch einige Zeit. So lange will ich eigentlich nicht hier bleiben. Der Scan ist komplett kaputt. Omnitool. Werkzeugchipverwaltung. Nicht eingefügt. Vortexchip. Korn. Werkzeugkasten freischalten. Nett. Orientierung. Ich weiß, dass sie dir gesagt haben, dass die Technikäte vollständig werden würde vollständig werden. throughout Pesos 2. Ich bin hier zu sagen, dass das nicht passieren wird. Geh mir falsch. Ich will nicht in deinen Weg. Wir brauchen die Leute, um diesen Ort zu gehen. Aber es muss sich zumindest auf diese Dinge geben, auf diese Dinge zu sein. Ich will nicht hören, dass du in irgendeine Quarantinung auf Omicron und einfach den ganzen Ort mit einem Virus oder was sie da machen. Das ist das, was du kannst. Bisher nicht. Okay. What the fuck ist das für ein Tutorial-Video? What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it really. My name is John Strohmeyer. Pathos 2 Security Operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues. You can't handle yourself. Good luck. Die Unseriosität geht auch hier weiter. In der Simulation anscheinend. Aber okay. Inventar. Unbekannte Kontaminierung. Okay. Und in Verwendung, in Verwendung. Okay. I guess. Das ist dann alles. Kann ich jetzt mein Omnitool wieder haben, bitte? Irgendwie. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich glaub, die solltest du nicht durch die Gegend schmeißen. Die brauchen wir vielleicht noch. Also ich bin ja jemand, der alles durch die Gegend schmeißt, aber... Äh... Was mach ich hier mit? M3? Kann ich das da... Kannst du da einfügen? Okay. Vielleicht brauchen wir sie doch nicht. Gut. Äh... Omnitool. Werkzeugchip. Update. Exer-Chip-Update ausgeführt. Danke dafür. Jetzt das Omnitool entfernen. Okay, nett. Was kann ich jetzt damit so machen? Kann ich jetzt die eine Tür öffnen? Irgendwas ist hier langgegangen. Ich weiß nicht, ob ich es verfolgen sollte. Aber auf der anderen Seite, ich habe einen Stuhl. Was habe ich schon zu befürchten? Hello? Irgendjemand hier? Stuhl, komm mit. Du hast nichts zu befürchten. Du bist nur ein Stuhl. Dir kann nichts passieren. Du musst dir mehr Sorgen um mich machen. Oh, ich habe noch die Tür. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Stuhl, wir gehen auf ein Abenteuer. Nur du und ich, okay? Wir sind schon wieder unter Wasser. Was hat es denn diesen Oktober mit den ganzen Wasserleveln auf sich? Es ist unglaublich. Der Spooktober ist total wasserlastig. Was haben wir hier? Data-Buffer available. Okay. Wie weit ist das wohl bis zur Oberfläche? Das Problem ist halt, wenn man so mitten irgendwo im Meer ist, ist es halt auch, wenn man zur Oberfläche kommt, das bringt einem überhaupt nichts. Ich glaube, hier unten ist man viel sicherer. Das hatte ich ja letztes Mal schon mal gesagt. Was haben wir denn hier? Zeichnung von Fischen. Zurück und anders. Dickes Struktur-Gel, das sie nicht abstreifen können. W-A-U-S. Frankensteinfische. Okay. Ganz viele Fischzeichnungen. Warte mal, da war... Das links unten ist kein Fisch. Aber es ist ein Mensch mit zu vielen Augen oder sonst was. Als wäre nichts passiert. Alles sieht unverändert aus. Alles gleichermaßen still. Okay. Google bekommt es wieder mit mir mit. Aber bitte mit ein wenig Abstand. Wo wollen wir denn jetzt hin? Ich weiß nicht, was unser Plan ist. Wir wandern hier erstmal gerade blind lang. Na toll, Stuhl. Was machen wir denn jetzt? Obwartet uns die Kamera? Ah, die verfolgt uns. Können wir hier irgendwas machen? Aua! Alter, okay. Das fassen wir am besten nicht nochmal an. Aber das ist dann genauso wenig. Stuhl, ich brauche deine seelische Unterstützung. Seelisch und moralisch. Und körperlich anscheinend auch. Was ist das hier überhaupt? What the fuck? Das will ich eigentlich nicht anfassen. Und ich... Ich weiß es nicht, aber wollen wir es überhaupt wissen? Ja, das kann gut oder schlecht sein. Okay, anscheinend... So sieht es gerade in unserem Gehirn aus. Und wir wollen anscheinend was dagegen unternehmen. Ja, kletter da rein. Ich hoffe, du kannst den Stuhl noch tragen, weil ansonsten haben wir ein Problem. Ja, ein wenig clunky, aber es passt schon. Können wir den vielleicht drehen? Weil ich glaube, so passt das besser, auch wenn wir jetzt nichts mehr sehen. Aber vielleicht wollen wir ja auch gar nichts sehen. Man weiß es ja nicht. Stuhl, bitte kooperiere. Ja, genau deswegen habe ich dich mitgenommen, Stuhl. Für einen Fall wie diesen. Monster im schmalen Gang. Und Stuhl blockiert den Weg. Oder zumindest die Sicht. Das ist abgeschlossen, das ist nicht gut. Aber das macht nichts. Hallo? Monster, ich warne dich, ich habe einen Stuhl. Und ich scheue mich auch nicht, ihn zu benutzen. Station Control. Warum genau kriechen wir durch Lüftungsschichte? Hi. Du zappst anscheinend gerade die Anlage an, das ist nicht so gut, oder? Hey. Kann ihn hören? Ich meine... Ich habe es auf die freundliche Variante versucht. Jetzt werden wir unfreundlich. Ich? Ich? Okay, dann geht er wieder rein. Ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich bin okay. Ja, aber ich brauche den Strom auch. I'm very sorry, aber ich brauche den Strom. Funksignal blockiert, zu wenig Strom. Hier ist alles belastet. Was steht hier? Auf keinen Fall das Strukturgel berühren. Sein Effekt auf die WAU kann nicht bestätigt werden. Störfall wurde bereits SSI Vault Check gemeldet. Okay. Können wir hier irgendwas starten? Achso, okay. Ich muss es anklicken. Okay. Okay. Das sieht doch ganz hilfreich aus. Cool. Bitte beschütz mich. Ich weiß nicht, was hier passiert. Aber ich glaube, wir haben gerade sehr viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Cool, bitte keinen Streit mit deinen Mitstühlen. Stuhl und ich sind hier, ja. Ich höre dich. Absalon, was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach hier aufgewachsen. Und in der Raum, jetzt? Es war wie ein Seat mit einem Helmet. Ist das richtig? Und was ist dein Name? Ich bin Simon Jarrett. Und was du... Oh, so großartig. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Uh, irgendwo mit dem Elektrik. Ich weiß nicht, ob es eine Plante oder Transformer ist. Ja, du bist wahrscheinlich in der Thermal-Plante irgendwo. Du willst nach dem Komm-Center. Das ist die Runde mit dem Dome-Seiligen. Hey, look, das Ort ist nicht... Es ist wirklich etwas falsch hier. Hallo? Hallo? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the Komm-Center upstairs. I'll wait here. Okay. Na, super. Cool. Was ist deine Meinung zu dem Ganzen? Ja, genau das meine ich auch. Wir gehen weiter auf Reisen. Cool. Ich glaube, wir haben zu viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Wir könnten eventuell ein kleines Problem haben, aber... Es wird sich hoffentlich noch herausstellen. Vielleicht ist es auch gar nichts. Wir werden sehen. Meinst du, wir schaffen es, darüber zu springen, Stuhl? Sollen wir es probieren? Ah! Ich meine, wir hätten es vielleicht geschafft. Null. Du musst mich beschützen. Da ist etwas, was uns, glaube ich, angreifen möchte. Null-Attacke! Stuhl, du bist keine gute Ablenkung. Du bist keine gute Ablenkung. Wollen wir da hin? Okay, Stuhl. Wir gehen hier einfach ganz schnell raus. Daher, wo das Ding gekommen ist. Da geht es hoffentlich nicht nochmal hin. Oder vielleicht auch schon. Wir wissen es nicht. Aber wir sind erstmal aus der Gefahrenzone raus. Stuhl, was war so dein Eindruck von dem Ding? Du hast es ein wenig näher gesehen als ich. Ist das gefährlich? Können wir ihm vertrauen? Können wir mit ihm kommunizieren? Oh. Sorry, Stuhl. Das war nicht meine Absicht. Stuhl, ich glaube, es hat dich gehört. Stuhl, wir sitzen in einer Sackgasse und es kommt hier rein. Weil es uns gehört hat. Stuhl, lenke es ab. Cool. Sehr gut gemacht, Stuhl. Okay. Wir sind hier anscheinend nicht richtig Stuhl. Das andere Problem ist, ich weiß auch nicht, wo wir richtig sind. Wahrscheinlich müssen wir da hoch. Also Stuhl, begeben wir uns jetzt mal die Treppe hinauf. Leise, aber sicher. Wobei hier alles sowieso so laut ist, dass uns das Ding nicht hören sollte. Ein Stuhl, es ist heiß. Warum hast du mich nicht gewarnt? Okay. Stuhl. Wir müssen anscheinend irgendwie das Gas abstellen. Stuhl, es kann Treppen gehen. Stuhl! Stuhl, lenke es ab, es kann Treppen gehen. Ah! Es ist heiß hier oben! Stuhl! Stuhl, warte mit! Stuhl! Ich weiß jetzt nicht mal, ob ich von dem Gas oder von dem Typen gestorben bin. Wahrscheinlich eher von dem Gas. Wahrscheinlich eher von dem Gas. Verdammter Mist. Ein Stuhl. Wir tun mal so, als wäre das gerade nicht passiert. Ich weiß trotzdem leider nicht, was wir hier tun müssen. Guck, er kann gar nicht weiter machen. Cool, halte du Ausschau nach unserem Freund. du guckst, wo er lang geht, ja? Und du blockierst ihn den Weg, dass er hier nicht her kann. Ich guck mal, was ich hier so tun kann. Stuhl, lenke ihn bitte ab. Stuhl, führe eine nette Unterhaltung mit ihm. Seine Aufmerksamkeit darf sich nicht auf mich lenken. Stuhl, wo bist du, Stuhl? Oh Gott, Stuhl, du hältst ihn auf. Stuhl, du hast ihn zu mir reingelenkt, oder? Nein, okay, du hast ihm gesagt, er soll ihn in eine andere Richtung suchen. Das ist sehr gut. Die Frage ist, wie schalte ich dieses Gas ab? Vielleicht durch Knöpfchen drücken? Berühren. Stuhl, das macht sehr viel Lärm. Muss ihn, glaube ich, gleich noch einmal ablenken. Oh Gott, Stuhl, der kommt zurück. Tu was! Stuhl sagt mir, er soll sich wieder umdrehen. Er darf hier nicht lang. Wir müssen gleich hier lang. Oh Gott. Stuhl! Sehr gut, Stuhl, halt ihn auf. Okay, ich stehe im Stuhl. Sehr gut. Cool, er kommt zurück. Ich weiß nicht, was er hier will, aber er kommt zurück. Cool, mach nicht so viel Lärm. Er hört es doch. Cool, das war knapp. Ich weiß nicht, ob das Gas jetzt ausgeschaltet ist. Aber wir werden auf hier... Nee, das Gas läuft immer noch da oben. Ich kann es von hier aus sehen, Stuhl. Ich weiß nicht, wie wir da lang kommen. Vielleicht müssen wir mal hier oben gucken. Stuhl, du wartest hier, ja? Will ich hier irgendwo das Zeug ausstellen? Hier vielleicht abdrehen? Stuhl, ich glaube, ich wurde bemerkt. Halt ihn auf! Stuhl, tu was! Stuhl hat mich bemerkt! Stuhl, halt ihn auf! Wir müssen hier weg, Stuhl! Stuhl, lauf! Jetzt sind wir schon wieder hier. Es ist kein Gas. Stuhl. Stuhl, tu was! Stuhl! Okay, sehr gut gemacht, Stuhl. Ich weiß nicht, was du getan hast, aber du hast uns beide gerettet. Und es ist hier ein Hebel aufgetaucht, entscheidend. Okay, Stuhl. Die Klappe geht auf, das macht sehr viel Lärm. Wir müssen hier raus. Und wir müssen weiter nach oben. Einfach weiter entkommen. Gar kein Problem hier. Wieso kann ich den Hebel hier nicht umlegen? Stuhl, du blockierst den Weg, okay? Du lässt hier niemanden hoch. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Was ist hier denn los? Lockdown. Process initiated. Für Details bitte Terminals überprüfen. Ja, mir geht's nur gerade nicht so gut. Was haben wir hier? Können wir wieder irgendeine Fähigkeit lernen oder sowas? Oh, ich weiß wirklich nicht, was wir hier tun. Lichter ein- und ausschalten, das ist wunderbar. Was machen wir denn Terminals? Das ist eine Karte. Und das ist schön. Ich weiß gerade nicht mal, wo ich hin will, also... Okay, hier ist alles kaputt. Okay, hier ist alles kaputt. Ich bin hier. Hi, kannst du mit mir reden? Kann ich da zu dir runter oder greifen mich die Dinger an? Ja, ich bin ja da. Ja, du siehst noch ein wenig merkwürdig aus. Hey, what the fuck? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. Okay. Kann ich dir nicht irgendwie helfen? Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Geht's dir wieder hin, oh gut? I can't move. Please. I'm sorry, I think I pulled the wrong lever. Oh, don't sweat it. Just get me a doctor. Geh, ich weiß nicht, ob ein Doktor dir helfen kann. Äh. Ja, schauen wir uns erstmal um. Was können wir hier sonst noch so machen? Ja. Okay. Ich würde sagen, diese Tür machen wir wieder zu und gehen da nicht lang, wo irgendwelche Toten rumliegen. Das heißt nämlich meistens Gefahr. Auf der anderen Seite könnte man auch der erste Tote auf einem neuen Weg sein. Also. Aber dann ist man wenigstens was Besonderes. Was ist denn hier los? Hier kann ich überhaupt nichts machen. Das sind sehr viele Sachen, aber die bringen mich auch nicht wirklich weiter. Workshop. Was steht da? Critical System Failure. Please reboot the Workstation if the problem persists. Inform your Administrator. Okay. Ich weiß nur leider nicht, wer mein Administrator ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir das hier rausfinden. Oh Gott. Oh Gott. Okay, die verwandeln hier Menschen anscheinend in einen Roboter. Aber wollen wahrscheinlich das Menschliche aushebeln. Ja, ich glaube, wir müssen hier lang. Hier kann man sich verstecken. Ist ja wunderbar, dass das nötig sein wird. Nö, er lebt noch. Samken Karl. Die sollten wir vielleicht mitnehmen. Ja. Sowas habe ich mir nämlich schon gedacht. Die haben anscheinend wahrscheinlich sein Gehirn entnommen oder sowas. Leistungsfähigkeit oder keine Ahnung. Da können wir nicht lang. Da ist rot. Und das ist hier oben so. Hier ist immerhin ein Durchgang. Okay. Hier können wir uns auch verstecken, wenn wir uns... Ja, uns... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte diese Tür nicht öffnen. Aber auf der anderen Seite bin ich zu curious. Lauf! Okay, so viel dazu. Hätte mich auch gewundert, wenn das System die hätte aufgehen lassen. Dann wäre nämlich das System kaputt. Wenn wir uns noch einen Anzug mitnehmen. Die Nummer 3 zum Beispiel. Azura Amy. Okay. Peter, sofort umkehren. Wir haben Epsilon versiegelt, um den weiteren Betrieb zu gewährleisten. Vermasselt ist nicht. Ah, Azura. Carl, war nicht mein Fehler. Okay. Können wir uns auch in... Nein, wir können uns nicht in Spinnen verstecken. Okay. Nicht diese Art von Horrorspiel. Okay. Machen wir dieser Tür wieder zu? Und dann habe ich keine Ahnung, was wir jetzt noch hier machen können. Ja, ich glaube, ich helfe dir, indem ich jetzt einfach diesen Hebel da oben lege und dich eines Gnadenbüros sterben lasse. Keine Sorge, alles gut. Ich bin sehr gut. I'm very sorry. Jetzt sind hier alle offline. Inwiefern hilft uns das, wenn wir hier irgendwas machen? Ja gut, vielleicht stirbt er auch nicht. Er leidet nur. Aber ich weiß nicht, ob wir den Strom abstellen müssen. Das kriege ich nicht auf. Immer noch nicht. Duel, hast du schon irgendetwas gesehen, was verdächtig ist? Ignorier die Schmerzensschreie von nebenan. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns das nicht weiterhilft. Oder ist hier jetzt irgendwas anders? Nein. Ja, keine Ahnung. Also das müssen wir wohl wann anders machen. Ist ja gut. Ich mache es ja wieder aus. Oder an. Wie auch immer. Alles gut. Ja, ich glaube nicht. Wenn wir ihm irgendwie sagen, dass er tot ist. Also er ist hier angeschlossen, aber das... Was bringt es uns denn, wenn wir den Strom ausstellen? Also außer, dass wir ihn zum Leiden bringen können. Hier passiert ja nichts. Hier geht weder irgendeine Tür auf, noch... ...irgendwas anderes. Hier, möchtest du eine Tasse? Bitteschön. Ich habe keine Ahnung, was uns das bringt, den Strom auszustellen. Haben wir vielleicht Stuhl? Ist vielleicht in der unteren Ebene noch was? Weil hier können wir uns ja auch noch umgucken, glaube ich. Hier ist zum Beispiel auch so ein Hebel, demnächst erstmal. Das ist sehr gut. Jetzt fühle ich mich direkt viel sicherer. Können wir jetzt vielleicht oben den Hebel umlegen? Nein. Ich dachte, das wäre so eine Lockmechanik, dass eins immer zu sein muss, bevor... Also, dass alle zu sein müssen, bevor man eins öffnen kann. Aber das ist es nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung. Weil ich kann nichts anderes bedienen. Hier ist halt eine Anleitung. Wart mal, wo sind wir denn gerade? Wir sind gerade in der Workstation. Können Text lesen. Ja, toll. E-Werk. Sind wir da gerade rausgekommen? Ist das X das, wo wir sind? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Nee, das heißt einfach nur, der Zugang ist... Hier sind es viele Xs. Wir sind... Wir sind ja bei der Assembly, glaube ich, oder? Control Station. Hinter uns ist der Workshop. Ach, da, wo der weiße Punkt ist. Da sind wir. Da rechts. Ja, hier. Da steht es ja auch. So, und wir wollen zur Shuttle Station. Oder was hat sie gesagt? Aber wie kommen wir da hin? Weil das Tor zur Assembly ist zu. Und das kriegen wir auch nicht offen. Flow Control und Power Channel. Vielleicht da drüber? Beim Changing Room? Gehen wir nochmal dahin, wo der Tote liegt. Haben wir da vielleicht irgendwas übersehen? Aber hier kommen wir ja auch nicht rein. Danger Restricted Area. Ja, das ist schön. Aber ich würde da gerne rein. Und hier ist ja sonst auch nichts mehr. Es sei denn, hier ändert sich irgendwas, wenn wir den Hebel umlegen. Aber das bezweifle ich irgendwie. Weil eigentlich passiert nur was in der Assembly selber. Hm. Ja, komm, probieren wir es nochmal. Very sorry, aber... Ich weiß nicht, was macht denn dieser Strom überhaupt? Können wir jetzt das Tor hier aufmachen? Oder können wir da einen Stecker ziehen einfach? Nee, ne? Und währenddessen können wir auch nicht mit ihr reden, ne? I'm very sorry, ja? Aber ich weiß nicht, was ich sonst hier machen muss. Ich meine... Ich glaube, das sorgt für irgendwas hier drin, aber ich kann hier drin ja nichts machen, weil ich da nicht reinkomme. Weil da drüben ist ja die Power Control. Und hier oben kann ich auch immer noch nichts machen. Ja. I really don't know. Im Workshop nichts anderes. Ist es da nichts anderes? Hier passiert auch nichts anderes. Unten irgendwas Neues. Läuft der hier unten eigentlich noch rum? Ich sehe ihn zumindest nicht. Hey, wir hören ihn von hier unten. Gut, dann gucken wir uns vielleicht hier nochmal um. Vielleicht hat das ja irgendwas bewirbt, dass wir da oben den Strom ausgemacht haben. Ich wüsste nur echt nicht was. Er hat sich nichts verändert, meiner Ansicht nach. Wenn wir auf hochklettern, aber das bringt uns ja auch nichts. I'm sorry, Abwehr, aber ich muss ja irgendwie weiterkommen. Oha. Und Fallschaden hilft nicht sehr viel aus. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber auch nicht, dass man da nochmal runter sollte, weil man ja eigentlich Angst vor dem Vieh hat. Oh, was haben wir denn hier? Irgendwelche Notizäfte. Hier sind noch mehr Bilder. Aber das hilft mir auch nicht wirklich weiter. Naja, es bringt dich ja nicht um, ne? Aber dein Geschrei nervt schon ganz schön. Hallo? I really don't know. Der ist jetzt hier wieder, also, warte mal, hier sind ja vier Arme. Aber ich sehe nur drei. Ne, da hinten ist vier. So, der erste ist komplett offline. Der ist einfach grau. Der zweite hat eine Warning, ganz offensichtlich. Der dritte ist online, aber der macht nichts. Das ist aber der, wo auch die Klappe offen ist. Weil ich kann hier nichts dran machen. Und ich kann den Arm auch nicht steuern und der hat offensichtlich auch eine Fehlfunktion, meiner Meinung nach. Und der hier scheint am besten zu funktionieren. Ne, aber auch irgendwas von Warning. Weil das hat hier jetzt gerade gewechselt von Warning zu Online. Sehr merkwürdig. Aber ich kann die hier auch nicht bedienen. I don't know, kann ich mit dem Ding irgendwas machen? Aber das würde er automatisch halten, oder nicht? Es ist gerade echt sehr verwirrend. Lenne ich hier noch irgendwas Neues? Ne, das ist genau das Gleiche. Das brauche ich dann nicht. Ich weiß nicht, Spiel, was möchtest du von mir? Reboot the workstation. Wie rebooten wir die denn? Aber keine Ahnung, wie wir die rebooten. Bin sehr verwirrt gerade. Was steht denn? Hier können wir dran. Ah, ID und wir haben... Ah, ja, 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 ja. Wie kommen wir auf unsere Notizen? Haben wir die hier irgendwo? Hier nicht? Oder, nee, warte mal, wir haben keine Notizen. Wir müssen einfach gucken, was er für eine ID hat und dann hatten wir noch die von Amy gefunden. Hast du die finalen Backup-Turbos gehört? Alles ist so festgelegt. Wir haben unsere Betten as much as we possibly can. So, that's it? Enough power to run Pathos 2 until the next Apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run at peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're going to have a helluva time getting around Oh man. Ja. 0722 hat er schon mal. Und was hatte sie hier für eine ID? 0735. Ich weiß nicht, welche wir brauchen oder ob wir beide brauchen, aber ich schau mal. Ändern zu 0722. Eingeloggt als Karl Semken. E-Mail. Stromproduktion wurde gesichert. Wir haben die Fabriken versiegelt, damit das Werk weiterläuft. Alle überflüssigen Systeme wurden abgeschaltet. Sollte jemals irgendjemand zurückkehren, müssen dann bitte nicht vergessen, dass der Stromflussregler quasi am seidenen Faden hängt. Wenn der Schalter umgelegt wird, ist es dann wahrscheinlich ist es das wahrscheinlich gewesen. Wir sind weg. Sende? Das ist ein Entwurf. E-Mail konnte nicht gesendet werden, Verbindung konnte nicht etabliert werden. ja gut. Power Manager. Wenig Strom. Okay, also wir können immer nur zu verschiedenen Sachen Strom leiten. Verstanden. Personal, Hauptfaktor, Adams, Jane, Post, Teta, Disponenten. Ja gut, das ist alles gerade sehr unrelevant für uns. Was ist denn mit 0735? Amy Azaro. E-Mail. Sie hat es nur gesendet. Wir haben es geschafft, die meisten Backup-Turbos zu verlegen und alle Generatoren zu aktivieren. Y-Sillon sollte noch mindestens ein Jahrzehnt Strom produzieren können, bevor uns die Abzugsschächte durchbrennen beginnen. Die schlechte Nachricht ist, dass es mit den Maschinen schlimmer wird. Wir haben eine Lösung zu ermitteln versucht, sie alle abzuschalten. Aber angesichts der riesigen Menge an Einheiten bei Y-Sillon sieht es nicht gut aus. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass sie die Stromproduktion unterbrechen könnten, wenn wir weg sind. Irgendwelche Vorschläge? Gute Arbeit! Versucht alle Backup-Turbos in Betrieb zu nehmen und die Produktion auf 60% zu drüsseln. Angesichts all der Evakuierung können wir mit einem leisen und gleichmäßigen Summen überleben. Gibt keinen Grund, das System zu stark zu belasten. 20-25 Jahre Produktion sollten möglich sein, bevor wir wieder auf die Turbos zugreifen müssen. Die Roboter werden überall in Pathos 2 immer unberechenbarer und leider gibt es keinen universellen Notausschalter. Da wir wohl nicht nach Y zurückkehren werden, könntest du es mit dem Versiegeln von Sektoren probieren, damit die Helper nicht in wichtige Bereiche vordringen können. Okay. Hier ist auch der Strommanager, das ist also egal, wo wir zugeschaltet sind und Personal auch. Okay. Dann ich weiß nicht, wir machen erstmal die beiden. Storage ist ja direkt nebenan hier. Das ist zwar nicht, was wir hier wollen, aber irgendwas bestimmt. Eine Kurzvorstellung der CCRV7 Blackbox. Diese Blackbox ist ein Präzisionsinstrument zur Beobachtung ihrer allgemeinen Verfassung. Sie vermisst vielerlei Daten, von der Körpertemperatur bis zur Aktivität der Hirnstromwellen. Diese Informationen werden kontinuierlich an WAU gesendet, der Aufsichtseinheit von Pathos 2, damit Ihnen die Station in jeder Situation das angemessene Klima bereitstellen kann. Für optimale Leistung folgen Sie bitte den Autoinjektor Anweisungen. So stellen Sie sicher, dass das Implantat ordnungsgemäß angewendet wird. Okay. Aber helfen tut uns das jetzt auch nicht. Wir sollten vielleicht den Film tragen. Auch bitte? Ich habe keine Ahnung, ob wir das brauchen. Wenn ja, dann rollt es hier jetzt auf jeden Fall durch die Gegend. Aber was sollten wir sonst im Lager hier wollen? So, Infos? Hm. Ich meine, keine Ahnung, legen wir das jetzt erstmal hier irgendwo, ne, da fällt es weg. Legen wir das erstmal hier in die Ecke, dann wissen wir, wo wir es haben, wenn wir es brauchen. Gut, dann kann das Lager aus und das Absaug vor. Wenig Strom. Können wir überhaupt irgendwas anmachen? Okay, wir können eh nur die beiden anmachen. Wo ist denn der Stromflussregler? Oder muss der Stromflussregler an sein, um... Nein. Okay. Dann habe ich da auch keine Ahnung. Haben wir hier jetzt irgendwas geöffnet? den Raum hier hinten vielleicht? Ich meine, hier ist das Powermanagement. Ja, hier ist jetzt offen. Hallo? Was steht denn hier? Read this. Wir haben das System überlastet. Wenn dieser Hebel betätigt wird, gibt es kein Zurück mehr. Wer ihn zieht, sollte einen triftigen Grund dafür haben. Wofür? Amin? Ja, okay. Wir haben keinen Grund, aber wir machen. Ich glaube, ich hätte mich jetzt hier eingeschlossen, weil die Tür zu war, aber naja. Ich habe aber keine Ahnung, was wir jetzt getan haben. Cool. Geht es hier gut da hinten? Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum hier diese Ecke ist. Hallo. 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 Möchtest du nicht lieber hier rüber kommen? Weil ich möchte eigentlich da rein. Das ist nur echt das Problem, dass jetzt der Strom aus ist. Und jetzt alle Türen einfach offen sind. Ich meine, das ergibt hier irgendwie Sinn, aber... Ich wünschte wirklich, das wäre nicht so. Okay. Sind wenigstens die Gates jetzt hier auch offen? Nein, natürlich nicht. Wie geht's dir so? Du bist tot. Du bist einfach tot. Dann können wir den Hebel ja auch umlegen. Bringt sowieso nix mehr. Ist alles aus. Stuhl, wie ist oben die Lage? Kann ich hochkommen? Das ist wohl ein Nein. Ja, geh da rein. Das ist perfekt. Geh schön weiter. Das ist gut. Die andere Sache ist, warum funktioniert der Computer eigentlich noch? So wenig Strom. Auch wenn ich die anderen ausmache? Die Interpretationszentrale ist an. Das ist wunderschön, was ich hier jetzt alles anmachen kann. Stuhl, halt ihn auf. Er muss in die andere Richtung gehen. Wir müssen da lang. Verdammter Mist, Stuhl. Tu was. Er geht genau in den Raum rein, wo wir auch rein müssen. Das ist eventuell ein kleines Problem. Das Tor hat er überhaupt jetzt offen? Nein, das ist immer noch nicht offen. Hamter Scheiß. Was soll denn der Mist? Wo muss ich denn jetzt lang? Okay, Stuhl. Ich weiß nicht, ob wir hier sicher sind. Wahrscheinlich nicht. Weil hier oben auch eine Sackgasse ist. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, wo wir landen müssen. Mind your head. Ja, das ist wunderbar. Aber wir haben da... Stuhl, guck einmal um die Ecke, ob der Gang sicher ist. Ja? Braucht da nichts? Okay. Müssen wir vielleicht doch weiter nach oben. Google, wo ist er? Ich kann ihn leider nicht sehen von hier aus. Kommt gerade aus dem Workshop raus. Oh. Ich glaube, du warst etwas zu laut. Sag ihm, er soll weiter den Gang runtergehen. Sehr gut gemacht, Stuhl. Schnell weg hier. Du hast ihn gut abgelenkt. Okay, Stuhl. Wir müssen weiter nach oben. Schnell hier durch. Und die Klappe wieder zu. Gut, Stuhl. Wir sind in Sicherheit. Da wird er nicht durchkommen. Will ich mal hoffen. Und wir können wieder komische Dinger berühren. Defekte Daten gefunden. Dateien wiederherstellen. Okay. I mean, 3103? Partielle Daten, Wiederherstellung erfolgreich. Das ist eine merkwürdige Playlist von Musik. Hey, Hydrated. Hey, Theta. Hello. Hey, guys. I'm Peter Strauss, die Dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon. When we arrive. Alright, Johnson. You have a safe trip. Hey. Hello? Theta? What's up? Absalon. What's up? We could really use direct contact with Heather. I mean, site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumarm relays are basically junk at this point. You could send messages via the comm center. If you want, I'm pretty much almost here. Ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. Alright. We just have to make do. Got you later. Hello? Peter, was it? I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on. What's happening? It's still the same plan, right? Yeah. We'll head to the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. Okay. I'll rally the troops for a while. Okay. Ich weiß nicht, was uns diese Nachrichten jetzt gebracht haben, Lord-technisch. Oder, ja, Lord-technisch schon, aber wie uns das hilft hier zu entkommen. Eine Nachricht. Das Büro wird geschlossen und alle Anwesenden evakuiert. Ich soll dir von allen hier sagen, dass es eine Ehre war, mit dir und Y zu arbeiten. Gott sei Dank. Äh, Gott sei mit dir und viel Glück mit der Apokalypse. What the fuck? Was geht draußen überhaupt ab? Update über die Verteidigungsmaßnahmen. Letzte Anstrengungen der globalen Gemeinschaft, die Kollision doch noch zu vermeiden, sind fehlgeschlagen. Portos 2 sollte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sich auf das unvermeidbare Beben nach dem Aufschlag vorzubreiten. Geschätzte Zeit bis zum Aufschlag? 5 Stunden? 13 Minuten, würde ich einfach mal sagen. Liebes Fräulein Wiktis Jonsdottir, mit großem Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird und Y und Portos 2 nicht länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen, Ihrer Vorgesetzten, Jane Addams und dem Rest des Personals danken. Sie sind wahrscheinlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass wir mit Ihnen, egal wo es weitergeht, weiterhin Erfolg haben werden. Mit freundlichen Grüßen, System der Rektor James Blue. Also anscheinend ist ein Meteor auf der Erde eingeschlagen oder sowas und ja. Jonsi, du magst ja die weitaus besseren Überlebenschancen haben. Wir haben die besseren, wir haben die bessere Aussicht. Salut. Ja, anscheinend ist ein Meteor oder irgendwas auf die Erde eingeschlagen und alle haben sich darauf vorbereitet. So, in... Wie... Wie sieht das hier überhaupt aus? Amerika ist irgendwie... Also irgendwas ist hier kaputt. Das sieht nicht richtig aus. Ich weiß, es ist nicht die komplette... Kugel, Erdkugel, aber trotzdem. Das sieht sehr merkwürdig aus. So, äh, Power an. Nur mal Link unterbrochen. Manuelle Eingabe erforderlich. Äh... 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 Petro? Okay. Kabun. Linkfehler. Können wir uns auch noch woanders mit verbinden, oder... Wie sieht's... Y sind wir... Ja, Lambda. Damit wollen wir uns wahrscheinlich verbinden. Hallo, Lambda? Jemand da? Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared, Simon, Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? Nein. Alles? Haha. Well, you're at Absalon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos too? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people, like Staff or Field Technicians? Only Robots, crazy ones. Ja, ja, wir haben einen Toten gefunden. I think he said his name was Carl. He was okay, but I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Oh. Well, yeah. Robots don't feel anything, so. Yeah. Oh. Was that? What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are shuttle trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Jesus. Hey. Shit. Shit. Where do I? What should I? Oh, fuck. Cool. Hätte mich. Nur noch Stuhl kann uns da rausholen. Ja, jetzt müssen wir wohl ein wenig die Luft anhalten. What? What the hell? Stuhl hat mir einen Anzug besorgt. How is this possible? Oder auch nicht. Oder auch doch. This is insane. Jetzt sind wir ein Subnautica. Okay, Stuhl. Du brauchst zum Glück keinen Sauerstoff. Das heißt, du kannst auch ohne Anzug mit mir kommen. Aber wie komme ich hier raus? Kann ich hier hoch? Können wir nicht schwimmen? Wieso werden wir so runtergezogen? Stuhl. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Hüah. Cool. Reicht mir eine Hand. Ah. Ja, schon fast. Sehr schön. Haben wir das schon mal geschafft? Okay, Stuhl. Weiter geht's. Wir sind wieder irgendwo auf dem Meeresboden. Ich weiß nicht, was wir hier wollen. Aber ich denke mal, es ist der sicherste Ort, wenn ein Meteor in der... Was? Wo ist Flamter? Hast du irgendwas gesehen? Zeppelin Transport. Zeppelin? Ja, ich weiß ja nicht, aber Zeppeline sind eigentlich eher in der Luft und nicht im Wasser. Aber gut. Ich gehe mal nicht davon aus, dass hier irgendeine Tür aufgeht. Oder wie siehst du das, Stuhl? Die sind alle sehr stark shut. Ja, hätte mich auch gewundert. Das wäre mega cool, wenn die Erde einfach überschwemmt worden wäre und wir jetzt so, keine Ahnung, so einfach in der Stadt rumlaufen würden, die alle unter Wasser sind. Können wir hier irgendwas machen? Stuhl, weißt du, wie man hier mit umgeht? Ich habe keine Ahnung, wo wir uns hier befinden. Aber wir folgen einfach mal den Weg. Hey, Licht, das geht immerhin noch. Und der Bewegungsmelder. Ja, Stuhl, kennst du dich hier aus? Weißt du, wo wir hin müssen? Ich meine, hier leuchtet was. Das können wir uns mal angucken. Data-Buffer gibt es. Du musst mir sagen, Straske. Komm, komm! Amy, woher bist du? In der Feld. Ich musste dich wegziehen. Es ist Karl mit dir? Es ging alles in Höhe. Du hast die Kraft automatisiert, nicht? Die planten ist sicher. Wir brauchen die Kraft, um die Kraft zu halten. Oh, fuck die Kraft! Fuck you, Straske! Die Maschine hat Karl-Karren gebrochen. Oh, shit. Oh, all right, um, calm down. Es wird okay. Kannst du zurück nach Theta? Ja. Ich denke so. Ich gehe für den Show. Sehr schön. Die Frage ist, war das schon unter Wasser, als sie hier war? Oh Gott. Hier ist schon wieder viel zu viel Space. Das heißt, hier können irgendwelche großen Raubfische oder sonst was sein. Das ist nicht gut. Wir sollten uns in irgendwelchen Schma... Stuhl? Tu was. Warum gibt es hier auch Wasserroboter? Das war nicht mit eingerechnet. Das ist ein sehr gut verscheucht Stuhl. Kann nur sein, dass wir genau da lang müssen, wo er ist. In diesem Fall haben wir vielleicht ein kleines Problem, aber... Cool, wir schleichen uns einfach drumherum. Lauf, Stuhl! Okay, Stuhl. Hast du irgendeine Ahnung, wo wir hin müssen? Die haben im Moment keine Gefahr im Nacken. Das ist schon mal sehr gut. Da ist... Epsilon B. Ist das richtig? Was haben wir hier denn? Wie geht es dir denn so? Können wir dir irgendwie helfen? Wie sollen wir dir überhaupt helfen? Hi. Kannst du uns den Weg weisen? Stuhl und ich wären dir sehr dankbar. Oder hast du irgendwas anderes für uns? Gut, da bist du. Okay, wir haben dich anscheinend einfach befreit. Du freust dich darüber. Du greifst uns immerhin nicht an. Aber ansonsten viel mehr helfen kannst du uns anscheinend gerade auch nicht. Wir suchen einen Weg nach Lambda. Ist das hier vorne? Was steht da drauf? Opsilon B. Immer noch. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was das hier alles ist. Aber der da... Ich weiß nicht, ob der auch so freundlich ist. Ja, ich glaube, der ist nicht freundlich. Kannst du deinem Kollegen da sagen, dass wir euch nichts Böses wollen? Wir helfen euch sogar. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber schön, dass du mir folgst. Du hast einen Freund gefunden, ne? Weißt du, wie ich nach Lambda komme? Das wäre wirklich sehr hilfreich. Dann würde ich hier nicht einfach nur so merkwürdig im Kreis laufen. Können wir hier irgendwie hoch oder so? Ey, du da oben. Weißt du, wie ich nach Lambda komme? Versuchst du auch einfach nur da reinzukommen, ne? Stuhl. Greif ihn an. Sehr gut, Stuhl. Jetzt wäre eine Karte von Vorteil. Aber hier geht es auch nirgendwo lang. Wir haben hier nur dieses große Ding in der Mitte. Hier ist ein Boot. Hey, ich komme in Frieden. Dein Kumpel hier kann das bezeugen. Hier vorne leuchtet auch irgendwas rot. Was ist das? Und was haben wir hier? Shuttle Station. Das ist doch wunderbar. Willst du mit zur Shuttle Station kommen? Oh! Das ist ja hilfreich. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Cool. Du kommst aber weiter mit... Du brauchst gar nicht abhauen. Öffne die Tür. Es ist aber sowieso alles hier verrostet. Ich weiß nicht, ob uns das viel weiter bringt. Aber wir werden sehen. Macht auf jeden Fall erst mal das Shot zu. Damit hier gegebenenfalls Wasser abgepumpt werden kann. Falls überhaupt noch irgendwas funktioniert. Das ist unser Omnitool. Wunderbar. Cool. Ich glaube, wir haben Glück. Ganz schön schwarz, das Wasser. Das ist ganz schön laut. Das sieht doch ganz praktisch aus. Hier hat Stuhl mitgebracht. Oder man hätte auch einfach sagen können, dass es am Omnitool dran ist. Aber naja. Data Buffer available. Wir müssen wie immer alles reparieren. Das ist nicht gut. Natürlich werden wir das tun. Weil warum auch nicht. Was haben wir denn hier so? Hier ist alles aus. Shuttle. Können wir es öffnen? Das ist zu. Das ist nicht gut. Wie sieht es mit dem Shuttle hier aus? Das geht zumindest offen. Aber das ist nicht sehr bequem. Ich würde lieber in das andere Shuttle hier steigen. Naja. Auf geht's, Stuhl. Los. Und los. Auf zu neuen Abenteuern. Ich glaube, das bringt irgendwie nichts. Was liegt denn hier so? Noch mehr Zettel. Wir brauchen sehr viel zum Reparieren anscheinend. Oder was soll ich mir das sagen? Da sind ganz viele Schrauben und Muttern. Nee. Bleib auf die Tür. Okay, Stuhl. Hast du irgendeine Idee? Ich meine, wir können vielleicht da vorne her. Es ist nicht ganz sicher, auf Schienen zu laufen. Aber auf der anderen Seite ist hier auch eine Tür, durch die das Shuttle erstmal durchbrechen müsste. Und wir kriechen durch eine Höhle. Ich weiß nicht, wie sicher das hier ist. Aber okay. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir, keine Ahnung, wie weit unter dem Meeresspiegel sind. Hallo? Hi. Ich bringe einen Stuhl. Ich hatte nicht vor, dir wehzulassen. Kann ich helfen? Sie lässt mich nicht sterben. Nichts kann ich sterben. Okay. Ich meine... Ich kann das hier einfach ausstecken. Ja, keine Sorge, das wird sich gleich erledigt haben. Oh, fuck. Ja, was dachtest du denn, was passiert? Aber ich glaube, das ist besser für sie. Na ja. Jetzt sind wir mehrfacher Mörder. Oder zumindest Sterbehelfer. Y-Shuttle Station B. Stromversorgung stabil. Strom an, Strom an, Strom an. Das heißt aber, wir können die Gleise jetzt nicht mehr betreten, oder? Äh, ja. Hier ist uns auch nichts mehr, ne? Ne. Okay, Stuhl. Auf zu neuen Abenteuern. Pass nur auf, dass du keinen Stromschlag bekommst, Stuhl. Weil wir haben jetzt überall Strom angemacht. Und dann noch auf Gleise zu laufen, ist eigentlich nicht so gesund für den Körper. Stuhl, du kommst mit. Ob du willst oder nicht. Von mir bist du in Sicherheit. Keine Sorge. Also wahrscheinlich ja genau das Gegenteil. Aber das macht nichts. Ich brauche schließlich eine Ablenkung. Falls alles dem Bach runter geht. Geht immer noch nicht auf. Strom aus. Strom an. Da habe ich jetzt. Danke. Okay, Stuhl. Nein. Lass mich hier rein. Jetzt kannst du gerne die Tür zumachen. So, was haben wir denn hier? Pate 2. Flutbarer Luftschleuser. Reparaturset. Duplexpumpe mal 2. Mehrzweckreiniger mal 1. Ventilpaket mal 5. Dichtungsringe mal 10. Schlagschrauber mal 1. Flexible Rohre mal 4. Und das einzige, was anscheinend da ist, sind die Rohre. Aber das macht nichts. Okay. Okay. Wir wollen das Ding anscheinend hier einführen. Und hoffen, dass wir die Genehmigung haben, um zu fahren. Okay. Wir machen einfach mal alles an. Wie das halt so ist. Einfach Knöpfchen drücken. Und losfahren. Muss ich mich hinsetzen? Anscheinend muss ich mich hinsetzen. Wir wollen... Nee, eigentlich nicht. Wir wollen ja nur nach Lambda, ne? Vielleicht können wir auch direkt weiterfahren. Abfahrt nach Lambda. Auf geht's, Stuhl. Auf neue Abenteuer. Wir fahren 2 Minuten. Wir gucken uns jetzt einen schönen Werbefilm. Ja, ich glaub, das funktioniert nicht mehr so gut. Vielleicht soll ich mir den Werbefilm hier ausstellen. Wir fahren. ja wir haben noch 50 sekunden aber wir können auch nicht aufstehen wir sind anscheinend nicht dazu fähig gleich blockiert ja dann nicht okay das ding ist schlau genug zu sagen dass das gleis blockiert ist aber nicht schlau genug um zu bremsen cool ich glaube wir haben ein problem ist das ding kaputt gegangen deshalb irgendwie nicht gesund aus wir müssen den notausgang nehmen dann wenn der auch blockiert gewesen wäre naja einfach nicht in frage stellen er war ja nicht blockiert ja stuhl wir haben wieder wasser was hältst du so von wasser es schreit nach wasser monster hallo ja katherine is that you i was on my way but then the shuttle train it fucking crashed no i'm not all right what the hell happened in the world why are we under water well don't worry about that right now i realize you confused but you're so close to lambda if you just keep going how close can i walk there yeah but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing what you need to find is your section maintenance patch it'll lead outside maintenance match no problem what's going going on up there i gotta go see you soon as i'm at it katherine you okay hat aufgelegt das ist nicht gemerkt aber ich meine es geht da links ab ich meine das shuttle ist nicht gerade sehr schnell gefahren sagen wir mal das ist mit der geschwindigkeit von vielleicht maximal 70 km h gefahren sei jetzt nicht mal so schnell aus aber man weiß ja nicht und es braucht zwei minuten das kann eigentlich nicht so weit weg sein selbst wenn es 100 gefahren wäre zwei minuten das ist das ist vorher noch nie passiert jesus christ und what the hell ist nicht so ja wir haben er glaube ich die breach gefunden die richtige wo ist denn diese wartungs luke ist das sie hier das schreit exit exit cool auf geht's cool wir haben eventuell ein problem ich hoffe du kannst auf meinem kopf balancieren ich glaube du blockierst meinen weg nach oben so wie das aussieht nein stuhl muss auf jeden fall mitkommen was ist wenn ich nein stuhl kommt am ist kann ich nicht irgendwie mehr stellen oder so ich kann mich doch nicht zurücklassen stuhl ich weiß nicht ob das hier funktioniert viel sagt irgendwie nämlich nein ich glaube wir müssen hier abschied nehmen ich hoffe einfach mal du kommst nach ok gut dann sehen wir uns gleich hier sind sehr viele barnacles stuhl geht's hier unten gut ich warte darauf dass du gleich hochkommst ich könnte hier wirklich seine moralische unterstützung gebrauchen ich könnte hier wirklich seine moralische unterstützung gebrauchen jetzt haben wir hier alles unter wasser gesetzt aha ok cool wir sehen uns an den lampda na toll jetzt bin ich ganz auf mich alleine gestellt ohne stuhl ist das dein ernst ich glaube ich bin ohne stuhl aufgeschmissen muss ich ganz ehrlich sagen ach herrje unser typ ist ein vollidiot ich meine es war wahrscheinlich sarkasmus aber es klang nicht sehr sarkastisch was haben wir denn hier 360 meter bis lampda das ist doch wunderschön ich sage ja es kann nicht so weit sein hallo krabbe lampda hm oh no nicht schon wieder so einer duel ich könnte wirklich deine hilfe jetzt gebrauchen fällst nicht in frage irgendwas hier zum werfen du bist auch gerade 500.000 meter unter wasser bitte nicht lass mich in ruhe ich möchte doch nur nach lampda ich verstecke mich gar nicht ich renne naja die scheinen zum glück nicht sehr schnell zu sein das ist der vorteil aber wer weiß wie viele davon hier unten sind was haben wir hier lampda aber ich habe irgendwie das gefühl dass dieser eingang nicht funktionieren wird der war meint ja mach es mal ganz schnell hier wieder zu hey die kleusen funktionieren noch ja hätte man von so einem verrosteten alten ding nicht erwartet hello sieht auch nicht viel besser aus als epsilon ist irgendjemand hier wo kommt hier licht rein wir sind ganz unten auf dem meer hier ist kein licht jaaa ok katherine gehts ihr gut he ist ja gut ich schau ihn nicht an aber er steht ein bisschen im weg ich schau ihn zu ich schau ihn zu ich schau ihn zu jetzt rein oh no oh no no not you too i was really hoping you were human don't let the circuitry pull you i was human once can't take any more this is everything's fucked i give up there's nothing left calm down it's not the end of the world you sure it sure is how it looks like it for all i know there's no one left except for me what do you mean i'm right here don't take this the wrong way but i meant any humans left except for me have you looked at yourself lately you're walking talking diving suit with some electronics left on for good measure you don't want to think about it we'll start thinking about it i don't want to do this anymore i don't want to be this i want out before you do anything hasty could you help me with something what i was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground your project how could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world okay focus i need you to fix me so i can get back to work then you can sulk as much as you want you've got to be kidding right i think i have a better chance of building myself a time machine than i'm putting you back together i just need to access the computer oh is that an omnitool you carry oh the door opener i picked it up at up salon where i woke up oh okay look at the terminal sure whatever well ganz ehrlich das hier ist eine hülle für uns ob die jetzt aus ja ich will gerade was reden sei mal ruhig da also ja das hier ist eine organische hülle für uns wir befinden uns hier einfach nur in unserem kopf was auch immer uns unser bewusstsein gibt ob unser bewusstsein sich jetzt in einer organischen oder in einer maschinellen hülle befindet sollte uns doch scheißegal sein wir bleiben gleich es ist doch scheißegal ob man ein roboter ist oder ein mensch also körperlich lambda terminal 27 activated wo ist denn der chip körperlich oder 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 Oh mein Gott, ey. Das heißt, wir sind der allererste Scannen. Ich bin der andere Seite. Ich bin der andere Seite. Ich bin der andere Seite. Ich muss die Arke sicher sein. Natürlich, Kath. Danke, ich werde die Tür für dich. Check die Computer in der andere Seite. Was es gesagt für dich aus Toronto? Ja, ich bin einfach ein Schaden, und plötzlich bin ich hier. Das macht nichts Sinn. Warum würde jemand einen Schaden aus Toronto bringen? Das ist so strange. Was, wenn ich dir erzähle, es war in 2015? Oh. Ja, du, dein eigentliches Ich ist... Also, wenn das nicht die Simulation ist, von der wir am Anfang geredet haben, ist dein echtes Ich wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Wichtig. Wichtig. Ich denke, ich werde zurück. Bleib deine Augen ab. Alles gut, die Tür ist zu. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo dieser Computer ist. Wo ist denn der andere Raum, von dem du gesprochen hast? Okay. Was sagt sie jetzt dazu, wenn ich das Ding berühre? Wir stecken unsere Hand doch immer tiefer da rein, ne? Aber warum tun wir das überhaupt? Dazu sagt sie nichts. Okay. Wo ist jetzt dieser Computer, zu dem wir hin sollen? Ist der hier vorne? Der ist aus. Oder? Wieso ich? Ich glaube, wir haben gleich ein kleines Problem. Können wir das Ding kaputt hauen? Cool. Ich brauche mal deine Hilfe. Ich brauche einen Feuerlöscher oder sowas. Irgendwas, was ein bisschen härter ist. Ich kann aber wahrscheinlich nichts anderes... Was ist das denn? Ich kann den Mülleimer aufmachen. Das hilft uns nicht wirklich. Ich habe keine Ahnung, wo sind hier noch andere Räume? Was ist hier? Hier rein? Was ist ein Feuerlöscher? Warum ist der weiß? Ja, schau dir nichts über die Arc. Lambda, Daten wiederhergestellt. Arche. Meinungsumfrage. Interview 1. Abspielen. Are you excited about the Arc? At first I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor of that. I think it's really important we do this. Schön zu wissen. Interview Nummer 2. What are your thoughts on the Arc? It's a great idea. Finally we have something to do. Am I right? Are you optimistic about the project's chances of, um, about the Arc reaching space? Yeah, it can definitely be done. You already solved the biggest problem. How to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing. And hope 5 is still operational. Yeah, I think we can do it. But it's not gonna be easy. Okay. Fertig? Oder kommt da noch was? Warum hört... Wollte grad sagen, warum hört die Tonaufnahme nicht auf? What are your thoughts on the Arc project? The idea is just incredible. By every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics. Beyond the superficial. I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform. Which is not necessarily restricted to our digital progeny. But a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living. Through the reality of continuity. Okay. I have a Gebo. Is this from inside the Arc? Yes. There are some early renderers of the world inside. It looks a whole lot healthier than this place. Modularer Raum. This is like an Eden. This is... This... 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 Thanks to our slides. Hier, wie es konstruiert ist. Untersuchungen. Willkommen! Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Arche geschafft. Diese Umfrage soll den Entwicklern ein besseres Verständnis ihrer subjektiven Erfahrungen geben und wie sie ihr Wohlergehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. So... Die Erklärung, warum wir jetzt vielleicht hier sind, wenn es, wie gesagt, nicht die Simulation ist, ist wahrscheinlich eher so, wir waren der erste Mensch, dessen Gehirn gescannt worden ist. Und das ist dann natürlich so ein historisches Objekt. Wie würden Sie Ihren psychischen Zustand beschreiben? Ähm. Ja, keine Ahnung. Fühle mich fremd. Ich bin ein Gast in einem anderen Körper. Wie würden Sie Ihren... Achso, physisch. Das erst war physisch, das ist jetzt psychisch. Ja, physisch kann ich nicht beantworten, aber psychisch... Äh, ich fühle mich abgetrennt. Eine Trennung von Körper und Geist. Ich fühle mich verloren. Ich existiere nicht mehr. Äh. Oh. Also ich meine... Keine wirkliche Antwort. In der Hinsicht fühle ich mich normal. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Äh. Mir fehlt einer meiner natürlichen Sinne oder sogar mehrere. Ich drehe einfach nur durch. Aber ansonsten, keine Ahnung. Ich nehme meine Umgebung genauer und bewusster wahr, weil ich Angst habe, dass hinter jeder Ecke ein... ...menschenkillender Roboter wartet. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Deprimierend. Mag es nicht irgendetwas? Es ist beunruhigend. Alles fühlt sich konstruiert an. Ich werde nicht das Gefühl nicht los, dass alles falsch ist. Beunruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Äh. Äh. Es ist mir egal, welche Form ich habe, solange es für mich weitergeht. Wie nehmen Sie Ihre neue Existenz wahr? Äh. Keine Ahnung. Das ist ein neues Kapitel. Völlig anders und hat nichts mit meinem vorherigen Ich zu tun. I don't know. Das ist schon... Kommt drauf an. Wie ein neues Kapitel, würde ich mal behaupten. Finden Sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird? Nein. Sie ist zu weit entfernt von der Realität und allem, was ich kenne. Möchten Sie lieber aus den Projekten entfernt werden und den Tod akzeptieren? Tod? Äh. Vielleicht? Ich muss darüber nachdenken. Ihre Antworten wurden gespeichert. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Das Arche-Team. Arche-Tracker. Ich habe einen Tracker gefunden, auf dem Arche. Oh, das ist klärisch. Ich frage mich, ob ich das dachte. Ist es noch nicht funktioniert? Ich muss wirklich wissen, was zu ihm passiert. Ich denke so. Es tut zumindest etwas. Wo ist es? Halt auf. Ich versuche, es zu finden. Bitte, es ist sicher. In Toronto? Nicht? In Amerika? Irgendwo hier. In Europa? In Afrika? Ich habe keine Ahnung. Anscheinend genau hier. Ganz viel drumherum geklickt. Guck mal, hier sind wir. Ähm. Wahrscheinlich, weil wir ja bei Y waren, zu Lambda, ist sie wahrscheinlich irgendwo hier drüben. Hier bei Täter? Nee, wir entfernen uns weiter. Das heißt, sie wäre Omnikrom anscheinend. Oder so. Ähm. Ist die Arche nicht 5,1 Quadratkilometer groß? Wie nahe sollen wir denn ranzoomen? Natürlich ist sie hier oben. Ich habe es gefunden. Es ist an einem Ort namens Tau. Oh, nein. Es ist auf der Erde. Es ist so nahe zu Feuer. Sie haben es fast fast geschafft. Verdammt. Es wird es nicht mehr in diesem Staat machen. Ein paar Jahre am meisten. Das ist nicht viel, um ein Zukunft zu bauen. Wenn wir es zu haben, können wir das Arche aufkommen? Ich glaube, aber ich bin nicht genau flexibel. Ich glaube, du unterschätzt, oder du verstehst gerade nicht, was die Arche ist. Die Arche ist ein Server oder irgendwie sowas, wo Sachen drauf gespeichert werden. Mag sein, dass es da eine virtuelle Realität drin gibt, wo die Menschen leben, aber die Arche selbst ist nur ein kleines Datenfenster-Ding. Aber ja. Ja, liegt aber sowieso auf dem Weg. Die Eiche ist noch weiter weg. Ich stehe schon davor. Kannst du so nicht mit mir reden? Ich würde mich sicherer fühlen, wenn du so mit mir reden könntest. Aber okay, wir haben hier vorne noch eine Tür, wo wir nicht drin waren. Hallo? Hier ist aber auch einfach nichts. Gar nichts. Absolute Zeitverschwendung. Okay. Wo müssen wir dann hin? Können wir hier das... Anscheinend können wir es nicht kaputt machen. Auch wenn es sich so... Anhört. Oh, naja. Was ist denn jetzt der Plan? Einfach wieder rausgehen? Wahrscheinlich, ne? Weil ich weiß sonst nicht, was wir hier noch sollen. Gehen wir halt erstmal raus. Aber wir haben hier, glaube ich, vorne eine Karte, oder? So, wir sind bei Lambda AQ. Wir sind da. Das heißt, wir wollen... nach hier rechts oben wahrscheinlich. Wenn wir rausgehen, einfach nach rechts. Will ich mal hoffen? Wir werden sehen. Ab ins dunkle Meer. Ich freue mich. Ich hätte Stuhl mitnehmen sollen. Aber es ist ja auch nicht der originale Stuhl. Und wir wissen das ja alle. Naja. Hallo. Was für gewahr... fahren... wart... erwarten uns hier draußen. Sollen wir erstmal weiter nach rechts hier lang. Was haben wir denn hier? Können wir hier rein? Können wir hier mitfahren? Vielleicht. Hallo. Was ist das? Curie-Emergency-Vessel 4. Hey, Simon, can you hear me? Yes. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Unbelievable. Das klingt nach... Nein. Widerst du schaust? The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan? I'll just say the security information and update the Omnitool. There. Should help you get around. Great. Okay. Und inwiefern hilft uns das jetzt? Haben wir irgendwie eine Karte? Oder... Irgendwas, was uns jetzt hilft, uns hier zu orientieren? Ich hab nämlich keine Ahnung... Immer noch keine Ahnung, wo ich lang muss. Aber wir folgen einfach mal den Lichtern. Das ist eine gute Idee, oder? Einfach in die tiefste Dunkelheit hinein. So ein paar Lichtern folgen. Was wahrscheinlich auch ihr Lichter sein können. Oh Jesus. Ich geh einfach... An dir vorbei. Ich guck dich nicht an. Lass mich in Ruhe. So. Wir wollen wahrscheinlich hier rein. Das sieht aus wie das Frack. Unglaublich, dass das noch alles funktioniert. Können wir die Tür auch wieder zumachen? Dann kommt unser Freund wenigstens nicht mit. Hallo? Eine Leiter. Es ist alles zugewucht. Wie lange ist das denn hier schon alles verfallen? Das ist doch keine Ahnung. Dass hier überhaupt noch irgendwas funktioniert, ist ein Wunder. Ach herrje. Niemand da, der einem Gesellschaft leisten könnte. In diesen endlosen Gängen. Und ich weiß trotzdem nicht, wo ich hin soll. Hier gehen wir raus. Wollten wir nicht in dem Frack nach was suchen? Nein. Ach Junge. Rückwärts laufen ist nervig. Ist dir das eigentlich bewusst? Ich guck hier nur die Wand an, ja? Ist sie überhaupt noch da? Anscheinend nicht. Wo sind wir denn hier? Immerhin müssen wir uns keine Sorgen um Sauerstoff machen. Das ist schon mal ein Vorteil. Hui. Da oben ist ein Hai. Okay. Okay. Okay, ein Eingang. Convenient. Very convenient. Ja, also hier hat man, glaube ich, sowieso ein Problem mit Stuhl gehabt. Weil sehr viele Leitern. Ergo Stuhl kann hier nicht hoch. Und ich glaube, so hoch hätte ich ihn auch nicht werfen können. Aber naja. Feuerlöscher. Den können wir nicht mitnehmen. Ich meine, ich weiß auch nicht, welche Relevanz ein Feuerlöscher unter Wasser hat. Also, es gibt Feuer, die unter Wasser brennen können, theoretisch. Aber ich glaube, da hilft auch kein Feuerlöscher. Zumindest kein herkömmlicher. Weil ich glaube, einfach dieser Druckausgleich mit dem Feuerlöscher funktionieren würde einfach unter Wasser auch. Und mindestens nicht so gut funktionieren. Geschweige denn die Schaumverteilung. Das würde hier einfach überall hinfliegen. Geh auf! Holy shit, was war das? Er ist abgeschlossen, oder? Er wirkt irgendwie nicht ganz abgeschlossen, aber ich kriege ihn nicht auf. Naja. Den kann ich mitnehmen. Also, die Sounds in dem Game sind echt gut umgesetzt. Klingt alles sehr gut. Nein, ich habe dich gar nicht angeguckt. Geh mir nicht auf den Nerven. Ist der noch funktioniert? Ich sage ja, dass hier überhaupt noch irgendwas funktioniert. Ich sitze hier in die Ecke, ich gucke niemanden an, ja? Ich sitze hier, ich gucke niemanden an. Geh einfach woanders hin. Du stehst genau hinter mir, ich höre das. Das ist scheiße. Ich habe doch so keine Orientierung. Kommst du jetzt mit mir mit, oder? Bleibst du da? Du kommst mit. Naja, da habe ich immerhin einen Freund. Der zwar schüchtern ist und der nicht will, dass man ihn anguckt, aber das macht nichts. Du tust mir auch nichts, solange ich dich nicht angucke. Ja, vielleicht kommst du auch nicht mit. Aber echt, versucht man die Orientierung zu behalten, wenn ihr nicht hingucken könnt, wo ihr hinlauft. Hier ist wieder was zum Tatschen. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum wir das tun, aber wir tun es. Und ich sage ja, wir stecken immer mehr von unserer Hand da rein. Ich frage mich echt, was das bringt. Das Schiff fand es anscheinend nicht so toll. Ei, komm mit. Wir gehen auf ein Abenteuer, ja. Kannst du mir auch nicht sagen, wo ich hin muss, oder? Hier ist auf jeden Fall eine Tür. Und hier können wir anscheinend eine Leiter runterholen? Das ist praktisch. Kommst du mit nach oben? Wir gehen jetzt hoch, okay? So. Kommst du? Ich denke mal, du kommst gleich. Eine Bohrmaschine. Wenden sogar theoretisch noch weiter hoch, aber nicht hier. Hm. Warum gucken wir uns hier überall um? Das ist irgendwie so. Hier ist auch nichts. Kollege, komm mit. Wir wollen weiter nach oben. Weißt du, wo die Treppe ist? Ich komme rein, ja? Ich gucke dich aber nicht an. Guckst du mir vielleicht doch was? Aber ich gucke dich nicht an. Beruhig dich, Junge, ja? Du bringst meine Sicht etwas durcheinander. Hier raus. Kannst du mir die Tür aufmachen? Was haben wir denn hier vorne? Eine Karte oder sowas. Oh, ist hier noch so ein Touchy-Ding? Ne, das können wir nicht berühren. Sehr schade. Hier oben ist aber auch nichts. Du weißt nicht zufällig, wie man hier irgendwas bedient, oder? Hier ist ein Hebel. Kann ich aber auch nicht bedienen. Ich bräuchte wirklich ein bisschen Hilfe. Das ist alles sehr verwirrend hier. Ich bin hier sehr neu. Vielleicht doch hier durch. Ist das ein Shuttle? Hey. Ich habe einen Freund unterwegs gefunden. Wir dürfen ihn nur nicht angucken. Ja, aber ist unser Freund auch an Bord? Ich glaube nicht. Das ist also der andere Raum. Das ist unser Freund, der ist nur schüchtern, ja? Ja, der tut ja nichts. Der ist nett. Okay, also wir müssen hier irgendwie das Schiff entkoppeln. Kannst du mir dabei helfen? Das muss hier irgendwie an diesen Maschinen passieren. Hier vielleicht dran? Oder können wir die Tür hier aufmachen? Hier vielleicht? Du kennst dich hier auch nicht mit aus, ne? Können wir von da irgendwie runter oder rüber oder so? Oder ist der Engine Room ganz woanders? Wir können hier noch weiter nach oben. Wir können auch noch weiter nach oben. Dieses Schiff ist viel zu groß. Es sieht aber richtig aus. Auf jeden Fall kann man hier was steuern. Hier wieder Touchy-Touch. Klein Touchy-Touch. Weißt du, ob man hier irgendwas steuern kann? Du bist wirklich erstaunlich unhilfreich. Ist dir das bewusst? Ich gebe mir hier alle Mühe, dass das hier funktioniert. Was ist das denn hier? Wenn wir hier irgendwie noch eine Leiter oder sowas runterlassen? Weil irgendwie, es geht ja anscheinend noch weiter nach oben. Also wir können da, glaube ich, auch weiter nach oben. Aber wir gucken uns erstmal auf der Etage hier zu Ende oben. Meine Güte, so viel Zeug hier überall. Was ist das denn für eine Lagerhalle hier? Okay. Müssen wir da Ding hochheben, bis wir da rüberkommen? Das ist riesig hier. Können wir hier Kabel ziehen? Wir machen einfach alles kaputt, dann weiß, dass es der Computer hoffentlich, dass es... Nicht angucken. Guck weg. Ja, sorry, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen dein... What the fuck? Sie sind gestorben. Ja, aber ich habe ihn nicht angeguckt. Sollte ich vielleicht rennen? Vielleicht war das das Problem. Bin ich gerannt. Ja. Ja, wir sind wieder hier. Ähm. Geht's aber auch noch weiter? Viel weiter? Nein. Okay. Er hat mich auch gewundert. Dann machen wir jetzt nochmal alles kaputt. Also, dass wir näher am Ausgang stehen. Okay. So, und jetzt versuchen wir zu rennen. Das hilft vielleicht. Warning. Reaktor collapse imminent. Proceed to the emergency business. Ich glaube, er ist nicht so happy, dass ich sein Haus zerstört habe. Hat sich irgendwer von euch den Weg gemerkt? Ich nehme dich nicht. Ah, das ist kacke. Das Problem ist halt jetzt, dass wir ihn nicht nur nicht angucken dürfen, sondern wir müssen auch noch von ihm abhauen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Aber naja. Wird schon schief gehen. Ich hasse so Chase-Scene und lauf. Pfff. Tate, das ist schief. Unser Freund hat uns verraten. Blockier die Tür. Setz dich vielleicht. Feuerlöscher, halt mich fest. Wahrscheinlich knallen wir jetzt gleich umgegegen. Wir würden mich jedenfalls entschwundern. Ich weiß nicht, wie er auf den Schiff geht? Du sprachst mit den Schiff in der Schiff? Ich habe sie vorhin gesehen, in Upsilon. Was sind sie? Sie sind eine Manifestation von einer Stations-Wide-Artifizial-Intelligence der WAU. Stations-Wide? Also, wir haben einfach einen kraftvollen Schiff. Nein, nein, das ist nicht so. Die AI ist nicht eine Persona. Sie fühlen oder denken wie wir tun. Sie sind eher wie ein Cancer. Was das die Schiff? Sie sehen, dass deine Sabotage besser funktioniert. Was ist das, was erwartet? Ich bin ein Impact. Oh, Feuerlöscher, halt mich. Was bedeutet das? Wenn ich nicht Delta schief, sind wir tot. Leben wir noch. Sie sind gestorben. Wir sind schon wieder im Wazwander, super. Können wir aufstehen? Bitte. Danke. Catherine, geht's dir gut? Ich meine, du bist zwar ein Programm, aber... Naja, gut. Ähm... Ja, hab ich jetzt auch bemerkt. Wo ist denn hier der Todausstieg? Feuerlöscher! Egal, wer da draußen ist, ich hab ein Feuerlöscher. Nimm dies! Ah, du bist es. Hey, danke. Auf dich ist Verlass. Okay. Oh Gott, wie sind wir hier gecrashed, ey. Ich find einen Weg, Thayer. Ja, weiß ich ja nicht. Hallo, Krebs. Wo sind wir hier überhaupt? Du weißt auch nicht, wo wir hier sind, oder? Du machst einfach nur deine Arbeit. Was steht denn da oben? Delta. Ist Delta denn Theta? Oder ist Delta ein anderer Ort? Das ganze Spiel ist bisher einfach durch die Gegend laufen und keine Ahnung haben, wo man sich befindet. Das ist alles auch so unübersichtlich hier. Da ist Delta. Hey, little guy, kannst du mir die Tür aufmachen, wenn die nicht aufgehen sollte? Du bist echt super. Danke. Kommst du mit rein? Du wartest anscheinend draußen. Gut, was haben wir hier? Wieder touchy touch? Das heilt uns bestimmt, oder? Ich weiß nicht, was das sonst bringt. So funktioniert dieser Computer unter Wasser. Oha, Handbuch. Okay. Damit kann ich nichts anfangen. Nachrichten. Terry, es wurde beschlossen, dass du deine Besatzung Theta am 14. evakuieren werdet. Ihr müsst euch um nichts kümmern und euch allen werden sofort nach eurer Ankunft eurer Position zugeteilt. Ein bisschen weiter hinten einreihen müsst ihr euch aber natürlich schon. Das letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Anführer. Grownstead. Pick dich, Grownstead. Ich gehe nirgendwo hin. Du hast gar nicht die Befugnis, mich zu zwingen, Terry. Das sind nicht meine Befehle, du Knalltüte. Ich übermittle sie dir bloß. Du willst also bleiben? Ich kann dir ein bisschen Zeit verschaffen. Wenn du noch in deinem Schrotthaufen bleiben möchtest, aber deine Besatzung wird morgen abgezogen. Akers. Meinen Freuden informiere ich Sie, dass Ihre Besatzung Theta sicher erreicht hat. Lassen Sie mich wissen, wann Sie aufbrechen können. Dann werde ich Ihnen einen Transport schicken. Theta Streski. Theta Zentrale. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten, Herr Akers. Bitte zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie nach Theta gebracht werden möchten. Einfach vier Monate. Vielleicht ist er auch schon längst tot. Who knows? Auf Lock zu greifen. Terry Akers hat sein tausendstes Schachspiel gewonnen. Alles klar. Das ist aber ein Jahr später. Ja, er war nach Weihnachten. Er hat nur Schach gespielt die ganze Zeit. Warum ist das andersrum? Schach. Fehler. Gegner beschädigt. Ja, und ich kann auch gegen mich selber spielen. Okay, ihr könnt doch nicht Schach hier einbauen und mich dann nicht spielen lassen. What the fuck? Ich hätte jetzt schon kein ganzes Schachspiel gespielt, aber trotzdem. Eine Toilette. Das passt. Ich muss mal ganz dringend. Und das meine ich sogar ernst. Bis gleich. Es ist wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das ist noch nicht so lange her, weil diese fucking Augen sind noch nicht vergammelt Das Blut sieht auch noch frisch aus What the fuck Wenn Spiegelbild im schwarzen Blut unserer Verwalterin flüstert Ich muss sie aus dieser Hölle retten, muss sie in meinen Klarträumen einschließen Ich hab irgendwie das Gefühl, da ist jemand drin Ich glaube, wir haben die Leiche gefunden Ja, ein Kartenspiel Und was machen wir ansonsten noch so hier? Sich anzusehen, sich anzusehen, wie WAU Delta übernimmt, ist ziemlich aufregend Vor einem halben Jahr noch hätte ich mir Sorgen gemacht Ich hätte Goya und Wan das schwarze Blut aus der Maschine entfernen lassen Nun aber scheinen ihre verkrusteten Oberflächen das alte Delta zu ergänzen Ja, sogar in den Schatten zu stellen Steht hier irgendwas auf der Rückseite? Nein Schach Warum ist auch hier der Gegner beschädigt? Das hier ist doch alles in Ordnung Ein paar Tabletten einwerfen, warum nicht? Ja gut, aber mehr ist hier anscheinend nicht, nur Lore Ja gut, dann wieder raus und hoffen, dass das Monster nicht da ist Hallo? Ist die Luft rein? Okay Stellen wir es mal hier auf wen anders Verbindung hergestellt, 049 Okay, das ist hier in die Richtung, oder? Ich habe keine Ahnung, was wir da genau machen Versorgen wir irgendetwas mit Strom, oder? Oh, hey, sowas hier Das ist uns mit Sauerstoff versorgt In Subnautica Klingt so eine Koralle Das sind... Hier werden Shuttle oder sowas gebaut, kann das sein? Control Room Das klingt vielversprechend Wie kommen wir da rein? Man scheint hier drüben Kannst du das aufmachen? Sehr schön Danke Hey, ich habe eine Leiche gefunden Okay, also müssen wir einen Zeppelin finden Das Plattformradio ist tot Erinnert Die Lumar Antik sollte funktionieren Es muss sein Ja Du gehst Ich werde es nicht machen Ich bin einfach nicht Komm her, Evans Wir müssen ihn warnen Komm her Das kannst du auch alleine Da müsst ihr nicht zu zweit unterwegs sein Er hält dich dann wahrscheinlich auch eher auf Oh, Licht Das ist ja schön, dass das Licht noch funktioniert Und was haben wir hier ansonsten so? Zeppelin Control Remote Fuck you, Akers In valid command Okay, was haben wir hier noch? Nachrichten Akers zieht irgendeinen blöden Scheiß ab Gerade hat er den Zeppelin zurück nach Beta gelenkt Lasst ihn nicht andocken Zielt ihn verdammt nochmal aus dem Verkehr Ja, schade Die Nachricht wurde nicht gesendet Bereichskarte Wir müssen Warte mal Wo müssen wir hin? Hier ist diese Antenne Die wir kontrollieren können Hier waren wir drin Hier vorne ist eine Aux Station Müssen wir da denn hin? Gucken wir uns das gleich mal an Oder müssen wir jetzt zur Laning Plattform Aber wahrscheinlich müssen wir doch erstmal Irgendwie den Zeppelin holen Oder nicht? Hm Aber hier können wir auch sonst nichts machen Das ist nur eine Karte Okay, dann schauen wir mal Dann gehen wir Wo waren wir doch gerade auch, oder? Meine ich Das war das erste, wo wir drin waren Dann gehen wir mal zur Aux Station Kommst du mit, kleiner Buddy? Wo sind hier die Schienen? Die Aux Station müsste irgendwo hier vorne sein Also das Ding da Ich hab nur keine Ahnung Was wir da dran wollen Können wir rein? Das ist hilfreich Also, vielleicht Hier ist noch ein Bruder Das ist wahrscheinlich die andere, ne? Ja Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Theta, hörst du Achers ist headed für Theta Delta Lumark, Anika Getting a signal, aber kein Audio Strassky Es ist Komorabby Achers hat sich verrückt Ja, super Wir können wieder Touchy Touch machen Ich weiß nur echt nicht Ob das so gesund ist Das sieht auf jeden Fall Nicht sehr gesund aus Mit den schwarzen Streben Aber ja Der Hebel ist Verkeilt Wer nicht? Oder ist die gleiche Karte? Wir sind an der Aux Station Aber was Was ist denn unser Plan? Hier können wir halt auch Nichts machen Hier ist überall nur Lore Wollen wir einfach wirklich Zur Landing Plattform? Dann probieren wir mal Da hinzugehen Ich meine die Landing Plattform Da ist halt der Zeppelin Aber ich habe irgendwie das Gefühl Dass wir zuerst einen Zeppelin Da hinholen müssen Irgendwie Von irgendwo Aber ich weiß es nicht Also gucken wir einfach mal Die Landing Plattform Müsste hier vorne sein Das Ding Eigentlich ziemlich genau hier Also nicht das hier Sondern hier rechts Hier ist auch noch ein Toter Hallo Durch kann ich nicht berühren Das hier ist die Landing Plattform Aber hier ist halt nichts Gehen wir mal wieder zur Antenne Probieren wir mal das letzte Signal Dann noch einzuspielen Und dann schauen wir mal Da ist unser Freund Kannst du ihn mal ablenken? Das wäre schön Oder vielleicht töten Einfach so ein bisschen ablasern Das wäre doch was Das wäre doch was Und weiterziehen bitte Okay Okay Dieben vielleicht Ich weiß nur nicht was wir damit 2 1 6 Ja aber was heißen denn die Nummern Das verstehe ich halt auch nicht ganz Was kann ich damit jetzt anfangen? Hier im HQ ist ja auch nichts Oder? Habe ich hier irgendwas übersehen? Das UH-Anbuch Das hilft mir doch auch nicht weiter Oder? Das ist Keine Ahnung Irgendwelche komischen Dinger Oh no Alles sehr merkwürdig Und die Karten Sagen mir halt auch nichts Kann ich hier irgendwas machen? Hat das gerade schon geleuchtet? Transport Zeppeline Okay Da sieht man wer wann wo unterwegs war Zeppelin Aha Das ist gerade 2 1 6 Transport anfordern Antriebsfehler Echo Ja das hatte ich mich jetzt auch gerade gefragt Linkverbindung nicht herstellbar Echo Antenne Okay wir wollen anscheinend 0 4 6 Wenn ich das richtig sehe Also wollen wir auf das gelbe Funk können wir herstellen? Leider Time wieder hergestellt Straski You can see the Zeppelin now Good Sorry about the mess Without the positioning system The Zeppes just keep losing their separate routes Voljet did say that you could have fixed it on your side By redigging me antenna I guess it doesn't matter now Earl are you coming? No just me, Goy and Krier Vickers just set up being a stubborn old man Alright See you soon Brandon Happy EVAC Peter Can you hear me? I hear you Terry I mean Mr. Acres Sir I've changed my mind I would like to come to Theta Let them to sleep Of course Wow Honestly didn't expect to hear from you again Such a long time since you jumped in We have a few divers in Zeppelin Surveying Lambda at the moment I'll just make sure they pick you up when they're done Thank you for the warning I'll make sure they feel welcome Okay See you when you get here Okay 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 Dann gehen wir mal zur Antenne und aktivieren Den gelben Pfad Und schauen mal ob wir dann Den Zeppelin anfordern können Das war Nummer 5 Glaube ich Na Noch ausrichten 049 müsste richtig sein Und dann auf zum Zeppelin So Echo Datos inaktiv Transport active Unspecified cargo Okay Okay Was ist mit dir hier eigentlich Das ist definitiv der Zeppelin Mhm Kommst du mit kleiner Dann fühle ich mich nicht so alleine Das wäre sehr hilfreich Was bringt er denn da mit Gar nichts anscheinend Auf geht's Ah 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 Oh, das Toolchip ist bust. Ist das Teil der Omni-Tool? Schau, wer hat sich die Beobachtung. Ich habe das mit dem Anfalt in Absalon. Dann wissen Sie wie es funktioniert. Wir müssen eine neue Toolchip und es verwendet werden. Willst du mich in die Richtung der Closest Toolchip-Storage? Ich denke, es wäre einfacher, einfach einen von einem Robot. Was? Ein Robot, ein Robot auf die Hände und stealt ihr Chips? Die Toolbox über da sagt, es hat einen Stun-Baton. Du kannst das benutzen. Komm, ich will nicht jemanden. Ist das nicht so viel? Es ist nur ein Robot, Simon. Wir sind nur Roboter. Sonst. Ich bekomme uns einen Chips. Ich glaube, ich habe keine Wahl. Ja, aber nicht mein Freund. Hier läuft ja noch ein anderer rum. Da, wo bist du denn? Wie funktioniert das hier? Bist du überhaupt böse? Oh mein Gott, er ist nicht mal böse. Ich hätte ohne Grund Angst vor ihm. Naja. Passiert irgendwas anderes jetzt? Man muss ihn einfach häufiger angreifen. Keine Fresse, gib endlich auf. Na super. Was? Wirf das doch nicht weg. Bist du bescheuert? Nimm es mit. Das brauchen wir vielleicht noch gegen andere Viecher. Oh mein Gott. Er ist ein Vollidiot. Gerade wollte ich ihn dafür loben, dass er sich noch an die Chips erinnert. Und jetzt auf einmal macht er sowas. Was ist denn hier mit? Damit kann ich auch nicht interagieren, oder? Ne. Keine Erinnerung. Ich war nicht zu ihm enttächt, aber... Ich meine, er war delusional, aber er seemed sincere. Present. Ja, well... Ich bin sicher, es ist okay. Was er wirklich so anders aus uns? Er ist nur beginnt zu sinken in. Ich meine, wirklich sinken in. Ich bin ein Roboter. Haben wir das schon wieder geschehen? Ich habe gesagt, nein, seit ich auf Absalon wuchs. Ich habe es nur immer geprüft. Mein Gehirn will nicht mehr, mich darüber nachdenken. Es ist wirklich schwer, nicht darüber nachdenken. Ja. Können Sie vielleicht den Schüssel da drüber, damit wir gehen können? Oh, ja, sicher. Was ist da gerade mit dem Hebel passiert? Der ist ein bisschen... Ich habe den gerade aus Versehen, aber kurz kaputt gemacht, anscheinend. Naja. Roboter töten oder nicht töten. Ich meine, wenn das Bewusstsein auf einem elektronischen Chip gespeichert ist, kann man gegebenenfalls auch einfach es woanders reinpflanzen und es funktioniert wieder. Also nicht direkt töten, sondern eher so... K.O. hauen. I don't know. Das ist alles sehr schwer und das nimmt ganz andere moralische Vorstellungen an. Können wir damit jetzt hier bitte nicht crashen? Ich finde es auch eigentlich schön, wenn wir damit direkt nach sonst wohin fahren könnten. Weil... Ich meine, gut, wir wollten ja erstmal zu Theta und da irgendwas besorgen. Das ist irgendwie viel zu weit entfernt. Das ist großartig. Das ist großartig. Wir müssen uns aber nicht überraschern, weil mit dem Dump-Bat, die Art könnte sein in der Mariana Trench sein. Das ist gut. Das ist großartig. Und dann können wir beginnen zu hören, zu anderen Menschen, wenn sie sprechen, weil das ist wie die Gespräche funktioniert. Junge, stell's doch nicht in Frage. Dein Bewusstsein ist doch einfach nur in einer anderen Hülle. Ja. Ja. Ich habe eine gute Balance zwischen Bewusstsein und Ignoranz gefunden. Das heißt, ich sollte nicht denken über diese Dinge? Oder sind meine Gedanken tatsächlich zu machen? Können ich die Balance machen, indem ich plötzlich zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen? Ich würde nicht überraschieren. Ich meine, wir haben reale Dinge zu tun. Saving Mankind. Remember? Speaking of which, wir sind auf Theta geöffnet. Ich werde die Omni-Tool. Wie immer, nicht vergessen, mich mit dir zu nehmen. Kath, bevor du gehst, die Artificial Intelligence, die du erwähnt hast, in dem Escape-Vessel? Ja, die Warden-Unit, die WoW. Ist es die WoW's fault, dass wir so sind? Ich meine, es scheint, wie etwas, wie eine unreliable AI zu tun würde. Ich glaube, es setzt die Ball in Bewegung, aber es ist nicht mit dem Grund. Es ist wirklich kompliziert, zu erklären, wie die Maschinen denken, Simon. Konzentriere dich auf Theta, okay? Richtig ist sie ja auch, diese KI, die alles in Gang gesetzt hat. Und sie will jetzt zur Eiche deswegen? Dass wir sie zur Eiche bringen, damit sie da ihr Mischief fortsetzen kann oder sowas. Mehr Data-Waffer available. Straske, wake up Dr. Masters, wir bringen in Akers. Was ist falsch? Was kann ich sagen? Er hat einen schweren Tag. Jesus Christ. Er ist all butchert durch Strukture Schrapnel. Wir haben die Nummer auf ihm. Branden, schnapp die Panik-Waffer auf der Suche. Ich will nicht durch den Oxygen. Du bist schuldig, oder? Er ist fucking auf einem Schraub. Wir müssen ihn移ren. Straske, gett die Infirmary ready. Wir müssen schnell gehen. Warte! Wo sind Kumu-Arabie und die anderen? Das ist alles, was wir haben. Ich glaube, es ist noch ein Delta. Ja, ich kann das auf mein eigenes. Grab die andere Seite. Straske, bereit oder knapp. Wir kommen in. Alles klar. Bis bald. Okay, hier ist noch mehr Data-Waffer. Was habt ihr so zu sagen? Don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Beautiful, sir. Alright everyone. The show is over. Get back to work. Das ist halt so, wenn man an dem Punkt ist, wo man sich umbringen will, da ist einem doch sowieso alles scheißegal. Und wenn man eh weiß, dass danach alles vorbei ist, ist einem doch dann auch scheißegal, was... Also, man braucht ja kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn man tot ist. Wait. Am I already here? Who are you? Hello? Who is that? Mark? No. We haven't met before. Is this the Ark? I think we're safe. Oh. I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service technician. Nice to meet you, Robin. Und sie ziehen wir jetzt auch einfach raus? Ganz ehrlich, warum sollen wir die denn in diesem miserablen Zustand hier lassen? Ich glaube, wir tun denen damit einen Gefallen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich kann es mir vorstellen, weil die liegen hier ja einfach rum. Wenn das nicht der Fall ist, I'm sorry. Dann gehe ich halt um eine Killing Spree. Kommen wir hier rein? Authorize. Okay. Die Tür funktioniert wohl nicht mehr ganz so gut. Ja, drehen. Und runter. Nicht. Ausziehen. Und runter. Nicht. Und rein. Und runter. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber es scheint zu funktionieren. Okay. Open Salami. Verdammt. Verdammt. Noch eine Tür. Aber sie geht auch auf. Wo zur Hölle gehen wir hier rein, ey? Gehen hier die Goldreserven der Spanischen Bank oder was ist hier los? Und jetzt das ganze Ding ab? Ey, das ist doch keine Schleuse hier, oder? Aber es ist eine Schleuse. So viel verschwendeter Platz ist ganz unpraktisch, wenn eine Schleuse so groß ist. Wunderschön. Immerhin wieder im Trockenen. Hallo? Ist jemand da? Gut, Catherine. Wir haben die Daten gefunden. Das Bugere verweigert. Das ist nicht gut. Auf der anderen Seite ist es gut, dass ich weiß, wo ich jetzt hin muss. Also, oder halt nicht hin muss. Feuerlöscher. Ich brauche keinen Zugang. Ich komme auch so rein. Feuerlöscher ist ein Omni-Zugang. Das ist das wahre Omni-Tool. Der Feuerlöscher. Wir sind hier? Wir sind hier? Okay, großartig. Zeit, um uns als Submarine zu verhindern. Es wird uns nichts stoppen, wenn wir das gemacht haben. Ihr habt sicher viele Maschinen und Fahrzeuge hier. Was macht das hier so speziell? Das ist die einzige Transporte, die in den Abyss gehen können, ohne zu schrauben. Wenn das einer von einer Art ist, dann wie sie den Abyss nach dem Abyss in den ersten Platz haben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sie das schwer gemacht haben, und einfach... gehen. Ich wusste nicht, dass das eine Option war. Kath. Was ist das in den Abyss? Ist es wie ein Film oder ein Virtual Reality? Nein, natürlich nicht. Es ist wie in der Realität, aber etwas besser. Temperatur, clean air, good weather. So people in the Arc, just walk around, pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself. Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it can survive for thousands of years. Dann sollten wir vielleicht die Roboter doch nicht umbringen. Das ist großartig. Das ist großartig. Just... Thinking about the Earth, being what it is, and us setting out to save the final remains of humanity, it's... It's... Heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat! Oh, dammit. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's... It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone is still around who can tell us what it is. Hmm. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you, so you can explore the station. Vielen Dank. Was liegt hier ein Ball? Grease me. Ist das so ein Anti-Stress-Ball? Ja. Hui. Ja, das ist ein Anti-Stress-Ball. Der fliegt auch nicht weit. Unserknülltes Papier. Was haben wir hier so? Standortstatus. Okay. Scheint alles in Ordnung zu sein. Lebenserhaltung, WAU. Das ist nicht gut. Äh, Karte. Hauptebene. Wo wollen wir denn hin? Blackbox Beacon. Looks like all your friends move downstairs. Why abandon the gate? And the habitat? That's so strange. I don't like this at all. Sehr viel Personal. Das ist eine richtig große Station hier. Und, äh, ja, wir müssen wahrscheinlich die Blackbox Beacons finden. Naja. Muss ich jetzt das Uni-Tool mitnehmen, oder? Nein, sind die Türen jetzt einfach so offen? Hier ist zu. Nevermind. Wollte grad sagen, du hast hier einen sehr schlechten Job gemacht im Öffnen der Türen, aber... Hello? Ich denke mal, Stromversorgung, dass die jetzt automatisch ist, liegt entweder an Catherine oder ist normal. Also, dass überall das Licht angeht. Ich weiß nicht, wonach suche ich denn? Weil theoretisch muss ich ja weiter nach unten, ne? Irgendwie... Haben wir noch diese Tastellampe? Oh, Tatsache. Okay. Fressball, ich brauche dich. Noch mehr Toiletten. Was man nicht so alles braucht. Kann ich jetzt duschen? Nicht, das ist sehr schade. Irgendwas auf einer Toilette? Hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Keine Toilette besetzt. Sehr schade. Fieses! Krieg mal das Licht in den Griff. Hey, Bruder. Wee. Should we go check? Rather not. Got about feeling about this. Ja, ich habe auch ein bad feeling, weil ich hier jedes Mal einen halben Herzinfarkt bekomme. Ich dachte Stresseinwirkung wäre schlecht für mich. Hier können wir weder nach unten noch nach oben. Das ist schlecht. Was geht hier so ab? Die Tür ist abgeschlossen. Die machen wir auf gar keinen Fall auf. Kannst du die bitte öffnen? Kannst du bitte hier irgendwas öffnen? Ach komm, was soll denn der Mist? Wenn das die einzige Tür ist, wo wir rein kommen. Warum genau war die Tür hier abgeschlossen? Weil... Hier ist halt nichts... Jesus! Okay, Glas kann kaputt gehen. Wissen wir Bescheid. Oh, Fotos. Keine Ahnung, was das für eine Stadt ist. Ich versuche gerade herauszufinden, ob das Bild AI gegenerated ist. Aber das Spiel ist von einer Zeit vor AI. Also wahrscheinlich eher nicht. Okay. Hier sind noch mehr Bilder. In Auto. Aber warum nur die Front? Und... Keine Ahnung, was uns das sagen soll. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein Tor zur Hölle. Auch wenn es die Sonne ist. Aber naja. Master Tool Safe... Maser Tool Safety? Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum der Raum abgeschlossen war. Aber ja... Next! Hey, das ist Myra. Willst du mir etwas bringen? Ein Souvenir? Nein. Es sind nur Memories. Oh, Tatsache. Na und? Memories sind doch schön. Sowas wie der Fächer hier. Oh, man. Thanks. Reminds me of Taipei in my hometown. Was haben wir hier? Eine Ahnung. Ein Tablet. Ist hier vielleicht ein Code drin oder so? Tagebuch? Sollte ich das lesen? Imogen Reed hat heute eine Maschine getestet. Sie war eindeutig von der WAU beschädigt worden. Noch wichtiger aber war, dass sie auf ziemlich primitive Weise zusammengebaut worden war. Als ob sie jemand nur zu dem Zweck geschaffen hätte, um sich von der WAU stehlen zu lassen. Um sich davon zu stehlen zu lassen? Nach ihrer Aktivierung imitierte die Maschine den Raum und Reed gleich mit. Nach einiger Zeit wurde sie gescannt und dann als Simulation in die digitale Umgebung geladen. Die Präsentation schockierte Reed und wurde schnell gelöscht. Mich ängstigt, wie sehr mich das an meine KR-Kapsel erinnert. Nach dem Zerlegen der Vivarium-Maschine, die Reed aktivierte, ist es nun klar, dass die WAU mein Kapselprojekt kopiert hatte, um die Szene zum Ausführen der Reed-Simulation nachzustellen. Bis auf einen Punkt ist sie in ihrem Aufbau tatsächlich äußerst ähnlich. Im Gegensatz zu meiner Kapsel, in der sich aus Modellneurographen konstruierte flache Menschen befinden, lebt der Gehirnscan des Vivariums weiter. Er ist nicht auf seinen Inhalt beschränkt, auf den ursprünglichen Gehirnscan aus dem Reed entstand. Die Reed in dem Vivarium war eine perfekte Kopie. Ich hab's. Ich kann die Menschheit retten. Ich kann eine Kapsel mit einer künstlichen Realität bauen, in der jedes lebende Mitglied von Pathos II Platz findet. Ich weiß nicht, wie es beim Vivarium funktioniert hat, aber ich kann die Scantechnik der WAU mithilfe der Pilotensitze replizieren. Sie sind bereits mit dem erforderlichen Elektromagnet-Trommeltyp ausgestattet. Es war einfacher als ich gedacht hatte. Die Pilotensitze sind bereits auf die zum Aufzeichnen des Scans erforderlichen Diffraktion und Druckenergie konfiguriert. Ich vermute, dass die WAU die Sitze schon seit einiger Zeit dazu benutzt, Scans von uns zu stehlen. Das erklärt vermutlich auch die Imitate. Die WAU musste die Scans der Leute über die Pilotensitze gestohlen und sie als Intelligenzbasis für die Maschinen benutzt haben. Bei überraschend positivem Feedback des Teams haben wir das Arche-Projekt nun offiziell begonnen. Wir werden so viele Leute wie möglich scannen und sie in die Kapsel laden. Dann werden wir sie mit der Weltraumkanone in den Weltraum schießen. Sich vorzustellen, dass wir auf diese Weise weiterleben werden, ist eigentlich ganz nett. Mark Serang hat sich in seinem Scam umgebracht. Er hat allen erzählt, dass sie sich umbringen sollen, um irgendwie auf die Arche zu gelangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Sicher ist, dass dadurch einige Streitereien beim Personal entbrannten. Und anscheinend ist das irgendwie mein Fehler. Strohmeier ist gar nicht mit mir zufrieden. Hoffentlich wird er sich wieder beruhigen. HR-Kapsel Richard hat mir einen Satz KI-Vorlagen gegeben, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe eine von ihnen ausgebreitet, um einen neuen Freund für Kapsel Cathery und ihren Clan Vergangener zu kreieren. Neue Methode zur Turbulenz-Simulation führt zu deutlichen Verbesserungen des Wettersystems. Habe REIT implementiert. Ist nicht gut gelaufen. Neuer Versuch mit REIT. REIT kommt nicht gut mit den anderen zurecht. Sie ist zu real. Klingt irgendwie so nach Matrix mäßig, ey. Hier ist sonst noch irgendwas drin. Schmerzmittel oder sowas. Eine Schere. In irgendeinem Schubbler. Was ist das denn für eine Puppe? Du hast viele Kinder. Hörst du? Wollen die kaputt machen? Wollen die kaputt machen? Antwort ist nein. Eine Mütze. Socken. Ganz wichtig. Ein BH. Den nehmen wir mit. Der Baum. Ja, der ist ein bisschen ausgestorben. Und ein Buch. Naja, gut. Oh, ein Teddybär. Ihr Teddybär könnte ein paar Repairungen benutzen. Tobi ist immer wieder kaputt. Er ist sehr hoch. Also, er schlägt über. Den nehmen wir mit. Der gibt gute Hilfe. Mark Serang. Der könnte auch noch interessant sein. Kann ich das hier bewegen? Ist auch so viel Mist. Liebe Freunde, wenn ihr das hier lest, werde ich die Arche betreten haben. Wie ich schon erläutert habe, erreicht man das, indem man nach abgeschlossenem Scannen aus dem Leben scheidet. Um Catherine nicht länger zu verängstigen, werde ich im Gehirn einen Kaugummi mit Cyanidsalz versehen und ihn mir in den Mund stecken, bevor ich zu ihr gehe. Wenn sie den Abschluss der Scans verkündet, werde ich zubeißen und mein Leben so schnell beenden. Wenn ihr die Wahrheit über meinen Tod erfahrt, dann gibt es nichts zu bedauern oder betrauern. Denn ich habe den Sieg davon getragen. Ich rate euch allen, es mir gleich zu tun und euch zu mir auf die Arche zu gesellen. Mit freundlichen Grüßen, Mark Serang. Ob das wirklich so stimmt, ich glaube man erschafft eher ein zweites Ich. Ich weiß nicht, dass der Menschliche Körper in Höhe von über 75 Trillionen individuellen Cells sind. Sie meistens nicht mit uns bis wir uns bis wir uns sterben. Einige leben ein paar Tage, andere leben ein paar Jahre. Wir sind nicht verletzt durch ihre kurze Lebenspans, denn sie sind verletzt durch neue Cells, die helfen uns zu unterstützen. Wir sind in unseren Körper. Ich denke, niemand würde sagen, dass wir niemals unsere Persona verlieren, wegen diesem Prozess. Aber wir sind sicherlich in eine konstant state von Transformation. Dann können wir uns das gleiche bleiben. Ein kontinuierer Fluss von Thought und Perception bleibt eine unbroken chaine der Kontinuität, die wir als unser Selbst kennen. Unsere Mindeste ist nicht die Pattern des Gehirns, sondern eine kontinuierende Entität, auf dieser Pattern. Wenn Dr. Chun populates the Arc, sie ist ein Moment unserer Existenz und sie befinden sich in den digitalen Welt. Soon, Sie und Ihre digitalen Sie werden sich verletzt, wegen der divergenden Erfahrungen, aber für eine kleine Fenster, Sie sind die sehr gleiche. Mit unbroken Kontinuität, Sie wird weitergehen, und ein Leben, nicht mehr real, als die von der anderen, von der anderen. Jetzt, Sie sind nicht Ihr Körper, Sie sind die emergent Entität. Diese Entität nur passiert, zwei Plätze an einem, für eine Zeit. Wenn Sie die Körper entfernt haben, Sie würden einfach nur die Einheit sein, Sie könnten sein. Die You, innerhalb der Arc. Lasst Ihr Körper die, und weitergehen, in die Digital Paradise, von der anderen. Jesus Christ, was geht auf diesen Vogel ab? Ähm, ja, der hat jetzt sehr viel geredet. Aber hier gibt's auch noch sehr viel zu lesen, anscheinend. Okay. Oder wir gucken uns einfach nur irgendwelche confidential Sachen an, was auch immer da zu sehen ist. Classified. Herr Serang, die Firma freut sich vom Erfolg ihrer Bemühungen zu hören, die Präsenz der WAU auf die gesamte Station auszuweiten. Wir vertrauen darauf, dass Sie die Einzigartigkeit dieser Gelegenheit zu schätzen wissen, und dass Sie alles in Ihrer Macht stehende tun werden, um dieses Mysterium vollständig zu erforschen und zu verstehen. Dazu müssen Sie dafür sorgen, dass Dr. Johan Ross die WAU von Alpha aus ohne Störungen von Außen steuern und studieren kann. Im Notfall können Sie sich zur gewalttätigen Eliminierung jeglicher Opposition direkt an Julia bei Omicron wenden. Bitte versuchen Sie aber extreme Aktionen zu vermeiden. Die WAU ist eine wichtige sowie teure Angelegenheit, weshalb wir auf eine stetige Entwicklung ohne Rückschläge hoffen. Der Aufsichtsrat. Okay. Wurden hier irgendwelche Tests durchgeführt? Irgendwelche Approvals? The Nature of Identity. Die Natur der Identität. Na gut, das ist unrelevant. Sagt ein bisschen was mehr über diesen Typen, aber der ist anscheinend auch am Ende durchgedreht. Der sieht irgendwelche Sachen an vielen Orten, wo ich jetzt nicht so was direkt sehe und versuche irgendwelche Formeln da auszusprechen, machen, keine Ahnung. Er ist halt auf jeden Fall total so ein Verschwörungs-Schwobler geworden. Naja. Robin Bass, die haben wir gerade umgebracht. Und sie hat sich anscheinend auch umgebracht, so wie es aussieht. In einem Blutbad. Hallo Archer anscheinend. Oh Mann ey. Schöne Zeichnungen. Kombiniert mit echten Fotos. Sie hat von einem perfekten Leben geträumt. Oh, eine Katze. Pferde. Das London Eye. Ja. Wir müssen alle eh sterben. Ich bin voll dabei. Ich vertraue Serang und der Kontinuität. Ja, I don't know. I don't know. I don't know. Für mich alles sehr vage. Und wenn man eh sterben muss, dann ist es doch auch egal. Wenn man sich in die Arche hochlädt, hast du dein Ich da hochgeladen. Das heißt, spätestens wenn du irgendwann anders stirbst, wirst du darauf übergreifen. Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn nicht, dann aber auch nicht so wie du es vorhattet. Naja. Hier ist kein Licht. Berühren. Hand reinstecken. Das Schwarze wird auch immer schlimmer, ne? Das wird immer mehr. Was zur Hölle machst du? Ich weiß, es sieht schlecht, aber es macht mich viel besser. Es hilft mir Fokus. Das ist... Ich meine, das ist das Wau, das du aufhörst. Ich brauche es, okay? Ich hätte es nicht so weit gemacht, ohne es. Oh, lass uns einfach weitergehen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er ist voll drogensüchtig. So gut, dass sie jetzt mal was dazu gesagt hat. Hallo? Hallo? Okay, die Scheibe kann man anscheinend nicht kaputt machen. Naja, gut. Ähm. Wo wollen wir dann hin? Oh, Jesus. Ach so, da können wir ja nicht lang. Ja, anscheinend nur hier noch lang. Und da ist die Tür auch abgeschlossen. Wunderbar. Ich glaube übrigens, das hat den Sinn, dass diese Türen zu sind. Aber stell das halt nicht in Frage. Okay. Das ist, wo ich meinen Schanen gemacht habe. Und alle anderen, ich glaube. Du wirst nicht erinnern? Mein Schanen war der erste. Ich musste den Schanen testen, bevor ich angefangen habe, die Erinnerungen zu machen. Okay, Databuffer. Mehr Infos. War das alles, oder darf ich nur nicht zu weit weggehen? Ich glaube, das ist ein Schanen. Uh, Strafke? Komm in, ich brauche Hilfe in dem Lab. In der Schanen room. Was ist passiert? Konrad hat sich selbst zuerst, nach dem Schanen. Jesus, wie? Uh, Maser tool? Was soll ich machen? Ich werde sagen, Stromleier. Nein, bitte. Ich bin so nah. Stromleier wird den Arck-Projekt verletzen. It's not my fault, people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300 pound body out of the lab. I know. Warte mal, 300 pound? Are you okay? Was war das denn für ein Schwergewicht? Not even close. Oder war er auch schon ein Roboter zu der Zeit? Aber, wieso bringen sich Roboter denn selber um? Und warum gibt es dann Blut? Ah, ich sehe. Was? Check die Terminale, ich will nur sicher sein. Daten löschen? Erstmal nicht. David Munchy? What? Die Pace-Dateien-Berg. Komprimierter Nakajima Neurograph. Kontinuierlich. 6 Millisekunden aufgezeichnet. 28. April 2015. Jared! Kath, was ist das? Warum hast du ein Bild von mir? Du bist einer von Dr. Munchy's Templaten. Der Legasyscan. Okay, darfst... Kannst du das auch weiter ausführen? Ich bin am 1. Juni 2015 gestorben. Post-Scan, 2. Mai. Okay, das ist es. Wow, das war lustig. Das ist ein Relief. Wir haben es noch nicht herausgefunden, also... Das ist freaky, so viele Lichter. Was machen wir jetzt? Ja, das ist nach dem Scan passiert, direkt. Wir haben alles ausführen. Alles ist legal. Välscht vor, Dr. Peek und Professor Wei. Wow, das ist gut. No big change in Medikation. Du hast einen Aspirin jeden Morgen, aber das ist es. Paul hat eine Diete mit ein paar Variations, die du solltest. Und dann sind wir gestorben, so etwa einen Monat später. Also... Das Modell war Sound. Es sollte sich funktionieren. Es ist nicht dein Schuld, David. Ich wünsche dir, dass Dinge anders aussehen. Ja, ich auch. Ich werde dich schrauben. Hey, du hast mein Gehirn auf dem File. Vielleicht kannst du es in ein paar Worte. Ja, wer weiß. Du bist okay mit dem? Usend es für meine Forschung? Ha, wenn du wüsstest. Du wüsstest, was am Gehirn ist? Was? Der Crash. Alles bis jetzt. Der Gehirnverdruck. Du, Leute. Alles. Das hat mein Leben so viel mehr real gemacht. Ich habe angefangen, zu denken, über all die Dinge, die ich machen würde. Ich habe nie mehr erinnert, dass ich hier leben sein werde. All diese Hoffnung. Wastet. Ja, am Ende von unserem Leben ist doch alles wasted. Deswegen nutzt jeden Moment. Am Ende macht nichts mehr einen Unterschied. Ansonsten haben wir hier nichts gestorben. Der ist fast 100 Jahre alt geworden, ey. Und Burke? Ja, der ist nicht ganz so alt, aber der ist auch alt geworden. Aber warum können wir hier die Daten löschen? Warum sollten wir das tun? Naja. Ja, wenn es das denn ist, und nicht doch, wir Teil der Simulation sind, weil... Willkommen zu meinem Platz. Als ich das Art-Projekt begleitet, habe ich in diesem Lab schon ziemlich links in diesem Lab. Cozy. Verbindungsfehler. Fehlerbehebung. Suche nach Ursprung. Fehlercode, irgendwas. Keine Verbindung zum Hauptrechner möglich. Bitte setzen Sie den Router im unteren Computerraum zurück. Oder wenden Sie sich an den Wartungsdienst. Okay. Das ist kaputt. Irgendwie ist einer davon noch zu brauchen oder so. Da sind alle kaputt. Broken. Ja, wirklich. Ich sehe es. Da ist einer. Ein intactes Memori-Chip. Wenn wir glücklich sind, können wir die Cipher aus dem Zeichen extraken. Haben wir da sonst noch welche? Ich weiß nicht, ob das der einzige ist. Wir sollten alles nehmen, was wir kriegen können. Die sind alle kaputt. Ich weiß nicht, ich muss die da nicht alle rausziehen, aber ich mache es trotzdem einfach. Dann weiß ich, dass ich da schon war. Außerdem liebe ich es ja, Unordnung zu schaffen. Also warum nicht? Hui. So, letzter. Ich denke mal, es ist der einzige, den wir brauchen, aber ich gucke trotzdem. Na gut. Wo sollen wir damit hin? Hier rein? Da rein? Das ist schön. Wir müssen zum unteren Computerraum. Teddy, auf geht's. Ich habe nur keine Ahnung, wo der ist. Ich meine, diese Fabrik-Kalle hier ist groß. Haben wir hier drüben noch eine Tür? Katsache. Keine Sorge, ich habe einen Teddy. Und hier unten scheint die Party abzugehen. Warum sind hier so viele Räume? Ja, da klopft doch einer an. Machen wir hier doch mal direkt auf. Hello? Willst du mal einen Teddy? Okay, die Viecher sind schnell. Hey, you're still alive. Soll ich das ändern? Ich weiß nur leider nicht ganz wie. Also in deinem Fall kann ich anscheinend nicht einfach einen Stecker rausziehen. Weißt du was? Hier, bitteschön. Ich hoffe, der stimmt dich froh. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Warum ist es ein Labyrinth? Warum ist es ein Labyrinth mit Monstern? Das Ding kann doch bestimmt nicht im Dunkeln sehen, oder? Ich kann es ja schließlich ja auch nicht. Ich weiß nur nicht, ob das Ding eine Taschenlampe sehen kann. Äh, so. Einmal bitte neu starten, ja? Das war irgendwie klar. Kann das Ding überhaupt verziehen, oder kannst du nur hören? Schalter umlegen? Zur Zurücksetzungsbestätigung, Schalter umlegen. Das Ding weiß auch nicht so ganz, was da abgeht, ne? Aber das macht da dran ja auch nix. Das steht ja einfach nur da rum. Und wird das jetzt hier schon geklärt, oder? Guter aktiv. Das ist sehr gut. Hier ist doch bestimmt nur eins von den Viechern, oder? Also es wird bestimmt nicht passieren, dass ich hier noch irgendwie in einem zweiten über den Weg laufe. Das kann ja gar nicht sein. Ist das da vorne eine Tür? Ne, das ist einfach nur ein... Egal, wir haben ja geschafft, was ich schaffen wollte und wir gehen jetzt einfach hier raus. Und machen diese Tür wieder zu. Ich weiß nicht, will ich die anderen Sachen überhaupt noch kontrollieren? Muss ich wahrscheinlich, oder? Was geht hier so ab? Das ist einfach nur ein Serverraum. Oh, hi. Du bist auch noch am Leben, ey. Ich würde euch ja gerne erlösen, aber... Ich habe auch leider keinen zweiten Teddybären. Mhm. Warum kann das Ding genau Türen öffnen? Das hat nicht mal Arme. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ey, du da. Lenk das Vieh mal ab, bitte, ja? Okay. Hi. Ich bin gar nicht da. Auf Wiedersehen. Oh, Mann, ey. Nicht mal die Tür macht zu, ey. Die Frage ist, sollte ich jetzt nach oben gehen oder trotzdem noch in den anderen Raum? Ach, komm schon. Was willst du denn hier drinnen? Verdammter Camper. Ich gehe erst mal nach oben. Das ist mir hier unten alles zu viel. Klettern kannst du doch nicht, oder? Kommst doch bestimmt nicht hier hoch. Ich bin hier oben. Hallo. Hier. Komm doch. Okay, er kann hier nicht hoch. Er ist extrem angepisst und verwirrt, aber er kann hier nicht hoch. Good job, son. Das ist besser, dass es funktioniert hat. Ich gehe nicht nach oben. Ja, ich weiß nicht, ob du das musst, um deine Freunde wieder zu treffen, ehrlich gesagt. Aber das werden wir wohl gleich herausfinden. Oh, Mann. Oh, Mann. Wenn ich eine AI gebildet habe, muss ich nicht ein gesamtes Modell reinfinden. Es sollte eine Liste von Menschen sein. Schauen wir mal, ob es jemanden gibt, der eine Sicherheitszeichen kann. Ähm... I don't know. Wer könnte das denn wissen? Erstmal Beth Robin hochladen. Was passiert denn, wenn wir die überhaupt hochladen? Nein, alles funktioniert. Wir brauchen jemanden vom Theta-Security-Grupp. Okay, Sicherheit. Ähm... Wo stehen denn die... Wo stehen denn, was die gemacht haben? Hier steht doch überhaupt nicht... Hier steht keine Jobbeschreibung, oder bin ich blind? Vielleicht bei den Anmerkungen einfach. Sagte sie, würde beim Überbringen der Arche helfen. Selbstmord. Der älter Flüchtling. Selbstmord. Sehen uns so ähnlich. In einem anderen Leben wären wir bestimmt beste Freunde. Die half mir das Welleck vom Helm zu schneiden. Okay. Er vielleicht? Streski? Der hat doch das hier alles geleitet. Der müsste das doch wissen. Die haben wir aber nicht hier. Ich weiß doch nicht, wer da beim Dings noch war. Und hier steht ja halt auch nichts bei. Keine Ahnung. Müssen wir halt alle ausprobieren. Was bleibt uns denn anderes übrig? Nein, ich glaube nicht. Stromi hat Leute aus den evakuierten Sites. Sie sollten auch die Cipher wissen, wenn du einen von ihnen findest. Ja, ich weiß nicht. Ich geh jetzt einfach alle durch, weil ich hab echt keine Ahnung. Ja, hier steht aber nichts drin, was irgendwie hilfreich ist. Wir sehen uns so ähnlich. Also sie war es ja nicht. Oder hier Delta-Flüchtling, Roboter-Techniker. Er arbeitet jetzt für Stromi. Er vielleicht? Sehr promising. Ich versuche ihn einfach nur auf den simulatoren. Hier sind wir. Was sind wir genauer? Wir werden mit Mr. Wan. Use das Computer für die simulatoren. Wait, was? Das war nicht so schlecht. Stromi hat mich wirklich aufgetan. Bastard. Was? Was ist passiert? Woher geht alle? Woher geht's? Don't be afraid. Chun? Was ist passiert? Ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Es gibt nichts hier. Don't worry, Mr. Wan. Es wird alles besser werden. Nein, nein. Das ist ein Lieb. Du bist ein Lieb. Don't get upset, Mr. Wan. Nein, 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 nein. Warum machst du das mit mir? Ich vertraue dich, Chun. Ich vertraue dich! Wir haben ihn einfach das Lieb. Er ist ein perfekte Scan, für die Arc. Er ist die reale. Und wir haben ihn verletzt. Wir haben ihn verletzt. Wir haben ihn verletzt. Wir haben ihn verletzt. Ich dachte wirklich, dass es funktioniert wird. Vielleicht können wir versuchen wieder. Ich meine... Das war nicht so schlecht. Stromi hat mich wirklich verletzt. Bastard. Was? Was ist passiert? Woher geht's? Vielleicht sollten wir ihm die Wahrheit sagen. Vielleicht sollten wir ihm die Wahrheit sagen. Wir brauchen irgendwelche Module. Und wo kriegen wir die her? Kann ich da überhaupt irgendwas einfügen? Ich nehme es erstmal mit. I don't know. Scan Lock, Zeitplan. Hatten wir das schon? Aber das hilft uns auch nicht wirklich. Äh... Ja, I don't know. Hier drüben ist ja sonst auch nix, ne? Aber ich meine... Hatten wir unten nicht auch noch irgendwie so einen Scanner gesehen, wo wir so einen Chip einfügen konnten? Naja. Wir haben auf jeden Fall einen Raum, den wir da unten noch erforschen können. Was ich nun nicht so toll finde, ist, dass wir da das Monster haben. Aber naja. Ja. Gehen wir erstmal nach unten und gucken uns den letzten Raum da an, was da drin abgeht. Da kommt drauf. Ne, 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 warte mal. Wir sollten bestimmt in seinen Raum gehen. Das ist es. Sei doch mal ruhig da drüben. Wir müssen wahrscheinlich ihm dann seine persönlichen Sachen durchsuchen. Brandon hieß er. Irgendwas mit Brandon. Gucken wir mal, was wir da so finden können. Guy Conrad. Vielen Dank. Guck mal. Wir sind gerade hinter dir. Seht so, als wären sie bereit, um zu gehen. Ich hörte, dass eine Frau von Brandon zu sagen, zu schnell gehen. Du hast das von der Intercom? Das muss ein Transmission-Buffer sein. Hör auf. Das ist Alice Cosper. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich sogar kennen. Interessant. Und sehr viele Bilder aus... ...eine Ahnung. Schlössern. Grand Canyon. Schlösser in Asien. Venedig. Hm. Seine Frau. Was ist, wenn wir die mit ihm spawnen können? Oder seine Family. Aber die sind wahrscheinlich nicht hier hochgeladen, oder? Oh, ein Papierfrosch. Brandon. Ich bin wegen der Scans völlig durcheinander. Alle sind so tapfer. Nur glückliche Gesichter. Keiner zeigt Bedauern. Weißt du noch, wie du gesagt hast, du würdest meine Hand während der Scans halten? Wenn das Angebot noch steht, würde ich es gerne annehmen. Wenn wir uns zusammenscannen lassen, könnten wir auch den Hangover danach zusammen überstehen. Sie sagen, ein paar Tage braucht man schon danach, um sich zu erholen. Viele Küsse. Alice. Das ist ein Buch von Alice, das macht mich nicht, dass sie sich neben Branden durchgeguckt wurde. Okay, das klingt wirklich komisch. Wir können definitiv nutzen. Das können wir definitiv nutzen. Ich kann das Synthesize von Alice aus dem Intercom und es benutzen, um sie zu der Simulation zu entfernieren. Wir können ihn sich um sich zu machen, um zu erinnern, damit sie zu öffnen. Great. Ich fühle mich definitiv gut daran. Das ist nur etwas, was ich jetzt mache. Also es kommt natürlich zu dir. Das ist wirklich interessant. Ja, ich werde es sicher an meinem Datingprofile adden. Brandon One. Güne Karte. Gut, was haben wir hier noch an seinem PC? Akers hat endlich der Evakuierung von Delta zugestimmt. Und Goya, Kriya und ich sind heute nach Kreta umgezogen. Akers meinte, er würde noch ein bisschen länger bleiben. Dieser durchgeknallte Bastard. Ich bin zwar stolz auf meine Arbeit, aber seit sie von der Oberfläche keine Ersatzteile mehr schicken, geht hier alles drunter und drüber. Ich habe heute mehr Evidenz, die sagen, dass sie zusammen waren während des Scans. Das ist okay, Sherlock. Wir haben es bereits gemacht. Wir sollten uns auf den Simulaten Brandon One simulieren. Ja, ich möchte das trotzdem lesen. Ich habe heute zusammen mit Alice meine Arche-Scan gemacht. Strohmeier hat mir erzählt, dass mich der Hangover quasi umbringen würde. Was für ein Arschloch. Anfangs ging es mir noch ganz gut. Ein paar Stunden später aber bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Am schlimmsten aber schmerzte dieser Schundruller. Sie kann manchmal so unangenehm werden, dass es mir die Haut aufstellt. Strohmeier ging total an die Decke und untersagte alle zukünftigen Scans für das Arche-Projekt. Anscheinend wollte Conrad bei der Kontinuität mitmachen und gab sich gleich nach dem Scan direkt im Pilotensitz den Rest. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir neue Sicherheitscodes bekommen werden. Ich habe gerade gehört, dass das Komorebi-Vermessungsteam nach Delta unterwegs ist, um Akers abzuholen. Er ist jetzt schon seit Monaten alleine da. Keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Der Vorteil an dieser Kontinuität ist es halt, dass man nicht so die Probleme hat wie wir. Dass wir nicht wissen, was überhaupt abgeht. Sondern man sich schon darauf einstellt, dass man einfach instant schläft. Und wenn man dann aufwacht, hat man keine Erinnerungslücken. Also man weiß noch alles, was passiert ist. Ich glaube, das war der Sinn dahinter. Aber naja. Ich habe ein Alice-Modul mit dem wir nutzen können. Also sie wird mit Brandon in der Simulation sein. Sorten. Ich muss immer noch das Gespräch machen, aber es wird klingt und klingt wie Alice. Brandon, Modul Alice. Dann starten wir doch mal. Das war nicht so schlecht. Stromau hat mich wirklich gut gemacht. Bastard. Was ein Relief. Das war nicht so schlecht. Alice. Alice. What happened to the room? What do you mean? Nothing's changed. Everything is A-OK. Why are you acting like this? I'm normal. Like always. Well, you are. You better get the fuck out of here. Please. I'm just trying to find a cipher. What the hell is this? What have you done to me? What have you done to Alice? If she's hurt, I'll fucking end you. Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So? What's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. That wasn't so bad. Stromar got me really worked up. Bastard. Ah, that's great. I'm glad you're all right. Alice, what happened to the room? Nothing, nothing. It must be the scan. Make you see things. Why are you acting like this? Wait. Simon, you just reset the simulation. Ja, ich weiß, weil du einfach unsfähig bist. Wegen dir wär' ja wieder durchgedreht. Wir brauchen irgendwie Umgebungsdaten. Haben wir vielleicht Alice's Zimmer hier irgendwo? Brandon, we're next to work. Mark, we're next to you. Robin, we're next to you. Martin Fisher. hier war kein strom ja das war das hier alles zimmer ist hier nicht aber das heißt finden wir dann trotzdem irgendwas in brandons zimmer die hatten wir eigentlich schon alles die fotos habe ich mich eben habe ich mir angeguckt origami sachen vielleicht don't know hier ist auch nichts frei ansonsten projiziert doch einfach das andere zimmer da rein meine güte ja wir wissen doch wie das hier aussieht leichtes blut entfernen und diese komischen tentakeln hier aber ansonsten ich habe ansonsten keine ahnung was haben wir denn hier scans lokal frei versai so vielleicht wollen wir wie können wir das netzwerk übertragen eingeschränkter dateizugriff kopie an keiner ein externes gerät erkannt wenn wir das hier irgendwo reinstecken oder muss ich das drüben machen und dann hier rüber kommen geht das vielleicht jetzt steckt da ja noch drin ich gebe mir mal den chip kann ich den hier irgendwo reinstecken cool gehen wir an die seite muss hier dran kann ich auch nichts machen ja aber das wäre schon hilfreich wenn ich das könnte die tür war doch vorher noch nicht offen ich war zu oh mein gott okay probieren wir das ganze noch mal vielleicht sagt sie da noch mal irgendwas das war so bad so am i really got me worked up bastard everything is okay now alice what happened to the room what do you mean nothing's changed everything is a-okay why are you acting like this me why are you acting like this whoever you are you better get the fuck out of here don't be upset i need your help what the hell is this what have you done to me what have you done to alice simon we need something new to work with ja wirklich dann sagt mir was gib mir den chip wir gehen jetzt nach unten in den raum ich habe ja schon gesehen dass man da drüber im computer irgendwas da draufladen kann aber irgendwie sind wir dazu nicht fähig das heißt wahrscheinlich müssen wir unten noch irgendwas machen ich meine dieser eine raum ist ja wahrscheinlich nicht aus spaß da das monster mittlerweile weg ist auf jeden fall nicht hier ah super hat sich ja richtig gelohnt dann gehen wir wohl mal wieder also doch oben irgendwas ja i don't know also ganz offensichtlich müssen wir da irgendwie diese sachen wer sei oder sonst was da rein laden dass er sich da wohl fühlt und wir wissen ja auch schon was so sein wohlfühl ding ist das ist nämlich wahrscheinlich wer sei wie zur hölle kriege ich das da rein geladen wo kann ich denn hier mein gerät anschließen kann hier sonst nichts machen was denn mit denen hier das sind halt lokale dateien aber ich kann logischerweise nichts machen weil kein externes gerät erkannt worden ist wo die übertragung verweigert wurde wegen eingeschränktem datenzugriff aber wo zur helle kann ich das gerät denn anschließen hier irgendwo ich habe ehrlich gesagt keine ahnung diese technik überfordert mich du stehst im weg ich muss hier gucken irgendwo an den stuhl komulationsassets aha das muss ich wahrscheinlich hier anschließen aber wo hier rein ah steckt platz 1 lade externes gerät ist doch wunderbar so jetzt wollen wir wahrscheinlich versai auf chip kopieren effekte daten der zweckübertragung hier strand haben wir schon scan raum das wollen wir ok damit hätten wir das und jetzt packen wir hier beides rein und zwar einmal das da rein einmal das da rein und fertig lade umgebungsdaten lade scan da und dann wollen wir den scan raum zusammen mit alice im start wobei eigentlich nein ich will mal sehen ja ich will mal sehen was mit der skihütte passiert das war nicht so bad stromar wirklich got me worked up bastard what happened to the room not what you'd expect am i right alice where are we don't worry about it you are safe but i need you to listen to me what what's happening the new security cipher i need it you're not you're not alice what did you do to her what's going on here why are you doing this i think we need to build the scene so it's more what he'd expect i know i know i know you're right you need to think this through we need some more data nein das ist einfach nur der scan raum ich wollte nur gucken was passiert stromar really got me worked up bastard well that's what you get for listening to his stories i guess i had it coming about stromar he said he needed a new site for asap what should i tell him it's all right i can talk to him wait didn't shone just tell you to take it easy don't worry i'm not gonna tell anyone i do feel hungover okay it's 1729 over 42 12 over 407 got it yeah i got it du merkst dir das ne weil ich hab keine ahne das sind mir zu viele zahlen goodbye no wait that's enough we got what we need is that what we are simulations yeah but it shouldn't make any difference you're still you i'm not sure what to do with the data you decide äh runterfahren solange er noch in keinem roboter drin steckt ist mir das ja erstmal egal er kann ja da ruhig stehen erst mal vorsichtig um die ecken gucken und dann wahrscheinlich gleich anfangen zu rennen die tür war hier vorher glaube ich nicht offen oder ich meine ich bin durchs fenster gestiegen i don't know wir machen sie aber mal lieber zu there you are just warming up the dunbat for us it's been collecting dust for months so it might need a minute okay that's it that's everything let's go ahead and huh that's weird never mind what do you need me to do head inside the dock the omni tool can open the door now and get into the dunbat then plug me in and i'll take us into the abyss lass mich raten du hast monster gesehen oder so naja wir werden mal sehen dass wir nicht über geländer drüber springen können das stört mich die türen sind jetzt alle zu das ist schön ist das das ding da oben das sah auf dem bildschirm viel größer aus das ist sehr winzig muss ich hier was machen das glaube ich keinen strom hier ist generell hat nix strom er drin wir haben ein problem okay wir schieben die leiter einfach mit usher drauf hmm hmm ja und jetzt okay okay Catherine ich brauche nochmal dein rad ich hoffe ich kann dich da nochmal reinsetzen die Antwort ist nein oh was machen wir jetzt hier vorsicht frisch gewicht ich habe keine ahnung was hier mein plan ist weil hier kann ich nichts bedienen und der einzige terminal den ich bedienen kann der hier funktioniert nicht hier geht gar nichts er drin wir brauchen strom du hast vergessen den strom anzumachen what the fuck das ding kann das noch irgendwo anders hin weil es muss doch eigentlich nur hier hin ich wüsste nicht warum das irgendwo anders hin sollte ich meine alle anderen sachen sind ja zu das heißt ich bin ja auch ein bisschen eingeschränkt in dem was ich jetzt tun kann dann kann ich hier irgendwie strom anmachen oder hier irgendwas standortstatus karte standortstatus letzte achso 16.1 ja gut wir wissen noch gar nicht welches datum überhaupt ist mhm kathrin es geht nicht weiter aufs klo kann ich auch nicht es ist eine tragödie hilft es vielleicht wenn ich licht ausmache und pürze ich meine können wir hier noch irgendwas machen nee hier ist alles geklärt wir haben nicht wirklich viele optionen hier ist auch alles jetzt zu da hinten genauso ja was sagt denn hier die stromleitung überhaupt die liegt hier einfach rum irgendwas was wir sonst anklicken können hier ist alles aus kein knopf lässt sich betätigen okay ganz normale geräusche hier genauso hier lässt sich nichts betätigen der hebt das ist kein hebel das ist irgendein rohr ich habe das Gefühl irgendwas sollte passieren aber es passiert nichts ich weiß noch nicht warum ich bin ein bisschen auf mich alleine gestellt gerade und das gefällt mir nicht ich kann hier nichts bewegen es ist halt einfach stuck hier irgendwas Ich glaube Ich muss mal eben nachgucken Ob das kein Bug ist Wir können aber auch einfach mal kurz Speichern und beenden Und nochmal kurz neu starten Um zu gucken ob es das vielleicht fixt Weil I don't know Ich sehe da jetzt nicht so viele Optionen Was ich machen könnte Und es passiert halt einfach nichts Okay Okay wir sind hier Ich habe sie schon mitgenommen Es ist alles gleich Und hier ist ja sonst auch nichts Die Tür geht auch nicht Was steht denn jetzt irgendwas Wenn ich hier reingehe Das Spiel speichert aber auch Einfach wirklich alles Also Hier ist immer noch nichts beweglich Knöpfe drücken Macht auch immer noch nichts Hier leuchtet halt was Aber Oh mein Gott Ich kann das Kabel nehmen Okay Das Kabel sah nicht beweglich aus Aber okay Aber okay What the fuck Jesus Das ist nicht gut Und was ist alles meine Schuld Was war kritischer Fehler Was war das Problem Okay Jetzt können wir immerhin hier oben lang Ich habe keine Ahnung Wo wir uns gerade hinbegeben Aber das ist abgeschlossen Also wohl zur anderen Seite Jetzt kriegen wir wieder in irgendwelchen Lüftungsschächten Oder sowas rum Also ich habe mir die Zukunft Irgendwie anders vorgestellt Und irgendwelche Monster rennen hier wieder rum Hallo Kommen wir auch mal an Hey die Tür ist immerhin noch offen Wo sind wir denn jetzt angekommen Ah wir können wieder Tatschi-Church machen Ah ich glaube die schwarzen Streben werden echt immer schlimmer I don't know was das bringt Aber Uns geht es danach gut Was haben wir hier Okay Hey Catherine Was ist passiert Wait this isn't Oh no Wow got to the Dunbat Before we did Am I right Well it was talking That's rarely a good sign Dammit The Dunbat was our best shot I was really banking on this to work Come on We can't quit now There's gotta be another way How do you think you did it How did the team get the Ark down the abyss In the first place If they didn't use the Dunbat The only other way would be The Climber in Omicron It's like an elevator Which supposedly reaches all the way down Into the abyss Okay so we do that We go to Omicron and take the elevator Yeah Okay Sure We'll just head over to Omicron And hope there's a power suit that fits you You know so you don't implode While in the abyss That does sound useful Alright let's go then Wait What is this place Seems to be a lot of information On the Ark here There's a prototype in everything Okay Let's start it up I want to see how it works Maybe we can figure out How to get on the Ark Is that not a little bit of a song How difficult could it be? Yeah Einfach hochladen Hätte ich jetzt auch gesagt Was genau machen wir hier? Brauchen wir die hier? Wir brauchen anscheinend You haven't heard of the concept of jinxing Have you? Sorry I forgot your people were superstitious Anscheinend müssen wir hier überall Strom reinstecken Computer? Circa 43,75% 896 Terabyte des Speichers beschädigt Neue Konfiguration der Simulation ist erforderlich Für 100 Jahre in der Zukunft ist das sehr wenig Würde ich einfach mal behaupten Würde ich einfach mal behaupten Na wir schon Also das ganze Ding hat ja dann Boah ich weiß gar nicht was kommt nach Terabyte Sind das Zetabyte oder so? Auf jeden Fall Es sind ja ungefähr 2000 Terabyte anscheinend An Speicherplatz Vielleicht ein bisschen mehr noch Das ist doch nicht viel für in 100 Jahren Wenn man sich mal überlegt Wie der Speicherplatz sich erhöht hat Im Laufe von den letzten 20 Jahren schon Also ja Naja Holy shit Was ist das hier alles? Muss ich Lösche ich das gerade alles oder was? Ich glaube das wäre aber nicht so gut Wenn wir das löschen Okay Ähm Was wollen wir denn alles? Wir können ja nicht alles laden Anscheinend Meine Wolken Mond Sonne Mittag Keine Ahnung Also wir brauchen hier auf jeden Fall alle Systeme Wir brauchen nur nicht alle Objekte Objekte können wir dann mal gucken Was wir noch so laden können Umweltschmutz Straße Oder wie sieht es aus mit einem Boot und einem See Das ist zu viel Einfach ein paar Straßen und Sonne Oder Mond Jetzt haben wir noch 35 Wir können uns einen Stuhl Starten Um Was System Base Required Type Soma Aber das haben wir hier nicht System Base Required Type Soma Cool Wir haben hier aber auch noch ein Stromkabel Aber das müssen wir irgendwo reinstecken In so ein Ding Was hier stehen sollte Naja Was haben wir denn hier Das ist das Just das Anzeichen Das ist das Die Kostra Usen es um Anzeichen 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 Would you Beacon Insight If I knew what you were made of It would be a hell of a lot easier to figure out How to get you on the ark Bit of a Tight fit Can you reach the Anzüge Beat Was ist das? Es sieht aus, dass die Basis für deine Körper ist einer meiner alten Kollegen. Ein Kortex-Kortex für Roboter, die Datenreader und der Ocutorch hat nur durch die Kugel gesetzt. Okay. Die Struktur-Gel hat die ganze Konstruktion zusammengefasst. Fantastisch! Nein, 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 warte, zurück! Ich bin einer von deinen alten Kollegen? Na, dein Körper ist. Imogen Reed. Das ist schrecklich! Hey, nicht so. Sie war meine... Sie war mir... Auf jeden Fall. Die Kortex-Kortex ist eine gute Nachfrage. Das bedeutet, dass wir deine Meinung nach dem Ark mit einem Pilot-Seat transferieren. Kath, ich bin half eine Person totale. Ja, das macht Sinn. Denken Sie an. All diese simplistische Mindungen, die wir in die Wirklichkeit haben. Nur eine Person totale nicht funktioniert so gut. Ein Roboter-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot. Wunderschön, aber was genau... Aber was genau sagt uns das denn dann? Alle Matsu-Kampfanzüge. Ordnungsgemäße Benutzung. Für Ihre Sicherheit und die Ihrer Kollegen. Legen Sie den Neupren-Unterzieher und Körper-Harness an. Prüfen Sie die HKA auf jegliche optische Schäden. Befestigen Sie nun alle Teile an Ihrem Harness. Beginnen Sie mit den Beinen und arbeiten Sie sich nach oben vor. Wobei Sie alle Teile hinteneinander einrasten. Lassen Sie sich beim Rückenteil und beim Oberkörper von einem Kollegen helfen. Brücken Sie auf die Schaltfläche Sichern auf Ihrem Armstück. Nun sollten Sie hören, wie sich der Kampfanzug selbst versiegelt. Der Kampfanzug wird nun mit dem Druckausgleich beginnen und dazu auf den Sauerstofftank zugreifen. Sollte sich der Kampfanzug nicht selbst versiegeln, spannen Sie die Stoßdämpfer an und probieren Sie es erneut. Unternehmen Sie keine Reparaturversuche. Sollte es immer noch nicht funktionieren, wenden Sie sich an die Wartungsabteilung. Anmerkungen, die HKA sind äußerst schwer, was aber ausgeglichen wird. Tatsächlich werden Sie mehr Kraft haben, als Ihnen bewusst sein wird. Seien Sie vorsichtig. Es gelten die Regeln der Standardausbildung. Halten Sie nicht den Atem an. Bleiben Sie nicht zu lange draus. Tauchen Sie nicht zu tief und tauchen Sie nicht mit defekter Ausrüstung. Das ist für gleich wahrscheinlich wichtig. Wow, das ist so cool. Das ist die ganze Gang. Eine Crewphoto? Wirklich? Wer sind Sie das für? Der Welt war tot. Dankeschön, Simon. Ich dachte, dass ein Scheiße nicht bis zum 22. Jahrhundert verwendet wurde. Jetzt weiß ich es besser. Was steht hier? Irgendwelche Nummern? Keine Ahnung, was das ist. Wrap Arc with Signal. Eiche mit Signalgeber vorbereiten. Und hier Powerpacks. Akkus, Werkzeuge, FST-Kit, zusätzlicher Sauerstoff. P2-Genehmigung. Gut, aber was wollen wir hier noch unternehmen? Noch mehr Dokumente. Meine Entscheidung. Ich habe mich entschlossen, die Arche mit den vorliegenden Scans abzuschließen. Tut mir leid für alle von euch, die auch mitgehen wollten, aber vor der Aussetzung des Projekts keine Chance mehr bekamen, sich scannen zu lassen. Es ist schon zwei Monate her, seitdem ich den letzten Scan hinzugefügt habe. Und ich sehe keine Möglichkeit, wieder eine solche Unterstützung bei euch zu finden, wie ihr sie bei mir am Start des Projekts gegeben habt. Tut mir leid. Ich wollte zu keinem Zeitpunkt, dass sich jemand das Leben nimmt. Niemals wollte ich irgendjemanden in das Licht führen. Ich wollte nur etwas retten. Mehr wollte ich nicht. Dr. Catherine Chum. Was noch zu tun ist. Interface-Modul anwenden. Eiche Kapsel versiegeln. Genehmigung von 4Q einholen. Iwaschkin, Lindwall, Pedersen und Hill instruieren. Mit dem Shuttle nach Omikron fahren. Kampfanzüge abholen. Mit der Aufzugsplattform in den Abgrund fahren. Reorganisation bei Tau. Aufbruch zum Startplatz. Laden des Geschosses. Starten der Arche. Arche Positionsgeber. Wir sind ja nicht mehr allzu weit weg, ne? Arche Verhaltensstudie. Bitte füllen Sie diese kurze Umfrage aus, damit wir die Personalmeinung beurteilen können. Trotz wurde beschlossen, dass das Arche Projekt die letzte offizielle Handlung von Pathos 2 sein würde. Trotz des katastrophalen Zustands der Erde wurde das Personal dazu gedrängt mit ihren Pflichten fortzufahren. Ich denke das Arche Projekt ist der logischste Schritt in Richtung der Rettung der Menschheit. Und dass wir darauf so viel Zeit und Ressourcen wie nötig verwenden sollten. Ja, uneingeschränkt zustimmen. Um an Bord zu gehen, muss jeder Passagier mit Hilfe eines Pilotensitzes mit elektromagnetischer Strahlung geflutet werden. Man weiß, dass die Scansessions Übelkeit und Kopfschmerzen verursachen, was manchmal bis zu drei Tage lang anhalten kann. Ich finde, vorübergehendes körperliches Umwagen, egal wie schlimm es ist, ist ein kleiner Preis für die Rettung der Menschheit. Auf jeden Fall. Die Arche wurde so konzipiert, dass sie in eine Ranger Mach 7-Sonne passt und demnach mit der Omega-Weltraumkanone in den Weltraum geschossen werden könnte. Technisch gesehen könnte sie dort tausende Jahre überdauern und vom Licht unserer Sonne und dem entfernten Sternen gespeist werden. Ich finde, die Arche sollte die Erde verlassen und in den Weltraum geschossen werden. Äh, ja, aber vielleicht mit einem gewissen Ziel und nicht einfach irgendwohin, sonst landet sie vielleicht, wenn es auch ein paar Lichtjahre dauert, aber in irgendeiner Sonne oder so. Das wäre schlecht. Deswegen machen wir einfach nur mal Zustimmen. Die Digitalisierung der Menschheit ist eine Gelegenheit für einen Quantensprung in unserer eigenen Evolution. Die Leute innerhalb der Arche müssen aus existierendem Gencode geschaffen werden, können aber zum Vornehmen kosmetischer Veränderungen verhindern von Alterungen und sogar zur Vermeidung von Todesfällen modifiziert werden. Ich glaube, wir riskieren den Verlust unserer Menschlichkeit, wenn wir uns Krankheiten und Sterblichkeit entledigen würden. Äh, nein. Darf widersprechen. Ich glaube, Menschsein ist halt einfach das, was wir als Menschsein definieren und wenn wir Krankheiten dazuzählen, dann mag das Menschliche sein, aber ich glaube nicht, dass es nötig ist. Wir Menschen könnten so viel besser sein ohne Krankheiten. Mittlerweile leben nur noch 850 Menschen, die in der Arche gespeichert werden können. Eine Möglichkeit zur Diversifizierung und Erweiterung der Bevölkerung wäre die Einführung künstlicher Intelligenzen, die in jedem Aspekt menschlich wirken würden, wenngleich mit kindlichen und naiven Empfinden ausgestattet. Im Zuge der weiteren Erforschung der Natur, der Intelligenz, könnten wir in der Zukunft eine Möglichkeit finden, sie noch klüger zu machen. Ich glaube, unsere Gesellschaft würde selbst von einer minderwertigen Gruppe künstlicher Menschen profitieren. Weiß nicht, also das kommt halt darauf an, dass es, ich müsste wissen, wie, also ob ich da jetzt eine festgelegte Antwort hätte, müsste ich wissen, wie stark diese AI ausgebildet ist. Wenn wir aber vom heutigen Stand der künstlichen Intelligenz ausgehen und da nochmal 100 Jahre draufrechnen, würde ich einfach mal behaupten, die ist weit genug, als dass das funktionieren könnte. Also machen wir einfach mal Zustimmen. Hähnlang für die Teilnahme, so haben ihre Kollegen abgestimmt. Reiche Zustimmung haben fast alle uneingeschränkt. Ewig zwischen den Sternen haben auch fast alle uneingeschränkt zugestimmt. Und nichts kommt, nichts. Ja, wir sind meistens eher so, ja, künstliche Evolution. Das ist... Echt, so viele Leute sind der Meinung, also ich weiß jetzt nicht, ob das Daten von anderen Spielern sind oder Random-Daten. Oder halt aus irgendeiner Studie oder so. Aber echt, so viele Leute sind der Meinung, dass sich das Entledigen von Krankheiten... Das sind ja über 50 Prozent, dass sich das Entlegen von Krankheiten und der Sterblichkeit uns weniger menschlich machen würde. Ich glaube, es ist doch gerade die Kunst des menschlichen Seins, also Menschlichkeit zu bewahren, obwohl man, sag ich mal, sich dem entledigt. Aber naja. Was ist jetzt unser Plan? Ja, aber ich kann sie nicht starten. Ich kann sie legit nicht starten, weil uns was fehlt. Das ist ja nicht mehr bei, ich kann das nicht mehr auswählen. SimBase, Type Soma. Haben wir davon irgendwas? Ich sehe es nicht. Das hier oben. Und das braucht jetzt... Okay. Okay, wir müssen alles nochmal wegmachen und von vorne beginnen. Also, wir brauchen das. Und das braucht jetzt Wasser. Also, zum Beispiel, das wenigste Wasser ist... Das wenigste Licht ist der Mond. Und das geringste Wasser ist... Anscheinend der See. Weil zwischen See und Fluss sind nur ein paar Terabyte. So, das ist das, was wir schon mal hier brauchen. So, und jetzt gehen wir einfach mal alles hier durch. Einfach alles, was gelb leuchtet, nehmen wir mal mit. Und irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Wir nehmen die günstigen Sachen mit. Was ist das? Nein. Die beiden Sachen hier sind zu viel. Ähm. Der Mond requires fließend. Was ist denn dann, wenn wir stattdessen das hier nehmen? Und dann die Hitze nehmen? Und wir brauchen immer noch Wasser. Ah, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt können wir nochmal alles hier ausstellen. Und nochmal gucken. Ähm. Warte mal, Mond brauchen wir jetzt auch nicht. Ich meine, die sind hier ja alle sehr günstig. Typ Wasser. Wäre dann zum Beispiel der See. Und da wäre jetzt die Frage. Beim See brauchen wir zwar... Brauchen wir dann drei Sachen. Beim Fluss brauchen wir auch drei. Sind das die gleichen? Fließend, Riggedy und Boje? Riggedy, Weich und Boje. Aber Weich ist teuer. Das heißt, wir bräuchten das hier. Das fließend. Aber Fließend ist noch teurer als Weich. Ne, warte mal. Für den See brauchen wir... Ja, doch. Ui, aber... Das ist alles so teuer. Aber ansonsten haben wir hier kein Licht. Das sind nur die beiden, ne? Ja. Okay. Gucken wir mal eins nach dem anderen. Also. Wasser. Haben wir entweder nur Fluss. Oder See. Und der Fluss benötigt fließend... Riggedy oder was auch immer. Und Boje. Und der einzige Unterschied zum Fluss, zum See... Der einzige Unterschied ist, dass man Weich statt Fließend braucht. Und Weich ist günstiger. Das heißt, wir nehmen den See und Weich. Genauso wie das und das. Weil das brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir ein Licht. Und dazwischen ist eigentlich der Mond günstiger. Aber der Mond braucht dynamisches Licht. Und Physik fließend. Dynamisches Licht... Gibt es eigentlich nur eins. Genauso wie hier das fließend. Aber da können wir uns dann zum Beispiel... Das sparen, wenn wir den Fluss nehmen. Und das nehmen mit dem Mond. Dann brauchen wir nur das Licht. Die Physik weich brauchen wir ja dann nicht. Weil wir den See auch nicht brauchen. Dann brauchen wir noch das. Das. Und das. Und ich hätte gerne einen Stuhl. Und weiter. Ich lade mich selber hoch. Auf geht's. Na gut, dann halt den Dummy. Ressourcenzurteilung 100%. Simulation beginn. Okay. So ist das Problem. Die Zeit. Sind das eigentlich Minuten? Sind das Stunden? Weder noch. Weil es geht bis 100 hoch. Okay. Machen wir mal ein bisschen schneller hier. Haben wir in der Zwischenzeit... Irgendwas zu tun? Sieht ja alles hier ein bisschen aus... Wie so Sachen von Star Wars. Aber... Ja. Oh, warten wir jetzt. Kann ich den Stecker ziehen? Nein. Klappe kann ich aber auch nicht zumachen. Achso. Simulation anhalten. Ja, aber wie lange braucht das denn hier? Ich hab den Dummy ja geladen. Oder muss ich jetzt noch irgendwas anderes machen? Hier irgendwas an dem PC? Reiche Positionsgeber. Dokumente. Nee, das hatte ich ja auch alles. Aber hier ist ja ansonsten auch nix. Der Dummy ist geladen. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Achso. Ich muss hier warten, bis... ...hier Dummy steht. Wann auch immer das kommt. Ja. Diagnoseprogramme ausführen. Und jetzt? Ja, wir müssen gehen. Willst du diesen Arc als Backup bringen? Nein, das würde nicht funktionieren. Das ist nur ein Prototyp. Gut. Ich würde gerne ein Traveil. Lass uns gehen. Nicht vergessen, mich mit dir zu nehmen. Ich hätte ja eigentlich gerne nochmal probiert, mich da hochzuladen. Aber dann anscheinend auch nicht. Ja, gut. Aber... Ich meine, für euch macht das keinen Unterschied, weil ich das hinterher noch dranhängen werde. Ich werde hier aber erstmal Pause machen für mich. Und das an einem anderen Tag, äh, weiterspielen. Das heißt, ihr werdet mich in ein paar Sekunden eventuell ein wenig verändert. Aber das macht nichts. Also bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder gefüllt mit Neuenergie und bereit, das Spiel zu Ende zu spielen. Ja, wir sollten ungefähr bei der Hälfte sein. Vielleicht ein bisschen weiter der Spielzeit, die ich jedenfalls herausgefunden habe, nachzuurteilen. Und ja, schauen wir doch mal. Hier haben wir, glaube ich, alles abgedeckt. Wir können weitergehen. Kontaminationskammer? Oder Dekontaminationskammer, ja. Oder wurde ich einfach nur gescannt? Ne, Cleanroom. Okay. Die Frage ist, äh, wie wirkt das auf eine Maschine? Aber ich hoffe, das haben sie bedacht. Ähm. Was haben wir hier denn jetzt? Sehr viele Gänge. Der hier ist kaputt. Da ist sowieso alles kontaminiert. Systemfehler? Hm. Und wieder so viel Raum zum Ecken. Zentrale. Peace Rescue. Ich bin aber auch nicht rein. Ja. Oh, da sitzt jemand. Nicht mehr ganz lebendig, aber da sitzt jemand. Äh, haben wir irgendwo ein Feuer... Löscher. Irgendwas ist über mir. Ich kann doch diese Scheibe bestimmt einschlagen. Geht das auch einfach mit so einem Frischgewichtsschild oder so? Nein. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob das dann mit einem Feuerlöscher geht. Aber dafür müssten wir auch erst mal einen finden. Sehr blutig hier. Hier ist auf jeden Fall eine Tür offen. So viele Räume. Hello? Was haben wir hier denn? Eine schöne Zeichnung. Überleben des Sterns... Äh, stärksten. Okay. Und inwiefern steht das in Relation zu dem Bild? Hm. Was ist da oben? Hauptsache, es bricht nicht durch. Data Buffer available. Wir kriegen mehr Story. Sarah, how the hell are we going to make sure the Ark makes it? Every launch is a crapshoot. You know about it. I just wish these numbers look better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah. Just a pack of data. Ich sage jetzt, ich weiß auch gar nicht, wo wollt ihr das denn überhaupt hinschießen? Das heißt immer nur die ganze Zeit ins Weltall. Aber hat das kein Ziel? Das kann extrem problematisch werden, wenn so ein Ding kein Ziel hat. Ist euch das nicht bewusst? Hier hat sich der Hintereingang geöffnet. Nett. Bringt uns das denn irgendwas? Ist hier irgendetwas benutzbar an? Kann die Maus durch die Gegend schleudern. Noch mehr Text. Irgendwelche Mathematik und sie haben Hangman gespielt. Ähm. Quanto. Quanto. Das Problem ist, die Wörter sind wahrscheinlich auf Englisch, ne? Wie das hier aussieht. I have no idea. Die Buchstaben, die verwendet worden sind, wurden auch weggewischt. Ist ein bisschen ärgerlich. Da kann ich hier überhaupt nichts mehr nachvollziehen. Ich bin auch kein Profi im Hangman. Tic-Tac-Toe? Haben die hier für einen Tic-Tac-Toe gespielt? 4x4. Ich glaube nicht, dass es das besser macht. Ich glaube, das macht es eher schlimmer. Ich glaube, es ist schwieriger, Tic-Tac-Toe bei einem 4x4 eine Viererreihe zu bekommen. Weil sie haben offensichtlich nicht nach Dreierreihen gespielt. Bei 2x3 eine Dreierreihe. Aber naja. Ist halt ihnen überlassen. Kino-Vorstellung. Sehr nett. Kann mich nicht auf die Stühle setzen. Aber ja. Ich weiß nicht, was uns hier gezeigt werden soll. Es ist sehr... traumatisierend. Ich würde mich einfach mal bauten. Naja. Was haben wir denn hier noch so? Da ist wieder Tatschi-Tatsch. Ich möchte mich einmal verbinden, ja? Ich gucke mich, ob irgendwas passiert, wenn wir alles antatschen. Von diesen Dingern. Ich bin gar nicht da. Du kannst dich gerne umdrehen. Hier ist nichts. Nein, hier ist absolut nichts. Ich bin gar nicht da. Das Ding ist schon hier unten. Du hast mich gerettet, oder? WHO? Die WHO ist gar nicht schlecht. Sie ist auf meiner Seite. Ich bin hier einfach schon ein Monster rum, ey. Ist das hier eine Sackgasse? Und ich laufe hier einfach durch die Gegend wie so ein Bekloppter, ey. Hier kann ich auch nicht durch und das ist auch eine Sackgasse. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Dann wiederum. Weiß ich jetzt aber immer noch nicht, wo ich hin muss. Vielleicht da hinten. Ja. Wo ist denn jetzt unser Freund? Wo ist denn jetzt unser Freund? Wer hört doch bestimmt, wenn Türen auf und zu gehen? Die einzige Frage ist, ob er auch Türen auf und zu machen kann. Remarkwell. Bemerkenswerte Verbindungen. Neurales Netz... Neurales Patchwork. Netzwerk. Gelberbrauch. Akers. Anfänglich rekonstruktiv. Unnatürliches Wachstum. Symbiotische Ansätze. Treffen uns unten beim Shuttle. Neural Patchwork. Ist das was anderes als Netzwerk? Weil, keine Ahnung. I don't know. Ich hätte jetzt gesagt, dass es ein neurales Netzwerk ist, weil das kenne ich zumindest. Hier sind wir woanders. Ich mache die Türen eigentlich nur zu, damit ich höre, falls er reinkommt. Was soll das hier passiert? Irgendwie nichts lesen. Ist alles auf irgendeiner asiatischen Sprache. Was soll das hier passiert? Und, ob es irgendwo fachbar ist. Obwohl es sich gar nicht aus dem Ausatmen würde. Denkst du ein, warum es sich für die Schmerze ist. Unmal Honestly, wo es passt. Es ist oder ist wahrscheinlich sicheres zu atmosphere. Aber, ich kann nicht so noch mehr überhören, von allen Informationen wie die Recomendationen zu beantworten. Ist doch stabil. Okay. Wir haben hier... Irgendwelche Experimente durchgeführt. Die wahrscheinlich nicht so gut gelaufen sind. So wie es aussieht. Und hier haben wir noch mehr Nicht-Tote wahrscheinlich. Die leben alle noch. Aber in organischen Hüllen. Und die ist nicht mehr verbunden mit irgendwas. Aber wahrnehmen tut so auch nichts mehr wirklich. Akers. Einer der schlimmsten Fälle, die ich bisher gesehen habe. Und das ist wahrscheinlich seine eigene verdammte Schuld. Er hat sich selbst geblendet und seine Eingeweide mit Strukturgel verstopft. Sollte er jemals aus seinem Koma erwachen, würde mich das überraschen. Lies mich über Harts absurde Geschichte über die Geschehnisse bei Land danach denken. Könnte es tatsächlich sein, dass die WAU irgendwie zur Veränderung und zum Neuaufbau des menschlichen... Okay. Vanessa Hart. Angesichts der Umstände scheint Hart in guter Verfassung zu sein. Der lange Weg hat nur zu Prellungen und Unterkühlungen geführt. Die Bestätigung ihrer Geschichte ist schwierig, da sonst niemand zurückgekehrt ist. Catherine Chan. Wie gewöhnlich ist Chan still und stark bemüht, Augenkontakt zu vermeiden. Sie möchte nicht hier sein. Strohmeier aber besteht auf eine weitere Evakuierung. Chan ist nicht störisch und unehrlich, aber sie spricht nur, wenn es nicht vermieden werden kann. Sie hat generell Schwierigkeiten, mit anderen zu kommunizieren, besonders mit Ärzten. Catherine Chan hat einen schwachen Charakter und ist daher das perfekte Opfer dafür, von anderen dominiert und herumgeschubst zu werden. Sie ist ein verängstigtes Mäuslein, das ich nicht aufregen möchte. Also schweigen wir uns etwas vor und lassen die Zeit verstreichen. Okay. Conrad. Conrad ist tot. Nach dem Arche-Neuroscan kochte er sich sein Gehirn mit einem W-Ram-Maser-Zubrei. Eindeutig ein weiterer Kontinuitäts-Enthusiast, der sich das Leben nahm, um sich einen Platz auf der Arche zu sichern. Ja, I don't know. Wer garantiert denen denn überhaupt, dass sie auf der Arche landen? Ich hab unseren Freund gefunden. Ach, herrje. Das ist ein Feuerlöscher. Okay, er kann definitiv Türen öffnen. Und er hat mich auch hier reingehen hören. Glaub ich. Hi. Ja, geh schön wieder woanders lang. Ich hab hier zu tun. Die Frage ist, hört er das, wenn ich den Data-Buffer aktiviere? Okay, ich hab hier zu tun. Ich hab hier zu tun. Ich hab hier zu tun. Achers und ihre Krüter sind ferocious. Sie sind auf jeden Fall. Es gibt keine Chance. Dann werden wir sie verletzen. Wir müssen nach dem Shuttle. Nein, nicht schon wieder so'n Hellentod, ey. Ich hab hier zu sehen. Ach, herrje. Wir haben hier auch sehr viele Texte. Acast ist nicht allein. Mindestens drei zusätzliche Kreaturen. Türen überprüfen und versiegeln. Die Treppe runter. Shuttle nach Omnikron. Checkliste. Arche Projekt überleben. Personal am Selbstmord hinan. C und das Team los. Schicken Personal, beschützen. Den Rest von Armageddon genießen. Ja, super. Und hier haben wir die Leute, die noch leben. Aber Chan ist auch schon tot gewesen anscheinend. Oder sind die in Sicherheit gebracht? Eins von beiden wahrscheinlich. Kann man aus der Liste jetzt nicht so entnehmen. Sind die alle zu? Die scheinen alle abgeschlossen zu sein. Gut, was haben wir hier? Türverregelung außer Kraft setzen. Schlüsselkontrolle. Oh, ich kann das Vieh irgendwo einsperren. Das wär' ja was. Wenn ich jetzt wüsste, ob das... Warte mal, wo sind wir? Sind wir hier? Anscheinend. Das heißt, wenn ich sehen würde, dass das Vieh irgendwo anders reingeht, wäre das optimal. Dann würde ich es einfach zumachen und dann auf Wiedersehen. Dann kannst du da ruhig drin... Wobei ich's... Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ein riesiges Strukturgeleck hat dazu geführt, dass die WAU die Kontrolle über das Dunbar übernommen hat. Er zwang eine Quarantäne zur Vermeidung einer Situationsverschlimmierung. Noch eine sprechende Maschine ist das letzte, was wir brauchen. Okay. Also, ich denke mal, wir müssen das hier öffnen. Ich weiß nun gerade nicht, was wir abschließen können. Irgendeiner dieser Räume ist doch sowieso... Ist das nicht so genau der hier drüben? Ich hab keine Ahnung, ob ich das Ding irgendwo eingeschlossen bekomme. Das hatte ich schon... Warte mal, sind hier die anderen Schubladen offen? Als Sache. Wenn ich das... Nee, ich kann's nicht lesen. Ich kann's mir in die Hand nehmen. Hier anscheinend auch nix. Okay, gut. Dann... Ich meine... Wir brauchen den Raum. Eigentlich nicht, ne? Welchen Raum hab ich jetzt überhaupt aufgeschlossen? Ist der hier? Müsste ja der hier sein, ne? Oh, warte mal. Der war doch... Der war ja sowieso aufgebrochen. Nee, irgendein Raum war doch zu. Hier ist auch ein Data-Buffer. Sturmontor. Brandon, wo sind Sie? Sie sind aus der Hand. Ich bin in Sektor RD4. Sie haben alle nach unten? Ja, wir sind sicher. Aber Sie müssen gehen. Sie werden uns herausfinden, wo wir sind und kommen. Keine Worte. Die Städer sind blockiert und ich zahle den Elevator. Ich habe den Connector-Buffer in den Lock. Warum? Das bedeutet, dass Sie auch steigern. So, wir können hier nochmal gucken. Wir sind am Mainlift und ich habe das Omega-Management aufgeschlossen, oder? Hi. Das war der Raum hier, den ich auch aufbrechen wollte. Hi. Brandon 1. Kommt es jetzt hier rein? Ich meine, es hat die Türen gehört, ganz offensichtlich. Es geht dran vorbei. You won't get me, motherfucker! You hear me? Ah, eine typische Heldenstimmung, ey. Wir haben ein Messer. Die Frage ist, ähm, wir brauchen diesen Chip hier. Die sieht so wunderschön aus. Weißt du das eigentlich? Ja, ich weiß jetzt nur gerade nicht, was wir mit diesem Chip machen. Es könnte sein, dass wir damit jetzt erstmal wieder zurück in den einen Raum müssen, weil da konnte man auch irgendwie eine Chip-Reparatur oder so durchführen. Ich bin gar nicht hier. Du kannst gerne woanders hingehen. Ah. Brennen, tu was! Sag ihm, er soll weggehen! Hier ist niemand! Sehr gut, Bring- und der Monster-Flüsterer. Ach, Dreck, ich wollte mir ein Messer abwerfen. Hallo, du reißt hier alles ab? Was steht er da im Zwischengang, ey? Ich glaub's ja nicht. Hi. Ich meine, ich glaube nicht, dass das hier funktionieren wird. Ja, das hab ich mir nämlich schon fast gedacht. Oh, was? Ich muss den Chip formatieren? Ja, das können wir ja machen. Das ist ja hier hinten. So, ist das jetzt... Verbindungs-Chip aktualisieren. Okay, danke dafür. Kann ich jetzt trotzdem hier hin? Du kommst hier nicht rein, du Penner. Ich hab abgeschlossen. Er ist angepisst. Aber vielleicht geht er jetzt in den anderen Raum und dann schließe ich den einfach ab. Und dann bye-bye. Das wäre schön. Also der müsste jetzt... Ja, da zum Medical Laboratory gehen. Das wär was. Aber erstmal sollte er generell hier weggehen. Das ist in die falsche Richtung. Ähm... Hier in den Raum wär auch gut, wenn er da reingeht. Aber er ist einfach weg. Ich hab keine Ahnung, wo er hin ist. Irgendwo da hinten anscheinend. Naja, soll er aber machen. Ich geh hier weiter. Ich hab den Scheiß-Chip nicht mitgenommen. Ich bin ein Genie. Geht er jetzt da rein? Das wär ja was. Bär ist da reingegangen. Hab ich ihn jetzt eingesperrt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es könnte sein. Das wär sehr funny. Nope. Nope, 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 nope. Der ist nicht eingesperrt. Er glaub ich grad etwas zu laut im Laufen. Ich bin gar nicht da. Hier ist nur ein leerer Gang. Du kannst mir nichts beweisen. Hier rede ich einfach wieder um, ja? Das ist eine zuere Tür. Hier kann eh keiner durch. Die ist auch immer noch zu. Hiiii. Ich hättest nicht einfach in den einen Raum gehen können. Ja, die Tür ist jetzt nicht mehr zu. Aber das heißt nicht, dass jemand hier ist. Das sind alles nur deine Wahnvorstellungen. Hier ist gar keiner. Natürlich. Guten Morgen. Flüssel akzeptiert. Halterungspanel schließen. Okay. Danke. Jetzt fahr einfach schnell irgendwo anders hin. Mach die Tür zu. Wo wollen wir überhaupt hin? Wollen wir überhaupt zur Wartung? Oder wollen wir zum... Was ist das andere da? Transport? Wofür steht ST-Punkt in diesem Fall? Bestimmt nicht für Street. Natürlich. Ich glaube, so kommen wir nirgendwo an. Äh... Ja, Wartungsluke. Jesus. Der Wärtsinn. Falls ihr es nicht wusstet... Bringt niemals einen Fahrstuhlschacht hinunter. Hey, mir geht's gut. Sogar besser als vorher. Vielleicht auch nicht. Äh... WAU, ich bräuchte nochmal deine Hilfe. Ich sehe nämlich alles in drei verschiedenen Farben. Hallo? Irgendwo einen WAU-Connect-Punkt oder so. Die Tür ist zu. Natürlich ist sie das. Die auch. Und hier ist auch sonst nix. Ich brauche Heilung. Äh... Ja gut, wir haben einen Weg, wo wir lang gehen. Ja, komm, nimm mich. Da geht's mir besser. What the fuck? Die sind gestorben. Nicht? Warum ist alles schwarz? War das geplant? War das unvermeidbar? Es ist okay. What? Es ist jetzt vorbei. Relax. Wait, what? Ashley? Oh, du hast meine Wohnung aufgeräumt, wie ich sehe. Oh, du hast meine Wohnung aufgeräumt, wie ich sehe. Ich weiß nicht. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Jetzt weiß ich, was mit den ganzen anderen Leuten da passiert ist. Die da oben rumgammeln. Die leben in einer Traumwelt. Und jetzt... Und jetzt... Jetzt ist der Gang hier hinten offen. Das ist ja nett. Hallo. Das Monster weg. Vielleicht sollten wir die Leute echt erlösen. Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn es ihnen im Geiste gut geht. I don't know. Nicht schon wieder. Kann ich nicht mal einen Moment eine Ruhrpause haben? Ich sehe hier gar nichts. Aber ich will irgendwie auch kein Licht anmachen. Was ist denn mein Plan hier überhaupt? Das Tor ist zu. Da komme ich nicht durch. Könnte zwar drunter herkriechen, aber das will unser Charakter anscheinend nicht. Kann ich hier irgendwas machen an den Konsolen oder so? Sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Was will ich denn dann hier? Hier geht auch nix. Das ist komplett im Arsch. Das hört sich an, als wäre das Ding direkt vor der Tür. Hier. Okay. Ich bin hier. Jetzt fange ich auch noch an, irgendwelche Stimmen zu hören. Das ist auch wunderbar. Das ist bestimmt kein Zeichen dafür, dass ich jetzt jeden Moment durchdrehe. Was haben wir denn hier überhaupt? Oh, Licht. Das ist ja wunderbar. Hört ihr die Türen? Ich meine, ich habe sie aufgemacht. Das ist sehr laut. Hier ist aber auch nichts. Das ist Sackgasse. Hier ist abgeschlossen. Ich höre eine Alarmsirene. Und das Ding kommt da raus. Ich weiß halt nicht, ob das meine Taschenlampe sehen kann. Wäre ein bisschen problematisch. Geh mal ruhig weiter. Geh mal ruhig weiter. Helm, ein wenig Schutz. Das reicht mir. Da kann ich rein. Und ich hoffe das Ding nicht. Einfach alle Türen hinter einem verschließen, dann ist es zumindest verlangsamt. Wo sind wir hier? Was geht hier überhaupt ab und was ist unser Ziel? Da rechts ist ein Ding. Oh, das ist über uns. Ich meine, aber es wäre wahrscheinlich da rechts im Raum. So wie das klingt. Hier eine Sackgasse? Weiß ich nicht. Nein. 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 Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, ey. Woraus wird das Ganze hier gebaut? Hier haben wir im Kreis gelaufen. Toll. Ist hier irgendwas, womit ich interagieren kann? Nein. Ja toll, ich muss warten, bis das Vieh da wieder rauskommt, oder? Warum können die auch Türen öffnen? Das ist unfair. Das ist eine VRU-Konsole. Oh Gott, das kommt auf mich zu. Oh Gott. Ich kann die Dinger anscheinend nicht sehr weit werfen. Oh Gott. Du stehst jetzt direkt vor dem Objekt. Das ist sehr schön. Und jetzt geh bitte weiter da den Gang entlang, ja? Weil hier in der Ecke ist nichts für dich. Sehr schön. Hallo, WAU. Bitte hilf mir. Das war durch die Wand. Ich war hinter einer Ecke versteckt. Ich bitte dich. Ja toll, danke, WAU. Das ist genau das Gegenteil gemacht von dem, was ich gehofft hatte. Ach nee. Will ich da durch? Ich weiß es nicht. Ich will hier einfach nur raus. Hier kann ich anscheinend nicht durch. Na gut, dann wollen wir halt durch den Lüftungsschachtfutter klettern. Bitte sag mir nicht, dass es hier auch in den Lüftungsschacht rein kann, ja? Oh mein Gott, ey. Ich bin hier auch noch so ultra lahmarschig. Und ich glaube nicht, dass wir in nächster Zeit ein WAU-Zapfen finden. Hi. 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 Natürlich rennt hier auch so ein Vier rum, weil wäre ja auch langweilig, wenn nicht. Die Frage ist, wo geht es lang? Hier lang, wo ich bin oder geradeaus? Das weiß ich selber noch nicht so genau. Es geht hier rum. Natürlich. Ja, jetzt geht er einfach wieder zurück. What the fuck? Also die Viecher, die man nicht angucken kann, die mochte ich irgendwie lieber. Der ist abgeschlossen. Natürlich ist der abgeschlossen. Irgendwas, was ich werfen kann. Das geht einfach immer weiter. Okay. Okay. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Wo bin ich hier nur hingeraten? Und was ist mein Plan? Jetzt ist alles zu. Da kommt ein Ziel dran. Pump ist auf. Geht nicht. Kann er nicht. Kann er nicht richtig dran ziehen. Ey, ich muss nach links und rechts machen. What the fuck? Also wenn das ist, was das Vieh nicht anlockt, dann weiß ich auch nicht. Ist ja richtig laut. Oh, kommt es schon. Oh, kommt es schon. Ich gehe hier lang. Ja, okay. Bye. Guck dir den schönen Motor an. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Auf Wiedersehen. Hey, Wasser. Wasser ist niemals ein gutes Zeichen, wenn man sich unter der Meeressorberfläche befindet. Aber, ja. We have to lose. Hui. Ja, unser Anzug ist ja irgendwie beschwert oder so anscheinend. Oder das ist ja so, wie es wird beschwert, weil wir eine Maschine sind. Das ist jetzt unser Plan. Können wir hier irgendwie rausklettern? Ich sehe fast gar nichts, ehrlich gesagt. Selbst mit Taschenlampe nicht. Wenn wir hier nicht einfach hochklettern, kommt schon, schränke dich ein bisschen an. Ich weiß, du schaffst es. Ist ein Leiter. Gibt ganz schön hoch. Was machen wir jetzt hier? Ein bisschen, dass das jetzt Creed-Style wieder rumklettern? Ist noch eine Leiter. Da kommen wir nicht dran. Hier schon. Die Frage ist, kannst du... So in der Theorie könnte man hier rum. Aber du anscheinend nicht. Weil man kann auch so um Sachen rumgreifen. Soll ich da jetzt runter? Aber wo soll ich denn hin? Was ist denn mein End-Goal? Verstehe ich es nicht. Naja. Klettern wir halt ein paar Leiter entlang. Mal schauen mal, wo uns das Ganze hinbringt. Darunter? Soll ich hier runterspringen? Aua. Ey. Die Kanalisation. Oder sowas. Ich habe echt keine Ahnung, was dein Ziel ist. Ob du einfach läufst und siehst, ach, da geht es weiter. Oder da könnte es weitergehen. Oder läufst du da lang? Oder... Hast du wirklich einen Plan, wo du hin möchtest? Ich kann mich hier auf jeden Fall erstmal heilen. Das ist wunderschön. Endlich hat die Heilung mal was gebracht. Yay. Okay. 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 Was haben wir hier gerade getan? Emergency Flush. Okay. Oh Gott. Ja, Jesus! Ich wollte gerade fragen, woher weiß ich denn, wo ich langen muss. Aber ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Ich hatte dann keine wirkliche Wahl. Gut, dass wir in einem Taucheranzug sind. Hat das Monster jetzt nicht auch mit rausgespült? Oh, hi. Na? Häufiger hier? Escape Peter. Ja, ich glaube, das hat sich wohl mit ihr erledigt. Und in ihrem Suit. Naja. Okay, wir sind jetzt aus Theta raus. Jetzt wollen wir nach Omicron laufen. Warum laufen wir nicht einfach direkt dahin? Wir würden einfach direkt von Anfang an dahin laufen sollen. Was ist das hier? Sind das Minen? Ich habe mit irgendwie interagieren? Stromausfall. Oder sind das diese Relay-Stations? Die sind auf jeden Fall alle aus. Naja. Wir laufen mal den Weg entlang. Das ist wunderschön hier. Eine Stadt unter Wasser. Da oder rechts oder da? Was ist das hier? Das ist Omicron. Ich hoffe, sie haben mir einen Diving-Suit gespült. Hier liegt noch jemand. Hey, komm mal! Öffne ihn! Können wir nicht einfach den nehmen? Was ist das Sch***? Wollen wir für die Apocalypse? Omicron ist in Quarantin. Das ist, warum sie uns nicht auf unsere Telefon antworten. Hallo! Kreis Strowski, es ist eine Radio. Sie werden dich nicht besser hören, wenn du schreitst. Jonesy, bist du okay? Ich weiß, du bist ein starker Typ, aber ich brauche dir etwas zu sagen. Ich weiß, du bist alles klar. Jonesy? Jones! Öffne ihn! F***s sakes! Wir versuchen den Annex wieder. Vielleicht können wir ihn brechen. Wir verlieren, Jonesy. Wir brauchen, wir müssen sie in die Seite. Wohin, geh rein! Alvaro, es gibt nichts, was wir für sie tun können. Halt den Stasis-Suit und wir schauen uns die Annex. Also kommen wir hier wohl nicht rein. Das heißt, wir müssen anscheinend irgendwie Strom herstellen oder so, wie es aussieht. Was ist das denn? Irgendein komisches Gerät, was uns auch nichts bringt. Naja. Was haben wir denn hier vorne für ein Ding? Da können wir auf jeden Fall reinklettern. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber ich glaube, wenn es so einfach wäre, hier Strom herzustellen, hätten die anderen beiden das wahrscheinlich getan. But who knows. Offline? Können wir es online machen? Nicht? Anscheinend nicht. Können wir hier... ...und welche Hebel betätigen? Oder Räder? Oder Manual Override? Das klingt sinnig. Was auch nicht funktioniert. Oh, doch so schon. Inwiefern? Was müssen wir denn hier machen? Das anscheinend öffnen. Und das anscheinend öffnen. Und dann den Hebel umlegen. Kann ich es jetzt online stellen? Nein. Muss ich jetzt nochmal den Hebel umlegen? Komm hier. Oh. Das ist wunderschön. Können wir es jetzt online machen? Immer noch nicht. Aber die Klappe hier ist offen. Das reicht mir doch erstmal. Was haben wir denn hier oben so? Mehr Tote. Ist wohl nicht so viel zu holen. Hallo, Catherine. Was? Da bist du. Wo sind wir? Wir sind gerade neben dem Omicron. Ein kleineres Gebäude, mit der Hauptsitzung. Kannst du es nicht sehen? Nein, meine Sicht ist ziemlich limited. Es gibt ein paar schweren Restriktionen auf meinem Systemagssitz. Hast du einen Power-Suit gefunden? Wie funktioniert das überhaupt, wenn da steht Stromausfall? Wie wird Stromausfall überhaupt angezeigt, wenn wir keinen Strom haben? Hast du nichts? Gut Glück. Danke. Ja, toll. Danke für nichts. Ich nehme einfach alles weiter aus dem Ende. Okay? Mit was? Ich mache einfach alles an und anscheinend. Ich habe nie so komfortabel, als man in der ersten Stelle. Das ist nicht viel schlimmer. Das ist schon mal nicht gewesen zu sein. Ich bin froh, dass du die Box hast und nicht ich. Das wäre ein bisschen einfacher, zu helfen, wenn ich ein Körper hatte. Aber du machst einen guten Job. Ich habe nur gedacht, dass man ein bisschen strecken kann, würde dir ein bisschen Ease geben. Meine physischen Straftaten sind nicht in meine Erfahrung sehr gut. Ich fühle mich so menschlich wie vorhin, aber als ob sich in der Luft gespandet. Das ist ein bisschen interessant, wenn ich darüber denke. Gehen wir hier schräg oder warum gehen die wieder zu? Naja, wir haben hier auf jeden Fall ein Tatschie-Touch. Warum denkst du, dass ich hier gemacht habe? Warum denkst du, dass die WoW mich hierher gebracht hat? Ich glaube, dass wir nicht alle... Oder nicht. Ich habe meine eigenen Glauben, aber nichts, die zu verhabilen. Sag mal, warum denkst du, dass die WoW mich hierher gebracht hat? Die WoW hatte ein paar Anzeichen, aber sie alle aus einer Idee sprung von einem einzigen Idee. Preserve Humanität. Wenn die Komet auf die Erde, um alles zu töten, leaving eine Frache der Humanität lebte, die WoW starte zu compensieren. Das ist die Menschheit. Ich glaube, aber ich glaube nicht, dass wir die Definition von Mensch sind. Oder Leben, für das Wichtigste. Kathrin, sind wir ein Leben? Das ist eine unmögliche Frage zu antworten. Wir haben keine Definition zu verhabilen. Ich habe nur, dass es ein Weg gibt, zu wissen. Wenn diese Leben ist wert, zu leben. Du denkst, dass du so viel verändert hast, aber hast du wirklich... Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht so anders. Der Welt ist sicher. Ich habe nie gedacht, wie viel die Idee von mir selbst auf dem, wo ich bin. Wie du meinst? Ich vermisse Toronto. Nicht, weil meine Freunde und Familie da sind, aber weil ich weiß, wo ich mich befinde. In Toronto... Ich weiß, wer ich bin. Ja gut, aber das macht ja nichts, also das ändert ja nichts an deiner Hülle. Wenn du jetzt kein Roboter wärst, sondern ein Mensch, der auf einmal da wäre, wäre das genau das gleiche Problem. Du hast halt deinen Platz noch nicht gefunden, weil du auf einmal ganz woanders hingeschickt worden bist. Aber das macht ja keinen Unterschied, ob du jetzt Mensch oder Roboter bist. Weicher. Unter Quarantäne, können wir das... Es muss ein Weg geben, um den Lockdown zu kanceln. Schau mal in die Wohnung. Und Pufferspeicher? Ja. Ja. Meine Güte, was labert ihr ja jetzt so viel? Das machen wir doch mal hier. Das machen wir doch mal hier. Das machen wir doch mal hier. Anmerkung. Anmerkung. Standard X4B-Erweiterung Himatsu. Anmerkung. Bereichskalibrator für ACR. Anmerkung. Diagnosewerkzeug für Post-Impact Notfallplan. Ok. Corrupted. Anmerkung. Anmerkung für wieder in Betriebnahme des Krans benötigtes Zeug. Jetzt liegt alles an Ellen. Anmerkung. Unnötiges Sicherheitsupdate für die paranoiden Laborratten. Tote Leute beißen nicht. Hm. Na, weiß ich nicht. Hier. Ich würde einfach mal behaupten, das ist der Code. Stopp, was? Warum haben wir das Gefühl, dass wir einfach in den Backen eines Vans geraten wurden? Was sprachst du? Omicron retraktete die Quarantin-Shutters. Lockdown kancelt. Something wants us to come inside. And we want to go inside. Was ist das Problem? Come on. Let's get going. Naja, dass da eine dritte Partei ist. Oder zweite Partei. Wie auch immer. Die offensichtlich ein Interesse an uns legt. Die Frage ist, warum? Was ist eigentlich hier oben? Was ist hier oben schon? Kisten. Ein Fenster. Und ein Zettel. Weiter geleitete Nachricht von Jay Strohmeyer. Adam Gulaski hat den Befehl erhalten, so schnell wie möglich zu Täter zu kommen. Dringend. Gask. Ich habe versucht herauszufinden, was das alles soll, aber sie wollten mir nichts sagen. Sie haben mich lediglich gefragt, ob du vermisst würdest oder tot seist. Irgendwas muss sie zum Ausflippen gebracht haben. Ich glaube, du solltest besser ihren Befehlen folgen. Irby. Okay. Dauer. Ich sollte aufhören, überall runter zu springen, weil ich ja irgendwie eine Lebensleistung zu haben scheine. Bereit. Höhlen. 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 Klobach. Und ab nach unten. Kann ich hier nicht einfach runterspringen? Muss ich ehrlich die Leiter nehmen? Kann ich hier nicht durchfallen? Die Leiter ist so langsam. Ich hätte mich auch einfach runter gleiten lassen können. Im Wasser ist das doch nicht so schlimm. Dann sinkt man nicht so schnell. Wir sind ein bisschen aus... Bist du hier jetzt eigentlich böse? Ich hoffe nicht. Ich habe mich gerade ein bisschen durch die Gegend geworfen, oder? Hello. Ja gut, schauen wir mal, ob wir jetzt hier reinkommen können. Und von Omnikron müssen wir ja dann nur noch nach Tau drüber. Und dann auf in die Arche. Fluten? Achso. Mechanische Fehlfunktionen. Bitte anderen Eingang benutzen. Was soll das denn bedeuten? Außerdem, warum fluten? Es ist doch schon geflutet. Ist das ein Eingang? Wo ist denn hier ein anderer Eingang? Was auch uns immer da drinnen haben möchte, hat einen schlechten Job gemacht. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, wir kommen schneller nach Tau als gewünscht. Ja, das klingt nicht gut. War aber auch nicht mein Plan. Ich wollte eigentlich da rüberklettern, aber ich bin abgerutscht. Die sind gestorben. Danke für diese Information. Das habe ich schon herausgefunden. Nochmal die Leiter runterklettern. Ich kann davon auch einfach abspringen. Wunderschön. Kannst du mir helfen? Weil ich komme da vorne irgendwie nicht rein. Und es soll hier irgendwo einen anderen Eingang geben anscheinend. Aber ich weiß wirklich nicht wo. Und da vorne ist es ziemlich gefährlich, daher zu klettern. Vielleicht sollten wir erst mal die Tür zumachen. Ich meine, die geht zwar auch automatisch zu, aber wer weiß. Und jetzt bitte nicht fluten, sondern abpumpen. Ja. Den kriegen wir nicht mehr an. Ja, aber dann ist echt die Frage, wo hier ein anderer Eingang ist. Aufgeschlossen. Ja, das ist wunderschön. Das habe ich schon mitbekommen. Ich hätte ja wirklich gesagt, hier lang. Aber das ist mega gefährlich. Da fällt man halt einfach runter. Vielleicht muss ich auch einfach aufpassen. Wie wäre es damit? Ja, das hoffe ich auch. Gerade bin ich nämlich schon einmal in den Tod gefallen. Jesus. Ich glaube, diese ganze Struktur hält nicht so hundertprozentig. Kann das sein? Naja. Hier vorne ist auf jeden Fall ein Eingang anscheinend. Ich habe bloß schnell die Tür auf und lasse mich rein. Nicht fluten, abpumpen. Fluten ist falsch. Ich meine, du scheißt trotzdem, das Richtige zu machen, aber der Text ist auf jeden Fall falsch. Habe ich jetzt rein. Ich fühle mich hier nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, dieses ganze Gebäude stürzt bald ein. Ach du Kacke. Ja, wie wäre es, wenn wir uns den Tauchanzug hier schnappen und dann abhauen? Die hat keinen Kopf mehr. Ja, da empfange ich nicht so viel. Könnte aber auch daran liegen, dass der Kopf fehlt. Ich glaube, die Blackbox sitzt wahrscheinlich im Kopf. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hier haben wir eine Treppe. Was steht hier? Globaler Lockdown aktiv. Noteingriff bei Tauchraubenkonsole. Okay. Brauchen wir hier sonst noch irgendwas von? Scheint erst mal nicht. Hier ist auch alles zu? I guess, dann gehen wir wohl nach oben. Hello. Warum pocht mein Herz schon wieder so? Erwarte ich jetzt sehr im Moment ein Monster oder was? Ich meine, so viele, wie wir schon gesehen haben, würde mich das nicht wundern, aber Hello. Warum drehen meine Sensoren wieder so durch? Wegen dem hier? Da kommt gleich was anderes auf mich zu. Okay. Was muss ich aufhören? Oder was muss ich aufhalten? Ich fühle mich auf jeden Fall nicht sehr wohl hier. Muss ich ja sagen. Was ist das hier für eine Kammer? Ist das ein EKG? Sieht aus wie ein Medizinraum. Krankenhaus. Warte mal, warum ist die von der Seite abgeschlossen? Von der anderen Seite war das, glaube ich, gelb, oder? Nee, das war der hintere. Okay. Alles abgeschlossen. Ist einfach nur ein Raum zum Verstecken. Weil wenn ja, ist ja nicht so gut, wenn man die Türen öffnen muss. Das hören die doch. Aber ansonsten ist hier auch einfach nichts. Naja. Vielleicht kommt da noch was. Was ist das hier? Augenscanner oder sowas? Oder Desinfektionsding? Ein langer Gang mit einer Tür am Ende. Habe ich immer das Gefühl, dass irgendwas passiert. Die ist schnell wieder zugegangen. Vielleicht hätte ich sie auflassen sollen. Catherine, kannst du mir sagen, was hier abgeht? Was ist das Almacron? Alles ist so basic, so limited. Ich hoffe, es ist nicht die Almatul fallen. Okay, wir müssen dich ein Power Suit. So können wir in die Abyss gehen, ohne sich zu einem Recycled-Kanisoto zu sein. Du denkst, wir finden einen, der mir passt? Ich meine, ich bin schon in einem Suit. Das hat mich auch beeinflusst. Du kennst, wie du warst von Vancouver? Toronto. From then to now. Wie kann ich mich vergessen? Okay, so, wir machen es wieder. Du willst mich in der Zukunft? Nein, du Idiot. Ich will deine Geist in ein neues Körper. Was? Wir wissen, es kann schon gut sein. Wir müssen es ein großes Problem machen. Es ist ein großes Problem, Kath. Es ist ein großes Problem. Es muss noch etwas anderes, das kann uns nach unten bringen. Aber Dunbata Theta war der einzige Vessel, der kann diesen Druck nehmen. Und du gesehen hast, was passiert. Dann denkst du etwas anderes. Simon, bitte. Du musst nicht auf diese Ebene verändern. Und dann, wenn wir etwas anderes finden, dann gut. Wenn nicht... Ich versuche nichts. Danke, Simon. Schau dir in die Runde. Das ist, wo wir die Parasuiten behalten würden, wenn es noch nicht gibt. Ja, genau einer nämlich. Und der guckt mich sehr bedrohlich an. Ist da jemand drin? Ja. Ich glaube nicht, dass sie den... Ich glaube, der ist im Helm. Na super. Können wir den nicht irgendwie vorher sauber machen? Irgendwie... Ein bisschen draußen ins Wasser halten. Matsu-Kampfanzug. Ein Hochdruck-Kampfanzug, der eine Temperaturspanne von 50 bis minus 75 Grad standhalten kann. Während im Inneren gemäß Standorteinstellungen gleichbleibend 40 Grad... Das ist mega heiß. 40 Grad Celsius? What the fuck? Da geht man doch drin ein. Der Anzug schirmt den Träger automatisch vom Druck ab und kann dann... Kann den Normalwert von 1 ATM bis zu einer Tiefe von 5000 Meter beibehalten. Der Onboard-Controller überwacht den physischen Zustand des Trägers und kann die Risiken von Schock, Hyperventilation und sogar Dehydrierung reduzieren. Der Anzug kann über rotierende Hals- oder Handgelenksringe zur Fixierung der Handschuhe und des Helms einfach zusammengebaut werden. Beachten Sie, dass die Gelenke nicht versiegelt werden, bis der Controller den Träger über eine Reihe von Sensoriksystemen identifizieren kann. Manche Anzüge können für bestimmte Träger gesperrt sein. Normalerweise aber kann ein Anzug von jedermann getragen werden. Der Controller ist der Onboard-Computer, der über den Hautleitwert, den Puls, die Hirnaktivität, die Körpertemperatur und den Stress misst. Diese Informationen werden dazu verwendet, die Nutzung so sicher wie möglich zu gestalten. Okay. HKA-Ortung. Ist gar nicht so weit weg, ne? Naja. HKA-Aktivierung. Sonde D. Vorsichtig. Spielern. Der ist komplett im Arsch. Die Körpertemperatur. Strukturgel und ein Batteriepack. Das ist ein helles Shopping-List. Danke. Ich bin hier einfach dran, wenn das okay ist. Ich bin zurück. Ist die ganze Truppe in den Anzügen. Und was haben wir hier? Okay. Ich glaube, das hatten wir schon. Das hatten wir schon das letzte Mal gesehen. Haben wir hier noch irgendwas? Was ist das? Arche-Team-Checkliste. Kampf-Anzieger prüft und einsatzbereit. Jasper bestätigt. Omikron-Scans sind in der Arche. Catherine bestätigt. Ausrüstung und zusätzliche Rationen geladen. Iwaschgen bestätigt. Aufzugsplatten für Gewicht kalibriert. Alan bestätigt. Rahnführer bereit. Alan bestätigt. Omikron steht in zwei Tagen für Abholung bereit. Ernest bestätigt. Oder IMS. Na toll. Wir finden hier nicht zufällig irgendwas in diesen Spinnen, oder? Ne, die sind sowieso alle abgeschlossen. Dann machen wir schon mal diese Tür hier auf. Und das ist aber wahrscheinlich eher der Weg noch draußen. Okay. Remote Control. Hier kann ich auch nicht rein. Na ja, gut. Dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Und was für Monster jetzt auf uns warten ist. Don't forget. We need a Cortex-Chip, Structure-Gel and a Power-Pack to get the suit ready. Ja, und wo finde ich das alles? Hier drin irgendwo? Immer noch alles abgeschlossen. Aber hier in dem muss doch bestimmt irgendwie dieses Cortex-Jail sein, oder? Irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte hier alles durchsuchen. Ich weiß nicht, wo ich überhaupt irgendetwas finden sollte. Irgendwas muss ja auch in dieser Maschine hier sein. Alles normal. Könntest du hier die Türen öffnen? Omikron-Lockdown. Noteingriff. Fehler bei Lockdown-Aufhebung. Bithilfe auf Diagnose überprüfen. Fehlerquellen finden. Fehler erkannt. F3-Maschinenraum. Grund-System-Überlastung. Was zur Hölle... Knoppen-WAU. Okay. Was genau ist mein Plan hier? Muss ich hier einfach alle... Lockdown-Aufheben. Lockdown-Aufheben. Thanks, I guess. Irgendwas will, dass ich WA-U-U aufhalte, aber das... I don't know. Ich habe ja noch nie. Ich glaube ich sage... Das ist lustig. Das ist lustig. Das ist lustig, Julia. Was ist lustig? Was ist lustig? Am ich so transparent? Was wollen, Rally? Wir sind Freunde, ja? Ja. Was ist das? 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 Naja Wir haben noch mehr Bilder Und noch mehr Experimenten An Objekten Die von der WHO befallen worden ist anscheinend Okay Das ist anscheinend dieses Ding hier Es lebt Warte mal eine Ratte Ich möchte mir das Foto angucken Ja Ich sag ja sämtliche Lebewesen Verbindung Das Strukturgel wurde aufgeladen und hält tatsächlich eine Weile Sogar wenn man es von einer Stromquelle trennt Wird es auf Schaltkreise angewendet? Scheint es die Konnektivität zu fördern Anscheinend ist es nicht Okay das konnte ich jetzt so schnell nicht lesen Anscheinend ist es nicht nur die Konnektivität Sondern auch die Funktionalität Das Gel steuert die Effektivität und Arbeitsleistung einfacher Maschinen Die Modifikation die die WHO am Gel vorgenommen hat Sind aber voller zusätzlicher Informationen Die nicht unbedingt Sinn ergeben Wird das Gel dagegen auf eine komplexe Maschine angewendet Wirkt es beim neuen Wirt wie ein Krebsbeschwür Wir müssen sie aufhalten An dem dieser dann zugrunde geht Wir könnten das Gel zu unserem Das Gel Das Gel zu unserem Vorteil nutzen Aber dazu Muss es vorher unkalibriert werden Um den Schadcode herauszufiltern Aber das Gel auf eine tote Maus angewandt Das Gel brachte die Maus zurück ins Leben Sie wurde dann in dasselbe Habitat gesetzt Wie eine lebende Maus Die wiederbelebte Maus war thailandslos Während die lebende gestresst wirkte Nach 15 Minuten griff die wiederbelebte Wohl die Was? Griff die wiederbelebte Maus die lebende an und tötete sie 30 Minuten später hörte sie die wiederbelebte Maus auf sich zu bewegen Der Leichnam war fest, da sich das Gel darin erhärtet hatte Aber noch eine Maus mit Struktur Gel wiederbelebt Dieser Versuch erfolgte mit unkalibriertem Gel von Ims Die Ergebnisse waren beeindruckt Wir leiden Ja ist ja gut, lass mich doch erst belegen Das Ding wirkt katatonisch, ist aber mehr als ein Schlafwandler Zur Vermeidung einer Aushärtung, wie bei der vorherigen Maus wird mit Hilfe von Elektromagneten eine schwache elektromagnetische Strömung im Tier erzeugt Dies hat uns außerdem ermöglicht, es eingeschränkt zu kontrollieren Chemische Analyse Grundsätzlich bleibt das Struktur Gel unverändert Es ist immer noch das selber vernetzte Gel mit ausgerichtetem Graphen Nimm das Gel Ja ist ja gut In einer mehrfach ungesättigten Matrix Das Problem ist nicht das Gel selbst, sondern die WAU, die sich steuert Das Gel hat keinerlei neue Eigenschaften angenommen Die WAU benutzt sich einfach nur auf eine Art und Weise, die wir uns niemals erträumt hätten Studienergebnisse Alles spricht dafür, dass sämtliche deformierten Kreaturen, also der Fisch, die Haie und sogar die Helper von der WAU über das Struktur Gel manipuliert wurden Auf irgendeine Weise sind sie dem geladenen Gel ausgesetzt gewesen, was bei ihnen zu krebsartigen Geschwüren führte Die in den gesamten Organismus Die den gesamten Organismus trafen Hier nach den Gründen zu fragen ist schwierig, da wir ja von einer KI reden Aber alles begann kurz nachdem die Erdoberfläche von dem Asteroiden zerstört wurde Ich kann nicht beurteilen, ob es um Ob es um Schadcode oder eine Unsichtig programmierte Gnadentötung handelt Aber es sich nicht dadurch Es sieht nicht danach aus, als ob es uns das Überleben leichter machen würde Ja, ist ja gut Never seen something of that speed Gel unkalibriert Kontrollchip Fehlfunktion, na super Was mache ich jetzt hiermit? Hier anscheinend einfügen Oder wo rein? Oder hier rein? Hier rein? Kann ich nicht öffnen Okay Ähm Damit steuere ich den Laser, aber ich habe ihn ja schon auf Chip jetzt angebracht Kann ich das jetzt öffnen? Nein Zelle nicht gesichert Zelle nicht gesichert, bitte Ablage schließen und erneut probieren Okay Es ist doch zu Ich weiß nicht, soll ich hier einfach ganz viel Gel reinpacken? Oder was ist der Plan? Aber da passiert nichts mehr Kann ich eine von den anderen hier öffnen? Da ist eine tote Ratte Okay, fahren wir halt dahin weiter Und packen wir da auch ein bisschen Gel drauf Das kann schon schief gehen Yay, die Ratte erwacht wieder zum Leben Willst du noch mehr Gel? Bitte Bitte schön Aber das kann ich jetzt auch nicht hier rausholen Achso Das hilft vielleicht Da kann ich die öffnen Und da wahrscheinlich den Chip drauflegen Damit mache ich einfach nix, okay Was ist mit der Ratte? Hi Können wir die irgendwie helfen? So, dann wollen wir das mal auf unser Gel draufpacken Aber auf unseren Chip Machen wir das mal lieber wieder zu Hinterher greift uns die Ratte noch an Nehmen wir den Chip Machen wir das auch wieder zu Damit hier nix raus kann Und jetzt müsste er ja wieder funktionieren, oder? Sehr schön, danke Das Magiemittel Trotzdem irgendwie das Gefühl, dass ich Cathrill nicht ganz trauen kann Vor allem nicht, wenn die jetzt will, dass wir das Gel verwenden Aber naja Ich hab irgendwie mal das Gefühl, wenn man in solche Räume reingeht, wo man warten muss, dann passiert irgendwas, was man sieht Was denn? Ich weiß nicht, was du von mir willst Wir haben hier noch einen Computer Rothy Heute wurde außerhalb der Omikron-Nebenstelle ein ungewöhnlich sedierter Orange Rothy gefunden, der auf der Stelle schwebte Er hatte bemerkenswerte Knochenwachstum, das seine Wahrnehmung zu stören schien, habe ich ihn zum näheren Studium hereingebracht, wobei er sich aber dann versteifte und starb Während der Untersuchung des Leichnams erwachte das Ding dann wieder zum Leben, außerhalb des Wassers Habe ich ihn ein paar Minuten lang schaukeln lassen und ihn dann zurück in ein Aquarium gesetzt Dort fing er sofort an, sich selbst am Glas zu Tode zu schlagen, bevor ich ihn wieder herausnehmen konnte Dabi und Waldeck identifizierten das Ding, das für die Sabotage der Luma-Sonde in einer Tiefe von 900 Metern verantwortlich war Es handelte sich um einen 150 cm langen Schwarzfisch, der so aussieht, als wäre er mit einem anderen Fisch bzw. Hai verschmolzen So eine komische Mutationsform haben wir bisher noch nie gesehen, es wird eindeutig schlimmer, irgendwas verursacht dies und den Unsinn mit dem radioaktiven Niederschlag über den Orvari ständig redet, glaube ich einfach nicht Johann Ross, Tod bei der Ankunft Claudia Eames Den toten Mann, der heute morgen auf der Aufzugsplattform gefunden wurde, wurde identifiziert als Johann Ross, den KI-Psychologen, der in Tau gearbeitet hat Ich kann mir nicht im geringsten vorstellen, was da unten im Abgrund passiert ist, um ehrlich zu sein Und ehrlich gesagt werde ich mein Personal nicht riskieren, um da unten nachzusehen Wenn das Architeam noch am Leben ist, was ich höchst bezweifle, dann werden sie einen Weg finden, uns ein Zeichen zu geben Ohne guten Grund werden wir nicht wieder da hinunter gehen Na gut Gucken wir mal hier Was benötigen wir hiervon? Irgendwas aus so nem Becher oder so? Hey Andrea Ja Ich war mit Cameron über Protein-Solumisation, glaubst du, dass wir den Aggregat und Strukturgel verbrechen können, ohne die Konfiguration zu verbrechen? Jesus Das war eine Sprache Du hast gehört auf Cameron, das ist sicher Was willst du, Raleigh? Kannst du mich für versuchen, das herauszufinden? Ich habe die Träume auch, du kennst. Ich weiß nicht was, was zu glauben Oh, ich weiß Alles, von der sudden signal-Signal amplifizierung in Blackboxes, zu haben eine komatose Dr. Ross, in der Schraub in der Schraub Wir haben alle ein bisschen Angst gemacht Ich weiß nicht was, wie mein Kopf ist zu explodieren Hypothetically speaking Können wir die WAU von mutieren? Es funktioniert nicht so, wie das Auch wenn es eine Sight-Alpha ist? Hypothetically speaking Ich glaube, wir könnten versuchen... Raleigh? Bist du das? Entschuldigung Ich habe nur... Entschuldigung Ja Aber ich weiß auch nicht, ob KI einfach so mutieren kann Also, beziehungsweise ich glaube nicht, dass man davon... Äh... Mutationen sprechen kann Es ist mehr dazulernen Ah, soviel zum Erkunden Wir brauchen noch zwei Gegenstände Omikron Lockdown Noteingriff Etagenausfall, inkorrekt Hier, wir sind noch im Oberbereich Lockdown aufheben Das war's? Okay, okay Kein Puzzle? Oh Warum sind hier so viele Räume? Und hier ist nicht mal was drin, das ist einfach nur ein Lagerraum Bist du tot oder lebendig? Anscheinend beides Und bei dir kann man auch keine Stecker ziehen, ne? Tut mir sehr leid für dich Energy Pulse 3 Hochleistungsfähiger Wiederaufbauer Lithium-Schwefeldioxid-Akku Ja, der ist aber nicht mehr da Ein kleines Problem Leben Hast du meinen Akku gesehen? Hast du meinen Akku gesehen? Das entnehme ich als Nein Beruhig dich Junge Ah Ah Okay Du willst nicht, dass man zu nah an dich rangeht, verstehe? Aber du standest gerade direkt neben meinem Battery Pack Das ich benötige hier Ganz ruhig Ich will dich auch gar nicht weiter stören Ich geh jetzt einfach wieder Ich habe nur keine Ahnung, wie man da hätte vorher drankommen können, weil er direkt davor stand Ja I am very sorry for you all Können wir das ganze Ding hier wieder in den Lockdown schicken? Ja, dass das Glas, wenn das da oben bricht, ist das nicht gut Ich würde den Oberbereich hier gerne wieder in den Lockdown schicken, ja? Das wäre sehr hilfreich Aber egal, ich habe ja meine Batterie Und da vorne kann ich mich sogar heilen Ist ja wunderbar Und mich wahrscheinlich eher selber vergiften oder sowas Aber naja Wir zapfen auch überall Strom ab Du hast wahrscheinlich auch nichts zu sagen, wenn dein Kopf hier rumliegt, ne? Also, ohne Kopf Das ist wohl nein Aber hier ist ein bisschen was Johann Ross Johann Ross Johann Ross Johann Ross Ich will follow up with whatever they find Delender Est The WoW has been getting more aggressive Pushing all systems to their limits Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing After all, the WoW isn't supposed to want anything Wow The WoW Wow The WoW Headaches, loss of sleep, unmerited stress And it seems to be getting worse I could use some advice if you can get through Delender Est Things are out of hand The staff looks like they're about to explode Every other person walks around with nosebleeds And the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing It has to do with the WoW trying to free Ross somehow for sure At this point I wouldn't be surprised if the body just got up and left Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't She says she's going down into the abyss to find Alpha I can't bring myself to stop her Oje Aber was ist denn das Endgoal der Linkverbindung nicht hergestellt, Nachricht nicht gesendet Momente Am 13. September gab Vic O'Claire der Besatzung von Tau den Befehl zur Evakuierung nach oben zum Plateau Zusammen mit dem Ingenieur Alan Waldeck ging ich in den Abgrund hinab, um bei der Evakuierung zu helfen Protokollgemäß warteten wir 140 Minuten lang bei der Aufzugsplattform unternahmen, mehrere Versuche Tau zu kontaktieren Ich beschloss mich dem Standort zu nähern und sie abzufangen Zu diesem Zeitpunkt fingen die Orientierungslichter zu flackern an Kurz darauf war der gesamte Weg abgeschaltet und Omega Abschnitt von der Dunkelheit verschluckt Mit meinem Flutlichtstrahler stieß ich weiter vor, bis ich über den Kurzstreckenfunk Schreie hörte Das setzte sich sofort, wobei das Signal immer wieder abbrach Als ich mich eilig näherte, um Untersuchungen anzustellen, fand ich den zerfleischten Leichnam der Außendienstmitarbeiterin Espinosa Etwas Großes hatte sie fast in zwei Teile gerissen Als ich die Wichtigkeit der Rettung Tau bzw. Ross abwog, hörte ich über das Funkgerät, wie Espinosas Kollegen abgeschlachtet wurden Da ich keinerlei Möglichkeit zur Situationsverbesserung sah, eilte ich zurück zur Aufzugsplattform und überließ die Leute den Tau ihrem Schicksal Wie gesagt, was hättest du auch sonst machen sollen Also jemandem seinem Schicksal überlassen, finde ich, ist nur ein angebrachtes Sprichwort Wenn man ansonsten gegebenenfalls etwas hätte ändern können Aber das ist so, wenn du jetzt da hingegangen wärst, hättest du nichts verändern können Das heißt, du überlässt sie ja nicht ihrem Schicksal, weil du nichts änderst Naja Mit etwas Glück hat es Ross zurück zu Tau geschafft und kann seine Arbeit in Alpha fortsetzen Zur Vermeidung weiterer Störungen habe ich beschlossen, die Evakuierung als völlig gescheitert zu berichten Ich hoffe, CETA dadurch vor weiteren Versuchen abzuschrecken Die Managerin von Omikron, Claudia Eames, hat bereits angeordnet, dass die Aufzugsplattform vorerst beim Plateau zu bleiben hat Mein Bericht über die wilden Tiere hat allen so viel Angst eingejagt, dass sogar Waldeck und Darby aufgehört haben, die Humason zu warten Gut, dass Golaski nicht am Standort ist, denn ich glaube nicht, dass er dem zugestimmt hätte Die Einschränkungen fielen etwas strenger aus, als ich erwartet hatte, aber ich werde damit klarkommen, solange Ross in Ruhe alleine mit der WAU arbeiten kann Partage Julia Dahl, John Ross, Mark Serang Bilder Okay Was genau sollen mir diese Bilder sagen? Hm I don't know Hier ist die Kombüse, sollen wir mal was essen? Ja, bestimmt schon lange nichts mehr gegessen Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass hier nichts geholt ist Naja So, wir haben hier drüben noch einen Abschnitt, aber wir haben auch noch einen unteren Abschnitt Ich weiß nur nicht, wo wir hin müssen Ihr habt wahrscheinlich alle nichts zu sagen, ne? Also die Kopflosen kann ich glaube ich in die Tonne kloppen Aber hier vorne hat jemand noch einen Kopf Oder auch nicht Ja gut, dann Weiß ich auch nicht, dann muss ich anscheinend irgendwie nach unten kommen Ich weiß nicht, was das dritte war, was ich finden sollte, aber Werde es ja wahrscheinlich auf der unteren Ebene finden Gehe ich jetzt einfach mal von aus Muss ich hier nur gucken, wo ich hier den Lockdown aufheben kann Aber hier ging es doch auch nur raus Oder habe ich das hier irgendwo ja Hier Kundenbereich, Noteingriff, Lockdown aufheben Nett Nett Wir haben hier so viel Zeug Okay, wieder irgendwas an Mathematik Womit ich nichts anfangen kann Blaupausen Eine Brotdose Und sehr viele mechanische Teile Hey, du hast noch einen Kopf Aber du lebst auch noch Hier ist wieder was zum Heilen Okay, Gehl Into the Abyss Take it to Alpha in the Abyss Okay Find Tau Find Alpha Take the gel to Alpha A part of Alpha Okay, wer weiß was wir da vor uns finden Ey Alpha needs medicine Soll das Gel das dann dann heilen? Oder irgendwelche Illuminati Sachen? Keine Ahnung Sehr, sehr merkwürdig Keine Ahnung was hier abgeht Noch mehr Audiodateien, wunderbar Are you there? I hear you, Herbie What's up? Uh, just wanted to check in I have to go do something I might not be around for a few days, okay? Rally Herber leaving the listening post Must be important It is, Drask It is So okay then Stay safe Omicron, can you hear us? Loud and clear Everyone alright? We will be as soon as we make friends with the power suits I'm sure you'll get used to it Look at that I just wanted to check in before we cast the last word from Lumar Pro Guys Any last words to Omicron? Don't forget to take a stop You've heard that, right? Don't worry, we won't forget Alright We're heading into radio silence Good luck guys Tao please respond This is Rally Herber calling from Omicron Please respond Tao Unable to connect Lumar relay out of range Yeah, yeah, I get it Unable to connect Lumar relay out of range Hm Ja gut Warum ist das hier noch zu? Ich hab doch den Lockdown aufgehoben Äh Ich kann dich nicht betatschen Hab ich dich schon betatscht? Aber eigentlich kann ich sein Ich kam ja hier vorher nicht rein Okay Wo finden wir dann Den letzten Gegenstand den wir brauchen? Ah, hier ist was Vortex Diagnose Chip Ähm Ähm Okay Können wir die irgendwie... Warte mal, es geht immer dadurch... Warte mal, wir machen die mal alle aus Also es geht immer dadurch, wo es offen ist Also es geht immer dadurch, wo es offen ist Also so können wir an den Motor schießen Aber können wir dann nicht einfach... Hier so alles öffnen und dann geht jeder überall hin? Also geradeaus? Oder wollen wir nicht alles? Ich weiß nicht, was ist denn unser Plan? Oh, wir wollen hier alle runterlenken Das ist es Wir wollen ja den Chip... Damit haben wir jetzt alles Okay... Dann gehen wir wohl mal nach oben Ich hatte mich gerade gefragt, ob die eine Leiche sich bewegt hat, aber es ist... Ich glaube nicht Ich will es nicht hoffen Ähm... Okay... Danke... Bin ich nicht alleine Warum stehen da auf einmal überall Viecher rum? Könnten die sich vielleicht beruhigen? Kannst du die vielleicht beruhigen? Ich will einfach nur da durch... Ganz ruhig, ja? Ich will einfach nur da durch... Du stehst hier leider ein wenig im Weg rum... Ich habe doch nichts getan... Ja, das ist schön, dass ich gestorben bin... Aber wie hätte ich denn da dran vorbeikommen sollen? Gibt nur den einen Weg... Und der stand mitten im Weg... Äh... Wo bin ich denn jetzt hier? Bumm... Bumm... Ja, das ist schön... Jetzt ignorieren wir den einfach mal da, ja? Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass hier ein Typ rum steht... Dann wäre ich da nicht so reingerannt... Hey, der Stiefel liegt hier noch rum... Bumm... Ich weiß es dir... Oh, jesuzt! Was soll ich jetzt hier machen? Aber ich weiß nicht ob das hier sicher ist Kann mich WHU da nicht einfach kontrollieren? Wenn wir das so machen? Okay der Computer weiß nicht was abgeht Aber er ist auch nicht unzufrieden Ich würde das so machen, wenn du das so machen würdest Du gehst ohne mich? Ich muss das so machen, Simon Das ist wichtig Ich muss das so machen 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 Ja, wenn du hier bist Ich werde nicht in deinem Weg Ich will nicht sagen, was du tun Ich will nicht sagen, was du machen Was wäre das wie vorher? Verbrechen meine Augen und dann... Und dann öffnen sie wieder Okay, wir machen es Danke, Simon Go sit in the pilot seat in the next room You might need to boot it up We need to loop back the activity manifested by your current cortex chip Run it through the amplifier, feed it into the new chip And then make sure it's synced You lost me halfway there You don't really need to understand it Just make them line up Ja Die amplitude müsste schon hoch sein Ich glaube aber die Frequenz ein bisschen geringer, oder? Das sieht doch schon fast gleich aus Ist noch ein bisschen stärker Aber vielleicht liegt das auch daran, dass wir eine höhere... Ja Nein Das sieht fast richtig aus Also ich glaube, das ist schon mal richtig Weil die jetzt an den höheren und tiefen Punkten genau gleich sind Das heißt, wir brauchen nur eine andere Frequenz Und dann vielleicht noch ein bisschen Ausgleich Aber je mehr Ausgleich ich mache, desto... Ja, desto falscher wirkt es Ist das jetzt resettet? Nein Also der Ausgleich... Hm Das sieht irgendwie schon fast richtig aus Aber irgendwas stimmt hier noch nicht Da haben wir's Das ist alles Du kannst jetzt in die Pilotseite Oh, bereit? Ich habe alles unter Kontrolle Also bitte, ein Seat Na gut Entschuldigung 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 Das sollte ein Ausgleich Es ist wie eine Bildung zu haben Aber mit der größten Kampere in der Welt Mit der größten Kampere in der Welt Oh Gott, ich höre meine eigene Stimme Ich komme an der Raummaus Nein Nein, ich... Es ist einfach... Warum war er immer noch zu sprechen? Es ist das gleiche wie vorher Kathrin, warum war er immer noch zu sprechen? Das ist wie es war Du wirst das Was bedeutet? Du wirst es nicht magisch Du warst Du warst Du warst Und jetzt Du bist hier Just wie Simon Lived on in Toronto Gott damn you Kath Du Simons? Es kann nicht zwei Simons Was denkst du, was passiert? Du wirst meine Meinung Und es in eine andere Körper Wie ein Blödsprache Entschuldigung Ich bin sorry, es würde nicht funktionieren Du wirst, wie verstanden ist Das ist Es ist nicht Copy-Paste Sondern Cut-End-Paste Wie erwartet du mich zu reagieren? Bitte stopp Du wirst du wirst Du wunderschön Was wird ihm passieren? Er wird ein paar Tage Und dann, was? Du wirst wieder in dieser Nachtmere wieder All alone? Das ist so krass Was willst du mit ihm machen? Freunde machen? Lass ihn wissen Wir müssen ihn hinterlassen Wenn wir ins Abiss gehen Was ist Was ist Was ist, wenn er nicht Wunderschön Du wirst das machen? Ich weiß Ich weiß Vielleicht Da Ich setze es für dich Hör den Switch Wenn du seine Batterie verbrechen willst Er wird in einem Moment Ich würde lieber nicht Bleiben Wo ist das? Wo hast du das abgesettet? Wo kann ich das machen? Das will ich auf jeden Fall machen Was für ein Akku leeren? Da kann er immer in den Rohr einschlafen Weil die Alternative ist echt nicht so toll Ich meine so gesehen Wir sind ja sowieso nicht mal wir selbst Wir sind ja sowieso schon nur noch eine Kopie Also jetzt sind wir halt eine Kopie von einer Kopie Ist auch egal Change body at Omicron Nice Toller Erfolg Naja auf nach Tau Unser finales Ziel Können wir uns in die Arche hochladen Na sowieso alles vorbei Wollen wir jetzt einfach in den Abgrund springen? Wenn technisch gesehen könnten wir das aber Ist auch noch nicht ein bisschen dunkel Na ja Auf gehts Orientier dich an den Lichtern Das gibt jetzt richtige Subnautica Vibes ey Ich glaube irgendwas ist da fehlgelaufen Ich weiß nur nicht was Sollten wir da nicht runter? Was ist denn dann unser Plan? Hier drüben? Hier funktioniert immerhin die Leiter aber Okay anscheinend müssen wir mit einem Aufzug da runter fahren Sind wir hier fertig? Ja Aktivieren bitte die Klammer Natürlich Runter Passagiere Einer Ich meine technisch gesehen zwei aber Das ist jetzt wie ein Freefall Tower hier oder wat? Ja nicht ganz Ja Darüber wirst du nicht nachdenken Ja Darüber wirst du nicht nachdenken Ja 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 Du überdenkst das gerade ein bisschen zu sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 das kann ich mir vorstellen wir müssen noch ganz schön weit runter und mir geht es nicht so gut anscheinend aber kannst du mich bitte erstmal ankommen lassen ich bin noch nicht ganz da wir müssen noch 1500 Meter nach unten aber der ist ja freundlich der tut ja nix der will ja dass wir etwas erreichen da unten auch gut, du bist zurück was hat? ja auch Jetzt gleich da. da kriegst du also soll ich denn sagen ich habe mich gerade selber umgebracht sieht alles ein wenig verschwommen aus hier bähler luma link zum rufen der aufzugsplattform einforderlich gut dass wir da eh nicht wieder hoch wollen ja das kann ich mir vorstellen ich will ja auch nicht sonderlich weit wandern ACR lock gott muster sammeln versorgungs untersuchung überprüfung evakuierung gescheitert transport der eiche nach frei hier geht nix auf ok wir sollen also bei den lichtern bleiben die taschenlampe hier funktioniert ist überhaupt ein wunder was hier überhaupt irgendwas funktioniert so tief in der tiefe ok also hier unten waren anscheinend leute für die evakuierung sind anscheinend noch nicht ganz bei tau angekommen sondern müssen uns jetzt erstmal irgendwie den weg dahin bahnen wir sind einfach nur erstmal unten ist das hier so irgendwas von interesse anscheinend nicht ja also komische viecher die in der luft schweben alles ganz normal warnung warning strong torrents expected dann sollten uns vielleicht nicht hier rum bewegen oder wir gar nicht wissen was hier für lebewesen umschwimmen 700 meter wunderschön und wir haben jetzt die lichte aktiviert um uns dahin zu leiten ich hoffe die fallen nur nicht aus das wäre jetzt noch der höhepunkt hinter all dem hier ja genau sowas meine ich nämlich jetzt sind wir in subnautica angekommen was haben wir hier blue leads to tau red leads to climber ok sehr schön ich gehe erstmal hier rein was haben wir hier denn so inventar ok unrelevant missionsloks was haben wir denn da irgendwas gesehen im bild dazu getrockneter tintenfisch damit gepödert der kragenhai 150 zentimeter das ding was da oben irgendwas beschädigt hat seltener haie nährte sich aus dem erleuchteten köder der umkreiste ihn in den getrockneten tintenfisch zu essen unwahrscheinlich dass er oft in dieser tiefe unterwegs ist eine anomalie ein kraken riesen tintenfisch aus in 200 zentimeter also zwölf meter groß mantel von der größe eines mantel von der größe eines mannes 170 bis 200 zentimeter geschätzte länge des gesamt tieres zu 10 bis 12 meter riss den marlin mit einem wilden angriff auseinander sobald wir die lichter anschalteten floh er schnell aus dem gebiet ganz eindeutig noch ein exemplar das dem austretenden struktur gel angelockt wurde der mantel ist teilweise mit schuppen bedeckt und wird von einer neu gebildeten knochen struktur durchdrungen das ist ein anglerfisch so wie es aussieht gel unbekannt 40 zentimeter er sieht nach einem anglerfisch aus die vom gel entstellten kreaturen sind wahnsinnig sie greifen alles und jeden an immer noch schwierig festzustellen wie die wau ihr verhalten beeinflusst hat abgesehen der offensichtlichen aggression und nicht empfindlichkeit kreaturen scheinen etwas bestimmtes zu jagen etwas das ist in diesem ökosystem nicht gibt statistik hey was ist das war so population und size die sind alle in aber warum drei also wofür sind die drei linien i dont know ich habe keine error unable to load data in anderen anglerfische gruseligsten fische des ozeans und dafür muss man nicht mal ausdenken dafür ich habe strom geklaut was vielleicht keine so gute idee war aber das war sogar eine ziemlich schlechte idee wir können ja einfach dem kabel folgen müsste doch auch funktionieren oder hier vorne leuchtet sind die eigentlich auf der anderen seite rot in der tat das ist schlau erinnert mich ein bisschen an die wüste in zelda ocarina of time jesus enthält wird angegriffen aua meine güte riesiger fischschwarm wir haben sie mir auch noch verstecken ich weiß noch nicht mal wo lang ich laufe einfach mal den lichtern nach in der hoffnung dass mich der schwaben nicht mehr findet wie können die sich überhaupt in diesen strömungen bewegen was ist denn das da vorne ist das wenigstens schon taub bin ich angekommen ich möchte ungern noch weiter laufen wo sind wir denn hier so wenig strom ja super ah touchy touch könnte ein bisschen heilung gebrauchen ja das ist ja schon danke und ein data buffer das ist ja das ist ja das ist ja ja oder auch nicht und was haben wir hier oben ist irgendwie nervig dass alles verschwommen ist ey garage kann ich da jetzt irgendwie rein vorsicht strom und hier denn steuerung ist noch mal ein regionalstation als er betrieb Au. Soll ich dir jetzt folgen? Wahrscheinlich soll ich dir folgen. Ich bin immer im Licht bleiben. Nee, lass das Licht bitte an. Wäre sehr praktisch, wenn wir das haben. Ansonsten werden wir von Fischen gefressen. Und ich sage wir, weil ich bin auch ein Roboter. Also wenn die mich angreifen, greifen sie auf dich an. Es ist halt echt wie die Wüste in Zelda. Wo man den Geist verfolgt. Erst den Fahnen folgen, dann den Geist verfolgen. Und hier folgt man Licht an und dann verfolgt man einen Roboter mit Licht. Aber es ist ja ganz nett. Es ist ja auch ein lustiges Prinzip. Na toll. Und jetzt? Ich weiß nicht, wo lang. Durch den grünen Lichtern jetzt folgen? Wir gehen aber nur bis hier, glaube ich, oder? Ja, es geht noch weiter. Und hier rein? Geh einfach mal hier rein. Hier dürfte eigentlich nicht so eine starke Strömung sein. Hi. Na, wie geht's so? Willst du mitkommen? Oh, da sind ein paar Freunde, sehe ich. Ich dachte, das wären Pflanzen. Ja, hier sollte man auch keine Spinnenphobie haben. Hier ist nämlich alles voll. Ja, Jungs und Mädels. Ich muss hier nur einmal kurz durch. Ich bin auf der Super auf einer Raumstation oder sowas. Oh Gott. Ne, dem Licht will ich lieber nicht folgen. Danke dafür. Das ist doch unfair. Das heißt immer, ich soll dem Licht folgen. Und dann kommt da Sonnendingen und dem soll ich dann nicht mehr folgen. Ja, los. Mach mal was. Ich gehöre jetzt der Stromleitung. Bisher weiß ich nicht, ob ein Anglerfisch sich so ein großes Ziel als Opfer ausruhen würde. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die sind ja auch alle beeinflusst vom Dingster, Wumster und WAU. Ach, nee. Hier könnte jeden Moment irgendeinen Abgrund vor mir sich auftun und ich würde einfach reinlaufen, weil ich einfach gerade auf das Licht zulaufe. Ich sehe hier fast gar nichts mehr, ey. Absolute Hölle. Aber hey, ich habe Lichter. die mir einen Weg weisen. Die auch gegebenenfalls zu irgendwelchen Creditern gehören. Aber naja. Sind wir da? Das sieht doch fast so aus, als wären wir da. Das ist auf jeden Fall eine Tür. Hey, sie öffnen sich. Wir haben Glück. Wir müssen nichts reparieren. Let me in. Aber die Schleuse ist... Ist das hier die Schleuse? Wahrscheinlich ist das hier die Schleuse. Ich dachte, die wäre kaputt. Würde nämlich das ganze Ding unter Wasser stehen. Aber dieser Kampfanzug ist das nicht ein bisschen problematisch, wenn wir nicht im Wasser sind? Weil eigentlich dürfte ich mich da wahrscheinlich nicht so gut drin bewegen können. Naja. Das wäre keine andere Wahl. Unglaublich. Wir sind an Tau angekommen. Wir haben ein bisschen geschwächt und... und... Anglerfisch hat uns ein bisschen angeknabbert, aber wir sind angekommen. Open Salami. Wir haben nie mehr glücklicher, zu sein. Lass uns den Arken finden. Wir könnten auch erstmal was zum Heilen finden, aber ja. Oder ein paar Data-Wachers. Ja. Irgendwie war jede Station für sich. Ab so einem gewissen Zeitpunkt. Das hier auch? Das sind solche Anzugskammern, ne? Ja. Was steht hier? Warte mal. Ich dachte, da wäre irgendwie ein menschlicher Schatten. Anzugsstatus. Ja, die sind alle weg. AK3 ist aktiv. Im Tau. Block zugreifen. Porten. Einer ist... Der ist aktiv. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Er ist hier irgendwo aktiv. Das sind nicht wir. Oh, Heilung. Luftschleuse wird unter Druck gesetzt. Was ist denn die Luftschleuse? Intendums? Service Station? Wo ist die Luftschleuse? Wovon redet der? Okay, haben wir hier irgendwas, was uns interessiert? Okay. Wir sind hier. Wir wollen hier oben hin. Das heißt, wir müssen einfach nur den Gang ganz weit nach oben, wahrscheinlich hier rumlaufen. Ja, so weit ist es nicht mehr zur Arche. Hoffentlich sind keine Monster auf dem Weg. Was ist das für eine Tür? Braucht er ewig, um aufzugehen, ey. Richtige Sicherheits-Tür. Ist auch so ein Faktor. Je länger eine Tür braucht, um aufzugehen, desto sicherer... Ich habe den Anzug gefunden. Ja, mich, aber nicht. Oder doch. Verzeihung? Aua. Wir tun einfach mal so, als wäre das gerade nicht passiert, ne? Ich habe den Anzug, die Falle istHome. Was ist das? Ich habe den Anzug. Oh, ist das ein Faktor? Oh! 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 Ist er mit mir hier drin? Die Antwort ist ja. Muss er bitte woanders hingehen? Was soll das denn? Der kämpft mich ab. Oh Gott, der ist irgendwie stuck. Der war meint. Wenn ich die Tür hier wieder zumachen, das wäre sehr praktisch. Glaub aber nicht. Eieiei, schnell nach oben. Für Leitern gehen hat er noch nicht gelernt. But who knows. Der Vorteil ist, hier ist nicht mehr als ein Monster da. Wollen wir zumindest hoffen, weil es war nur ein Anzug, der fehlte. So, wir müssen jetzt auch gleich bei der Arche sein. Da können wir uns noch einmal heilen. Fangen wir doch mal damit an. Na toll. Iphone. Storage hier, das wissen wir noch nicht. Das erstmal alle Räume abchecken. Johann Ross. Das ist abgeschlossen. Ach du meine Güte, was geht hier denn ab? Okay, hier leben anscheinend ein paar Viecher mit irgendeinem Treller-Pfaden-Licht anscheinend. Das ist das, was wir noch nicht machen können. Ja, ja. Ich versuche, dass du es nicht verlassen. Ich werde bald sein. Dann, was? Du solltest es sicher sein, bis dann. Du willst die Wilder zu nehmen und spielst es whole. Entschuldigung, Katharine. Es ist okay, Ian. Lass es alles aus. Lass es alles aus. Okay, wir haben Katharine gefunden. Also das wird sich wahrscheinlich sein hier, ne? Steht da der Name irgendwie dran? Nee, hier nicht. Sam, was? Sie ist hier gerade, we need to leave. Wir müssen... Wo sollen wir hin? Hier ist ja sonst nichts. Oh, die sind alle tot. Oh je. Lexi! Was haben wir gemacht? Hey, nicht zu denken. Meine ganze Leben. Ich bin ein guter Mann. Wir verletzten, Sarah. Da, da. Ich sollte aufgerufen. Ich sollte die Chance haben. Ich habe die Chance. Es gibt Zeit. Wenn Ashken sagt, wir können wieder versuchen, wenn Dinge aufgerufen. Du musst es machen. Du musst es machen. Du weißt. Du musst es machen. Du weißt. Du weißt. ... schö- Jo- Er hat ein Foto von Katharine, in interessanterweise. Das ist einfach nur die Toilette. Wunderschön, falls man einem noch mal aufs Klo muss. Zahnbürste. Unverliebable. Ja, wir gucken uns erstmal um. Ganz ruhig. Leiter hoch, Leiter runter. Was haben wir hier? Ein Vollraum oder sowas. Übertragung. Okay, hier liegt aber noch ein Zettel. Den möchte ich mir erstmal angucken. Post-Impact-Notizen. 12. Januar. Kleinere Strukturschäden für die Verbindung verloren. 17. Januar. Kommunikation wiederhergestellt. Omikron und der Rest von Pathos 2 sind in Ordnung. 3. April. Funkverkehr im gesamten Standort zusammengebrochen. Loma-Sonde verliert immer wieder die Verbindung. Dringende Reparatur erforderlich. Bis der Link funktioniert, kann Tau die Aufzugsplattform nicht einholen. 11. April. Besuch von SSI, Volchek, Dahl und Holland. Einführung eines Systems zwei wöchentlicher Kontrollen bis zur hundertprozentigen Wiederherstellung der Kommunikation Luma. 13. September. Evakuierung von Tau angeordnet. Wir brechen alle nach Omikron auf. 15. September. Sind von Monstern umgeben und ohne Funk. Wir sind im Arsch. Übertragung. Y. Anrufen. Y. Is offline. Täter offline. Is alles offline. Nach Lisabon kann man keine Verbindung mehr stellen. Nach Kaditz auch nicht. Omega. Ich wüsste aber nicht, warum da irgendwas durchgehen sollte. Sind die alle offline. Komm, Loks. Okay. Türverriegelung. Dafür brauchen wir ein Passwort. Das hier oben haben wir aber aufgeschlossen. D-Status. Tunnelöffnung. D-Bereich. Standort vollständig betriebsbereit. Omega WK. Weltraumkanone. Okay. Gucken wir mal, was wir damit erreichen können. Wir haben auf jeden Fall... Ja, den können wir da vorne nicht aufschließen. Aber hier haben wir auf jeden Fall... Ganz ruhig. Hier oben haben wir auf jeden Fall irgendwas aufgeschlossen. Hi. Du bist Kathrin? Bist du Mensch? Sarah Lindwall. Pfeiltechnikin. At your service. A rare sight, amir right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And I'm... I'm... The only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? Yeah, nicht unbedingt auf Planeten, aber zumindest hier. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you... How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, alright. I've been guarding it ever since we brought it back to Tao. I just couldn't bring myself to let go. I'll tell you the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. If I knew you'd come, I'd clean this place up a little bit. You serious about me killing you? No. I'd love to hang around here until I dry up to the size of a tree. I'd love to hang around here. Simon. This fucking sucks. I don't want to live like this. I'm glad you came by. Good to get this over with. Be my guest. I got no secrets worth keeping. I can't believe I'm the last one. This is crazy. This is crazy. Okay. Fotos. Hier ist es auch wieder die Crew. Kürzlich geöffnete Dokumente. Fehler. Defekte Daten von Dateien wiederherstellen. Partielle Datenwiederherstellung erfolgreich. Wenn Sie genau prüfen, welche herkömmlichen Chemikalien und Mischverbindungen sich in Pathos 2 finden lassen, sollten Sie damit Notfallsituationen überbrücken können. Letzter Zugriff von Sarah Lindwall. Ernährung. Eine Anleitung, um bewusstlose oder komatöse Kollegen mit Infusion am Leben zu erhalten. Letzter Zugriff. Methoden zur Platzentschaffung für zusätzliche Nutzlast, nachdem die Geschosshülse gebaut wurde und Delta verlassen hat. Bitte nicht, bleib mich so. Hatte ich nicht vor. Aber, ja. Good-bye. Ja. Willst du stay with me, please? It won't be long now. Just, please, just stay. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray. Ja, super. Tolle Aussichten. Ich bin ja da. Habe ich noch vor, irgendwann mal hinzureisen. Oh, at least, when you get out of the city. Auch Island. Generell, der ganzen Norden da. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Es gibt 12 Millionen Menschen, aber es ist ein großartiges Ort. Aber es ist ein großartiges Ort. Und, ja. Before the comet ended at all. You know what? Manfred. I like to pay for this. I like to pay for this. I like to my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet. Simon, bist du noch da? Ich bin noch da. Nicht lasst ihn sterben, okay? Schreib sie raus. Ja, ich hoffe das funktioniert. Ich bin das doof, dass ich die Fotos nicht mehr aufheben kann. Die Blackbox ist inaktiv. Ich habe wahrscheinlich gefunden, um es auszuprobieren. Ja, und was soll ich dann damit machen? Den Schacht hier runterschmeißen? Ich kann nicht mehr die Fotos hier vielleicht auch noch angucken. Aber das sind einfach nur Landschaftsbilder. Sie mochte anscheinend die Natur. Naja, hier sieht man ja auch nicht mehr so viel davon, außer den Meeresboden gegebenenfalls. Da steht doch nirgendwo was drauf. Ja, sehr viele davon. Hier war sonst nix. Ja gut, dann ab zum Common Room damit. Und dann schauen wir mal, was da abgeht. Wir haben noch eine Tür entriegelt. Ich weiß nicht, was hier unten im Diver Room ist. Vielleicht sollten wir uns das auch nochmal schnell angucken. Weil das andere scheint hier eher so der Abgang zu sein. Aber vielleicht gehen wir hier auch einfach gleich raus. Wer weiß. Ja, okay. Gehen wir erstmal da oben in den Raum. Das hört sich irgendwie da unten an, als hätten wir Probleme. Okay, was haben wir hier so? Er ist das wahrscheinlich, der in dem Anzug da rumläuft, ne? Wie das aussieht, weil er ja nicht hier ist. Haben wir hier so? Agebuch. Ich hatte gehofft, heute Omikron zu sehen. Die von den Väterleuten angeordnete Evakuierung war ein Segen, eine Ausrede Alpha zu verlassen und der WAU den Rücken zu kehren. Als sich der Sturm legte, brachen von der WAU bereitgestellte Monster über uns herein. Wir gerieten in einen Hinterhalt und mussten uns in Richtung von Tau zurückziehen. Glaser, Kofsky, Kotzee und ich überlebten. Eau Claire ist in der Krankenstation, aber es sieht nicht gut aus. Oh nein, wer war das? Kotzee rannte los, um in der Beobachtungsstation nach Essbarem zu suchen. Nach draußen zu gehen, ist mehr als nur gefährlich. Eher so, als würde man während eines Hurricanes Zigaretten kaufen gehen. Sie kam zurück und hatte ein paar Krümel dabei. Wir wussten alle, dass es dort nichts mehr gibt. Wahrscheinlich wollte sie nur eine Ausrede haben zu sterben, ohne es selbst zu tun und die Verantwortung tragen zu müssen. Leute vom Plateau sind gekommen. Es handelte sich um eine Gruppe von Ingenieuren von Theta, die etwas mit der Omega-Weltraumkanone in den Weltraum schießen wollen, das sie die Arche nennen. Anscheinend handelt es sich dabei um eine künstliche Welt, in der sich Gehirnscans von Pathos-II-Personal befinden. Die Idee ist ganz schön albern, aber irgendwie lebenswert. Wir ließen uns alle scannen, um an diesem Nachleben teilhaben zu können. Einige der Ingenieure kehrten von Phi zurück. Anscheinend haben sie den Start der Arche verschoben. Sie waren alle ziemlich mies gelaunt und klare Antworten waren von ihnen nur schwer zu bekommen. Bis auf eine äußerst wichtige Tatsache. Sie wollten alle bei Tau bleiben, um dieser Arche-Sache auf den Grund zu gehen. Aber sie hatten schon die Abholung per Aufzugsplattform für den nächsten Tag eingeplant. Jemand würde an ihrer Stelle mit der Aufzugsplattform fahren müssen, um Omikron von den Geschehnissen zu warnen. Glücklicherweise waren Glasser und ich in der Lage, die Mission zu übernehmen. Endlich werde ich Dahl und Serang von der kritischen Situation am Standort Alpha warnen können. Aufzeichnungen 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 Auf impact Auf impact Januar 12. Die WOW hat in einem hohen Energie-State gebrochen. Sie hat nicht seine Zutaten verabschiedet. Sie hat das Klima- und Lebenssupport gebraucht. Aber sie hat die Pattern verabschiedet. Sie hat ihre Protokolle wieder definiert. Wildes Wachstum. Die WOW hat physikalisch gestartet. Es ist nicht nur das Kühlschrank. All around Pathos 2 Strukturgel ist durch die Pfeifen und schlägt durch die Wände. Ich weiß nicht, was WOW möglich könnte, um von diesem zu bekommen. Aber ich glaube, es ist intensiv. Aber woher kommt dieses Gel denn überhaupt? Und warum kann davon so viel produziert werden? Terrarium. Das Herz von WOW hat so großartig Teil des Kühlschrankes dass es keine Frage mehr gibt zu ihrer erhöhten Bewusstsein. Nicht nur seine Expansion eine unerwartete Entstehung des Spiels, sondern auch seine eigene physikalische Manifestation in der Welt. Ich meine, Nero. Die WOW ist auf alle Maschinen, alle Lebensformen, um zu manipulieren, um zu kontrollieren. Es versucht, zu helfen, zu retten, zu retten, zu retten, wie die Protokolle braucht. Aber wirklich, was ist genug? Wo ist die Länge für was Menschen und was nicht? Gehen? 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 Gehen ein Grupp von Maschinen, die denken, dass sie Menschen akzeptabel wären? Wir können nicht eine Maschine vertrauen, um zu wissen, um zu verstehen, was es bedeutet, zu sein. Wir müssen das WOW-Projekt terminen. Es kann sein. Ich muss nur ein paar Hilfe von Omikron bekommen. Okay, also ne, er ist derjenige, der uns da verfolgt hat. Aber, ich weiß nicht genau, was er sich da erhofft. WOW-Core Alpha, okay. Wo ist denn Tau? Tau ist da unten. Da müssen wir ja wieder ein Stück hin, oder? Oder ist das da drin? Don't get it. Wir werden es gleich sehen. Oh. Wir haben hier Bilder. Ist das das Herz? Das ist anscheinend das Herz. Das sich verwandelt nach Zeit. Hm. Ja, keine Ahnung. Wir sollen auf jeden Fall irgendwie das Gel da reinschütten. Was ist das denn hier? Warum kann ich das nicht drehen? Das steht auf dem Kopf. Naja. Ich glaube aber, wir müssen das Ding noch weiter nach unten schicken, oder? Weil hier, hier bringt es uns ja nix. Ja, ja. Okay. Hier kann ich ihn anscheinend nicht mehr rufen. Aua. Kann ich den denn hier runter rufen? Das wäre sehr praktisch. So, und das Ding jetzt hier drauf stellen. Und jetzt, was machen wir hier? Warte auf Fracht. Konfiguration. Konfigurationsfehler. Okay. Konfigurations. Konfigurationsfehler. Wir stellen gerade eine. Hilfsfunktion, das Flugmechanismus. Ja, das könnte eventuell problematisch sein. Oh, Jesus. Halt dich an der Dings fest. Oder irgendwas. Können wir hier irgendwas machen? Wir können es angehalten. Druckausgleich unmöglich. Okay. Und was tun wir jetzt? Druckdifferenz. Kann hier nichts machen. Warten wir jetzt darauf, dass der Raum voll läuft? Läuft der überhaupt voll? Ich glaube, das Wasser steigt nicht weiter. Ich glaube, das Wasser steigt nicht weiter. Joa. Und jetzt? Hello? Look me out. Wollen wir hier irgendwas öffnen oder so? Ah. Oh Gott. Ja, okay. Ich muss den Raum manuell fluten. Jetzt der Eiche gut. Überhaupt wasserdicht? Ich hoffe mal. Okay, auf geht's. Einfach erstmal den Mist hier aus dem Weg räumen. Kommst du? Okay, du kommst zu fester oben lang. Ach, herrje. Was wir nicht alles für das Überleben der Menschheit tun. Und wir kommen wahrscheinlich nicht mal mit. Wir werden sehen. Das Ding ist ganz schön lahmarschig. Oh, jetzt gibt's Gas. Hm. Ist auf einmal ganz schön fluten geworden. Ist das hier Öl oder dieses komische Gel, was hier aus den Rohren rein spürt? Aber das ist gegebenenfalls nicht so gut. Vor allem nicht, wenn es an die Arche kommt. Wir haben eventuell ein kleines Problem. Da komm ich nämlich nicht drüber. Wir haben hier irgendwo einen Gang, wo ich sitze. Ich komm da ja nicht durch. Und dann liegt hier ein Toter. Was ist das? Was ist das mit diesem Ort? Es ist nichts zu beschäftigen. Es ist nur der Warden flexing seine Muskeln. Der Warden? Du meinst, wow? Hier hat er viele Namen. Warden, der Alpha. Wie in Site Alpha? Ich dachte, das war es gemacht. Ja? Made-up. Dann sollte jemand wirklich fangen, Johan Ross. Und sagen ihm, dass es keine Grunde gehen, diese Tunnel zu gehen. Diese Section wird verlassen. Du solltest versuchen, Zeit in der Abyss zu spenden. Du kennst, wenn es echt ist. Kathrin, komm mit mir. Ah, okay. Hey, warte für mich. Beide mit dem Arche. Geh es einfach. Es wird nicht... Alles andere stößt nun zusammen. Für einen Moment, ich dachte, es wird sich verlassen. Jo. Trotzdem das Problem. Wie komm ich hier durch? Hier ist ein Tunnel. Ich hab nur keine Ahnung, ob dieser Tunnel in die richtige Richtung führt. Weil... Ich geh einfach wieder durch. So wie es... Mein Charakter halt schon die ganze Zeit tut. Einfach laufen. Sind wir mitten unter dem Ozean? Na super. Naja, wir brauchen ja nur den Kabeln zu folgen. Falls das überhaupt Kabel sind. Oder was auch meistens hier ist. Es ist schön zu wissen. Gut, dass wir hier auch einfach rein können. Hey. 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 Ist hier irgendwas von Interesse? Oder warum kann ich die Tür hier öffnen? Hier ist nix. Hey. Tür. Ja, also hier funktioniert wohl gar nichts mehr. Aber wir haben immerhin einen Helm für unseren Schutz. Das ist wichtig. Aber immerhin gehen die Türen so auf. Wir hätten nämlich ein Riesenproblem, wenn das nicht der Fall wäre. Kommen wir hier durch? Tatsache. Aber hier ist nichts. Hm. Hier ist einfach alles zugewachsen, ey. Ich frage mich echt, was die KI damit bezweckt. Also hier muss sie irgendein Endgoal haben. Das hat er schon ein paar Mal gesagt, aber ja. Ich frage mich. Ich frage mich. Das war die Toxin, die Wau war. Aber sie wussten nicht. Sie haben ihn in den Kabinett gelegt. Das war so infuriating. Sie mussten ihn nach Alpha, der Fountainhead des Misery, die wir haben. Eine andere Frau. Sie hat es herausgestellt. Sie hat ihn geholfen. Die Wau schriegt. Sie alle sterben. Sie... Sie... Sie haben den Gel aus den Kabinett und sich in einem venomischen Schneck genommen. Sie sagen, das Toxin, die in mir in mir kann die Wau alle zusammen töten? Sie sind der Schneck, Simon. Ihr Streich und Herz. Okay. Aber sollten wir nicht erstmal die Arche wegschießen? Was zur Hölle ist das? Das Herz. Es kontrolliert alle Strukturegel auf Pathos 2. All you need to do is poison the Inprint. And the heart will unwillingly spread it across Pathos 2. Killing it. Feed it, Simon. Push your arm into the heart. Ja... Und wenn ich das nicht tu? Come on. Do it. Äh... Was ist denn hier? Du kannst nicht weg. We're not done. Ja, aber das Problem ist... Wahrscheinlich wird der ganze Strom ausfallen und dann funktioniert die scheiß Weltraumkanone nicht mehr. Das ist auch ein Problem. Deswegen bin ich mir gerade sehr unsicher, ob das ein guter Plan ist. Ich kann das ja danach machen. Aber die Reihenfolge ist hier... Please, Simon. Ich weiß wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich lasse die Erde durch Walsh' Leitmasse konsumiert werden. Ja, das ist ein sehr gutes Argument. Ja, gut. Ich wünsche, ich könnte da einen Speicherpunkt machen. Ein Auge? Ne. Ein Loch. Warum loote ich? Das hat meinen Arm abgebissen. Na super. Gut, dass ich nur einen Anzug bin. Please. Ich habe das, was du wolltest. Ich bin tot gut, Simon. Du kannst nicht weg. Die einzige Weg, um sicherzustellen, dass WoW tot bleibt, ist, um den einzigen, der immun zu den neuen Planeten zu zerstören. Keine Angst. Ich werde es schnell machen. Oh Gott! Tschüss! Ich wusste doch, wer auflöst auf deiner Seite. Oh Jesus. Gut, dass ihr schon die Tür aufgemacht habt. Gibt einen schnelleren Abflug. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Wirklich? Ok, dann halt nicht. What the fuck? Wie bin ich denn jetzt? Hi Wurm. Ich habe keine Ahnung, wo du mich hier hingeschleppt hast, aber ich brauche mal ein bisschen Heilung. Da müsstest du nicht schon tot sein? Theoretisch. Na ja, geh weil da vorne hin. Warte mal, von hier sind wir gekommen, oder? Ach, meine Güte. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin und wo ich bin muss. Weil mich dieses Vieh auf die ganze Zeit verschleppt. Hättest du das bitte sein lassen? Weiß ich wieder nicht, wo ich bin. Ich würde mir wirklich wünschen, du würdest mich einfach in Ruhe lassen. Aber WHU heilt mich ja wieder. Das schädigt und heilt mich. Das ist Zuckerbrot- und Peitsche-Treatment hier. Ah, Jesus! Ich weiß nicht, was du von mir willst. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich kann mich hier nirgends so verstecken. Ich will doch einfach nur zum Ziel kommen. Meine Güte. Ja, schön durch die Wände durch. Ich bin ja noch nicht geschwächt genug. Lass mich doch einfach nur hier hochgehen. Meine Fresse, ey. Mach die scheiß Tür auf. Lass mich rein. Goodbye, du bist Vieh, ey. Gute Hölle bin ich hier. Seit Alpha? Sieht nicht wie ein Alpha aus. Und wo ist jetzt überhaupt die Arche? Ist die hier rübergekommen? Open Salami. Okay, das hier ist anscheinend die Omega Space Gun. Weil dafür habe ich gerade den Erfolg bekommen. Ja, ich auch. Ich hoffe, ich mache es überhaupt in One Piece noch dahin. Weil mir geht es wirklich nicht gut gerade. Hallo, Catherine. Chris, was ist denn mit deinem Arm? Es ist kompliziert. Ich muss nur eine Sache wissen. Ich habe beide meine Arme in dem Arm, richtig? Ja, natürlich. Sind Sie okay, aber? Können Sie was tun? Ja. Lass uns das einfach mal machen. Hast du den Arm? Ich habe es, aber ich habe es irgendwie verloren. Ich habe es, aber ich habe es auf meiner Weg hier auf einer Univierung. Ich habe es mit einer Hand gemacht. Also es sollte irgendwo sein. Das ist großartig. Lass uns ihn holen. Bitte keine Monster mehr, ja. Ich habe genug... Ich habe einen Arm verloren. Hi. Findet etwas, rauf. Oh Gott, komm, springen einfach. Oh, Heilung. Bitte Heilung. Ha, herrlich. So, wo ist denn jetzt dieses Ding angekommen? Hier? Das leuchtet auf jeden Fall. Das fühlt sich als der längste Tag in meinem Leben. Ist es nur ein Tag? Ich habe keine Ahnung. Unsere Zeit zusammen ist ein verbringendes Moment für mich. Welche Zeit ist es dann? Welcher Tag? Es ist May 11, 21.04 Uhr. 3.30 Uhr. Aber ich erinnere mich nicht, wann wir angefangen haben. Na toll. Wo ist es denn hier angekommen? Wo kommt hier überhaupt irgendwas an? Hier? Okay. Kann da den Akku rausnehmen, aber... So, hier vielleicht? Wo ist es? Okay. Okay. Check's it. Wir haben den Akku. Good job, Simon. Wir müssen nur finden den Akku, um den Akku zu schaukeln. Es ist verrückt, zu denken, wo ich bin. Nicht nur das ist der Zukunft, sondern es ist in der Mitte der Meer. Ich weiß nichts von diesem Zeitpunkt oder wie das Welt sieht. Nichts zu sagen. Nichts zu sagen. Na jetzt. Nichts zu sagen. Before die Komet, ich glaube, es war okay. Ja. Ja. Better nicht übersellen es. Ich weiß nicht. Ich werde mich nicht über die Arme verändern. Ja, aber wie zur Hölle laden wir unseren Dings da rein? Also ich glaube, wir werden nicht mit auf der Arche gesetzt sein. Das ist mein Projekt, mein Arche. Das ist größer als das. Das ist nicht für Sie zu entscheiden. Wir sprechen über die Fähigkeit der Mankind. Geh weg von der Arche. Ich nehme es. Nein, Sie sind nicht. Ich werde nicht zu lassen, das zu tun. Stop es. Guys, calm down. Geh weg von mir. Nein. Ja, okay. Ja, aber das ist halt das Problem. Wir wissen nicht, ob die Arche das da schafft, da durchzukommen oder ob... Ach, keine Ahnung, die wissen überhaupt nichts. Das ist genau das Problem. Wo soll die Arche denn hin? Ja, im Weltraum könnte die genauso gut... Und ich sage ja, wenn die Arche kein Stil... Wenn die Arche kein genaues Stil hat, dann fliegt die einfach einen ritten Stern? Kathrin. Ich weiß, dass ich nicht so ein Person wie ich bin. Ich dachte, dass sie mich vertraut hatten. Komm schon, mach das nicht zu dir selbst. Nutzlast erkannt. Ist das alles? Ich glaube nicht, dass ich mich mit Schäden von allen Größen kennt. Oh, hier wir gehen. All systems say go. Lock and load. Combat gun, we'll head out to the gun. Möchte er drauf. Did you have friends in Toronto, Simon? Real friends? There were some. Jesse, Sean, Karen. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Und jetzt? Was ist jetzt unser Plan? Do you think the Ark will make it through the atmosphere and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky. We just gave humanity a new chance. A whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space. We have thousands of years. Still. One hell of a gamble though. This was never about certainty. It's about hope. Was ist jetzt unser Plan? Wieder nach oben? Oh Gott ey. Gleich. 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 You're right. Oh yes. Now we just need to get the shell out to the gun and then... Kaboom. Aren't you forgetting something? How are you going to get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega Space Gun with your bare hands. Warum glaube ich, dass sie uns anlükt? Okay. Aber ich lese mir das hier nochmal schnell durch. Standortkarte. Wir sind hier. Wir sind hier. Irgendwas ist im Lager. Keine Ahnung. OBK überblickt. Und dann? Und dann? Und dann fliegt ihr einfach wie so eine Drohne durchs Weltall und versucht Hindernisse zu umgehen. Aber das funktioniert auch nur bis zu einer gewissen Zeit, bis das nicht mehr funktioniert. Naja. Personalaktivität. Eingehend. Ausgehend. Aktivität. Okay. Log aufrufen. Woche 488. Nach zehn Jahren einwandfreien Betriebs wird die Omega-Weltraumkanone abgeschaltet. Es bedurfte jedoch einer Apokalypse entlassen zu werden. Na gut. Wir brauchen das Ding. Ich bin schon wieder raus ins Wasser. Ich hasse es. Nach zehn Jahren einwandfreien Betriebs wird die Omega-Weltraumkanone abgeschaltet. Ich bin mal gespannt, was Catherine so sagt. Aber auf anderen Seite weiß ich auch nicht, warum sie uns anliegen muss. Wenn sie uns sagt, so, ja, das ist die letzte, äh, sag ich mal, die letzte Hoffnung für die Menschheit. Warum dann überhaupt so sagen, ja, wir laden dich da noch drauf und so. Ich meine, klar, das kann zusätzliche Motivation sein, aber das ist doch auch unnötig. Wir würden es doch wahrscheinlich auch so machen. Wir haben doch nichts zu verlieren. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Einfach mit den Gedanken. Holy shit. Ähm, muss ich irgendwas machen, oder? Ah, okay, ich muss es angucken. Das ist ja fancy. Aber das muss noch gedreht werden, ne? Okay, das macht es einfach. Und jetzt? Die andere Sache ist aber auch, selbst wenn wir in die Arche transferiert werden, dann ist das genauso wie mit dem, äh, Körper gerade. Das ist ja nicht so, dass wir da reingeht, sondern wir haben eine Kopie von uns. Ich bin mir einfach aufmerksam. Well, push the button when you're done. Here we go, now turn in back. Thank you, Simon. Don't mention it. It's an amazing thing you did. Now I want you to know, I appreciate it. Time. 20 seconds. What's the matter with the upload? Oh, just give it a second. I thought you guys would have better bandwidth in the future. Na toll. Catherine wird hochgeladen und ich nicht. Oder nur zur Hälfte. Sollten wir es nicht nochmal abbrechen? Ja gut, Donald, wo unsere Kindheitserinnerung? Auch gut. Oh, er wäre echt ein bisschen close. Genau das gleiche wie zuvor. Oh. 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 Melanie, das ist bulls**t. Wir kamen all diesen Weg. Wir haben den Ark. Ich weiß, dass es gut ist, aber unsere Kopie sind da oben. Katharine und Simon sind beide sicher auf dem Ark. Wir sind glücklich für sie. Bist du verrückt? Wir werden hier sterben, mit diesen F***ern, auf einem Spaceship leben. Das sind nicht wir. Das sind nicht wir. Ich bin sorry, dass du so fühlst, Simon. Ich bin stolz von dem wir gemacht haben. Ach, der Junge, der hat echte Probleme, ey. Das ist jetzt viel schlimmer, alleine zu sein. Werden wir jetzt noch sehen, was auf der Arche abgeht? Nicht? Ja. Aber wir haben immerhin, also ich weiß gar nicht, ob wir das WAU aufgehalten haben. Das wurde uns zwar gesagt, aber irgendwie hat es ja danach immer noch funktioniert, sonst hätte es uns ja auch nicht heilen können. Aber ja. Ist ja auch wieder ein sehr philosophisches Prinzip. Die Frage ist halt, ob das überhaupt so funktioniert. Weil wir wissen ja nicht, ob unser Bewusstsein, ob da, sag ich mal, mehr hinter steckt, als, sag ich mal, wie bei einem Computerprogramm. Dass man einfach kopieren kann und das läuft genauso wie das Original. Aber ja, beim Bewusstsein, keine Ahnung. Motorische Fähigkeiten etc. pp. bestimmt. Aber das Bewusstsein selber, keine Ahnung, das ist, das kann man im Moment auch noch einfach gar nicht beantworten. Natürlich kann man sagen, natürlich kann man das kopieren, warum sollte man es nicht. Das ist, das verstehen wir nur noch nicht. Und genau das ist halt das Problem, wir verstehen es halt nur nicht. Deswegen wissen wir auch nicht, ob es funktioniert oder nicht. Ich sag gar nicht, dass es funktioniert oder dass es nicht funktioniert. Ich sag nur, wir können es halt nur nicht wissen. Ich würde es mir nicht wünschen, eben um genau solche Situationen zu vermeiden, die es dann bestimmt in der Zukunft geben wird, was zu Katastrophen führen wird. Ähm, aber ja, auf der anderen Seite, es schließt dann auch vieles aus. Es ist aber alles, was die hier auch angesprochen haben mit Himmel, Hölle oder sonst was. Wie das dann aussieht damit, ob das dann überhaupt noch realistisch ist, wenn man das Bewusstsein eben kopieren kann oder was ansonsten abgeht. Aber, ich sag ja, das ist alles noch so unerforscht und man weiß im Endeffekt gar nicht, was es abgeht und was in der Hinsicht mit uns nach dem Tod passiert. Aber solche Experimente würden bestimmt auch Aufschlüsse darüber geben, ganz bestimmt. Also wenn wir eine Technik entwickeln könnten, das Bewusstsein zu kopieren, wüssten wir bestimmt auch, was mit uns nach dem Tod passiert. Also dann wird es irgendeine Möglichkeit geben, das näher zu erörtern. Oder es ist diese Theorie der allgemeinen Weltenergie, dass es irgendwo ein universales Bewusstsein gibt, das dann aufgeteilt wird in uns Menschen eben, damit sich das Universum selbst erlebt oder all die Theorien, die es gibt. Also wie gesagt, ich bin ein Fan von diesen Theorien generell. Alles, was so in der Hinsicht, sag ich mal, mit der Philosophie spielt oder so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das das einzig Richtige ist oder das, weil alle haben irgendwie ein Fundament, wo man sagen könnte, ja, das kann sein, aber es ist halt unmöglich, es zu beweisen. Es ist genauso wie, als würden wir an Gott glauben oder auch nicht, weil man weiß nicht, ob Gott existiert. Und die Leute, die sagen, sie glauben nicht an Gott oder Gott existiert nicht, ich sag euch auch genauso, man kann es einfach nicht beweisen. Man kann daran glauben oder nicht. Es gibt keinen Beweis für das eine oder andere. Wow, ist das, hat es funktioniert? Hm, wir sind doch noch auf der Arche. Dabei ist es sehr... sehr dunkel. Ich hätte nicht gedacht, dass sie in einer Höhle aufwachen. Oh, Natur. Aber warum wachen wir in einer Höhle auf? It's beautiful. Wunderschön. Wie war das mit Perfektion? Aber ich hätte nicht gedacht, dass Perfektion beinhaltet, in einer Höhle aufzubachen. Aber okay. Catherine, wo bist du? Kalibrierungsvermesserung? Ich denke mal Vermessung, Version 0.3. Willkommen. Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Arche geschafft. Diese Umfrage soll die Entwicklern ein besseres Verständnis ihrer subjektiven Erfahrungen geben und wie sie ihr Wohlergehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich gescherkt. Eine bessere Version meiner selbst. Wie würden Sie Ihren psychischen Zustand beschreiben? Äh, ich fühle mich verändert. Als hätte sich mein Charakter geändert. Nee, eigentlich nicht. Ich fühle mich normal. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Nehmen, wo meine Umgebung bewusster war, weil ich aus einer Hölle entstanden bin und jetzt wieder hier bin und alles genieße. Diese schönen Blümchen hier, das Gras und alles. Obwohl ich fast an dem Terminal vorbeigelaufen wäre. Also von daher vielleicht auch nicht. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Ist angenehm. Unruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Nein, ich fühle mich gut. Wie nehmen Sie Ihre neue Existenz wahr? Wie ein neues Kapitel meines Lebens. Jetzt wäre ich neu geboren. Ein vollständiger... Nee, ein neues Kapitel. Das alte, das vergessen wir ja nicht. Finden Sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird? Ähm... Vielleicht können wir einen neuen Sinn in dieser Welt finden. Möchten Sie lieber aus dem Projekt entfernt und den Tod akzeptieren? Nein, auf gar keinen Fall. Die Antworten wurden gespeichert. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Das Architeam. Alarm. Alarm. Ist doch ganz schön hier. Mal sehen, ob wir jetzt noch Catherine finden. Das wäre doch was. Ich glaube, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Na ja, wir haben es geschafft. Ich bin so entschuldigt. Es ist okay, Simon. Alles ist jetzt okay. Aber muss das nicht trotzdem irgendwie mit Strom versorgt werden? Weil ansonsten können doch überhaupt keine Prozesse laufen. Und das kann nicht unendlich lange passieren. Aber na ja. Die Erde ist einfach nur am Glühlen da unten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wirklich ein Meteor in der Erde einschlägt, sieht das Ganze anders aus. Ja, wir sind jetzt erstmal für die nächsten zwei Milliarden Jahre unterwegs. Und dann fliegen wir in irgendeine Sonne rein und alles ist vorbei. Oder wir werden von irgendeiner Alien-Zivilisation aufgegriffen. Who knows? Wer weiß. Vielleicht ist es ja auch schon der Fall. Ich meine, Matrix-technisch ergibt das alles auch sehr Sinn. Also es ist auch eine Theorie, die Sinn ergeben würde, wenn wir in einer Form einer Matrix leben. Was dann halt auch erklären würde, warum unsere Denkprozesse sehr elektronisch funktionieren. Mit elektronischen Impulsen und sowas. What who knows? Ein sehr schönes Abschlussbild. Könnte man sich als Hintergrund nehmen. Wie jedes Weltraumbild. Die End. They are not us. Ja, aber irgendwie sind es das ja schon, ne? Das ist halt so die Sache, das wollen wir uns nicht vorstellen. Wir wollen halt, dass wir individuell sind, aber ob wir das wirklich sind, steht halt noch in den Sternen. Weil, klar, wenn man jetzt eine 1 zu 1 Kopie von uns erschafft, dann ab dem Zeitpunkt, wo man sich voneinander trennt und andere Erfahrungen macht, ist man nicht mehr die gleiche Person. Das ist ja irgendwie klar. Weil man im Endeffekt nur aus seinen Erfahrungen besteht. So ist es halt. Auf irgendeine Weise. Auf irgendeine stumpfe Weise. Auch wenn manche Leute das vielleicht auch nicht hören wollen, aber das ist nun mal so. Und, klar, wenn das andere Wesen dann neue Erfahrungen macht, ist es dann auf einmal wieder anders. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war es genau gleich. Ja, es ist halt höchst philosophisch und man kommt dazu keine Antwort. Zumindest noch nicht. Ob das in der Zukunft der Fall sein wird, dass man diese philosophischen Fragen beantworten kann, ist halt auch noch nicht geklärt. Aber, ja, ich glaube, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber gut, das war das Halloween-Special. Damit ist der Spooktober offiziell zu Ende. Und, ja, ich hoffe, euch allen hat diese Reise durch Soma gefallen. Ich muss sagen, es wird der Kritik gerecht. Es ist ein wirklich gutes Spiel. Story-mäßig und auch Horror-spiel-mäßig ist es sehr gut umgesetzt. Ich hätte mir vielleicht ein paar mehr Jumpscares gewünscht, weil es gibt Leute, die nicht Fans von Jumpscares sind. Aber ich finde, es gehört ein bisschen dazu, zu dieser Grusel-Atmosphäre. So, man muss es nicht übertreiben. Spiele, die nur aus Jumpscares bestehen, sind auch nicht so toll. Aber wenn mal hier oder mal da man so ein bisschen überrascht wird, ist das, das bringt so ein bisschen das Adrenalin zum Spallen. Und man, ja, gruselt sich so direkt viel mehr. So wie halt in der Situation mit, wo der, also es war kein richtiger Jumpscare, aber wo das Vieh auf mich zugerannt ist und Catherine dann ganz schnell die Tür schließen sollte. Ah, da hat das Blut gewallt und das ist doch eigentlich das, was wir uns von Horror-Spielen erhoffen. Und sowas schaffen Jumpscares halt auch. Mal ein bisschen verstreut. Das ist so im Endeffekt so die Streusel auf dem Eis. So sollten Jumpscares verteilt sein. Man will ja auch nicht nur Streusel essen. Aber gut. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich an diesem Spiel. Und wie immer, bedanke ich mich fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, ein Spooky-Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Spooktober im nächsten Jahr oder irgendeinem anderen Spiel auf diesem Kanal. Bis dahin. Bye. Bis zum nächsten Mal.